Hallo, willkommen zum Movieberg Podcast, nein, zum Telestammtisch Podcast, nein, zum Crossover-Podcast zu Game of Thrones. Ich bin der Stu und ich sag zuerst mal Hallo an Dominik. Hi. Ja, Dominik, wir beide sind ja beide beheimatet bei Movieberg Podcast wie über ein Telestammtisch Podcast und wir haben uns entschieden, da die große Serie Game of Thrones jetzt vorüber ist, einen Crossover aufzunehmen, wo wir einfach mal über die Serie so an sich sprechen wollen. Und das machen wir nicht beide alleine, wir haben Verstärkung mitgebracht. Einmal aus dem Team Telestammtisch und einmal aus dem Team Moviebreak. Und ich würde sagen, stell du doch einfach mal deinen Tag-Team-Partner heute vor. Ja, mein Tag-Team-Partner ist der Andi. Guten Abend. Woo, Andi, yeah. Hallo. Ja, gut, dann stell ich meinen Tag-Team-Partner vor. Einige halten ihn für einen Mythos. Einige glauben, er reitet nachts durch die Wälder, wie einst Ockel-Benschen. Einige sagen, er kann sich wagen, wie Bran. Und andere sagen, er war bei der Red Wedding dabei, ist aber kurz bevor es angefangen hat, zu Bluten aufgestattet gegangen, weil er aufs Dom musste. Hallo Thomas. Alles du. Ja. Na toll. Jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht, Dom, von deiner Einführung. Obwohl ich noch sagen kann, der Andi ist hauptsächlich hier, weil er auch schon bei unserem fünften Recap beim Tele-Stammtisch mit Stu und mir dabei war. Ja, und weil der Andi einfach eine coole Sau ist. Und weil der Andi da eine wunderschöne Anekdote erzählt hat, wie er seinen Balkonfass abgefackelt hat. Hört gerne rein, das ist großartig. Außerdem leuchtet Andi im Dunkeln. So, das haben wir also auch abgehakt. Das muss jetzt reichen. Das muss jetzt aber echt reichen. Wir wollen ja hier nicht, dass der Andi und der Thomas irgendwie in Konkurrenz zueinander stehen. Okay. Battle of the Bastards. Ja. Bevor wir jetzt ins Eingemachte kommen, sei hier nochmal grundsätzlich eine Spoiler-Warnung ausgesprochen. Wir werden bei Game of Thrones alles spoilern, was da ist. Also auch die finale Staffel. Ja, und das ist gesagt. Jetzt müssen wir vielleicht noch kurz klären, wie der Dominik und wie ich zur Serie stehen, ist ja bekannt. Aber wie stehen denn unsere zwei Takti-Partner dazu? Thomas, wenn du vielleicht so in zwei, drei Sätzen kurz im Schreiben könntest, wie du zu Game of Thrones stehst. Ich glaube, ich hatte es in den Vorgänger-Podcasten schon öfter mal erwähnt. Ich stehe total auf Fantasy und mag Drachen und deswegen war für mich Game of Thrones nie eine Frage, sondern einfach eine Pflicht. Ja, also wie gesagt, die Movie-Back-Zuhörer kennen dich ja schon, aber die Täterschaften-Zuhörer halt nicht. Deswegen muss ich dich leider fragen. Tut mir leid. Ja, alles gut. Ja, gut. Und dieselbe Frage geht raus an dich, Andy. Wie stehst du zu Game of Thrones? Ja, da kann ich mich anschließen. Also ich bin auch großer Fantasy-Fan und ja, das reicht eigentlich schon. Nee, aber ich habe ein bisschen Startschwierigkeiten gehabt. Ich wurde da eher von so einem Kumpel dazu gezwungen, mir das anzuschauen und war dann eigentlich erst gegen Ende der ersten Staffel so richtig drin. Ja, und jetzt bei der achten Staffel ist man natürlich Feuer und Flamme. Genau deswegen bist du hier dabei, Andy. Genau deswegen bist du dabei. Okay. So, wir haben uns ein paar Fragen aufgeschrieben und ein paar Momente. Ich warne euch vorweg an alle Zuhörer, das hier wird chaotisch werden und unordentlich und, glaube ich, sehr lustig. Also ich freue mich drauf. Wie alle unsere anderen Recaps auch hier. Ja, das ist auch wieder recht. Gut, man kennt das ja bei Serien. Man fängt eine Serie an und in den wenigsten Fällen ist es so, dass man gleich so ab Minute eins voll drin ist. Dieser sogenannte Hooked-Moment, wenn einem die Serie an der Angel hat. Und ich würde gerne mal von euch wissen, wann oder was war dieser Moment, wo ihr gemerkt habt, okay, jetzt hat mich die Serie bekommen. Jetzt will ich wissen, wie es weitergeht. Jetzt fieber ich den neuen Folgen entgegen. Dominik, was war es denn bei dir? Ähm, ja, ich würde sagen, das ist so ein bisschen Alpha und Omega der ersten Staffel gewesen. Zum einen die Auftakt-Szene mit den drei Grenzern hinter der Mauer, wo sie halt das erste Mal auf dem Weißen Wanderer treffen. Und dann dachte ich mir so, okay, was ist das jetzt für eine Serie? Und teilweise war ich dann auch wirklich am überlegen, bin ich jetzt hier irgendwie in einer Alternativversion von Walking Dead oder so gelandet? Weil am Anfang fing das ja wirklich an wie so eine Zombie-Serie. Und da dachte ich mir so, ist das jetzt so mein Fall, weil ich jetzt nicht so der Zombie-Fan bin. Ähm, aber dann wollte ich wissen, wie es weitergeht. Und die erste Folge endet dann ja auch mit diesem Fenstersturz von Bran. Und das war ja so halt wirklich so ein What-the-Fuck-Moment in die Fresse. Und ja, so das Omega des Ganzen ist, äh, ja, die Hinrichtung von Ned Stark gewesen. Ja, und wie war's bei dir, Andi? Ja, bei mir war's auch der, die Hinrichtung von Ned Stark. Weil ich hatte anfangs schon ein bisschen, hatte ich schon gesagt, Startschwierigkeiten. Und das lag, glaube ich, hauptsächlich an dem Look der Charaktere. Also die Frisuren und so weiter. Das sah anfangs ja schlimm aus. Wie war das nochmal? Jamie sieht aus wie Prince Charming aus Shrek 2. Ja, total, eins zu eins. Naja, und jetzt rückblickend gibt's da natürlich schon große Momente. Und die Handlung war ja auch schon irgendwie verzahnt und spannend und so. Aber die Serie hat mich da gehabt dann. Also nachdem die erste Staffel vorbei war, dachte ich mir, jetzt hab ich Bock, sie weiterzuschauen. Das hat, glaube ich, diese Momente dann doch auch ausgelöst. Und bei dir, Thomas? Ein Name, und zwar Sean Bean. Als ich wusste, dass er mitspielt, war ich sowieso schon interessiert und hatte das Projekt eh schon vorher verfolgt gehabt und war gespannt darauf, was HBO dann da zeigen wird. Und war auch begeistert von der ersten Folge gleich. Ich mein, ich mag Zombies und ich mag Fantasy und dann war ich sowieso drin. Und auch, was Dominik schon gesagt hatte, mit der Endszene der ersten Folge, wo Bran quasi aus dem Fenster gestoßen wird, war toll. Und wusste einfach, okay, jetzt muss ich weitergucken. Und dann natürlich am Ende, wie dann sie relativ schnell wieder Sean Bean auch aus dem Spiel genommen haben. Und wieder einmal ist er gestorben. Und du bist dann trotzdem nicht ausgestiegen, obwohl das ja dann anscheinend dein Grund war, einzusteigen. Und wo er weg war, hast du dir nicht gedacht, so ein Scheiß. Nee, nee, aber das mach ich sowieso nicht, nein. Naja, wobei, ganz ehrlich, also Sean Bean ist ja vor allem dafür bekannt, dass er stirbt. Ja, genau. Also von daher war es auch keine Überraschung. Obwohl man, obwohl man die Produktion, wo er stirbt und dir, wo er am Leben bleibt, die kann man so wirklich so qualitativ auseinanderhalten. Also in den guten Sachen stirbt er und in den schlechten bleibt er am Leben. Also meistens. Meistens, ja. Ja, bei mir war es natürlich auch der Fenstersturz von Bran. Ich weiß noch, dass ich die erste Folge damals geguckt habe. Und hatte, also ich mag Fantasy und ich mag Science Fiction, aber ich mag es in der Regel nicht in Serienform, also lieber als Film. Und ich fand's okay, was ich gesehen habe. Und dann kommt halt diese Szene, wenn, ja, Jamie und seine Schwester mal eben kurz Donkey-Style sich Befriedigung beschaffen. Mhm. Ja, wo ich dann erstmal dachte so, äh, Moment mal, ich dachte, die sind, äh, hab ich das richtig verstanden? Das sind doch geschwissen. Oh. Ja, und dann kommt halt, kommt halt hier der junge Peter Parker, Bran, vorbei. Und alleine halt, wie, wie er heruntergestoßen wird von Jamie. Ja, es sieht ja, es sieht ja, also erst danach aus, dass er ihn irgendwie reinzieht, ja. Und dann sagt er irgendwie so, ich tue alles für lieb und schubst hier so fast schon nebenbei, so nebensächlich, so einfach so aus dem Fenster. Mhm. Und dann dachte ich mir so, cool. Ich mag auch keine Kinder. Das nennt man heutzutage auch den Braner Fensterschurz. Ja. Und noch weniger mag er Rollstuhlkinder. Ja. Ja. Nochmal als Disclaimer, wir haben nichts gegen Rollstuhlfahrer. Das müssen wir wahrscheinlich zehnfache in diesem Podcast sagen, aber es ist so. Nein, haben wir nicht. Also, äh, darauf drückt, äh, darauf drückt zu kommen, mir war es auch dieser Fenstersturz. Und danach hatte ich tatsächlich, äh, bei der ersten Staffel war ich schon auch am Haken. Es hat ein bisschen gedauert und als eben dann die, ja, ich wollte jetzt schon Krönung sagen von, von, äh, Sean Bean, nein, sein Ende kam, äh, da war ich dann endgültig dran. Äh, vor allem, weil die Serie ja auch etwas hatte, was ich sehr mag. Und da könnten wir jetzt vielleicht mal zum Punkt kommen, unserer Lieblings- oder Hassfiguren, denn sie hat halt einfach großartige Figuren und ich mag vor allem Figuren, die ich hassen kann. Und da gibt es in Game of Thrones hier einige, ähm, zum Beispiel King Joffrey, äh, oder wie ich ihn gerne nenne, der Ohrfeigenmagnet. Ja, denn seien wir ehrlich, es gibt nichts Schöneres als Peter Dinklage, der Joffrey by Theon einfach mal eine knallt, oder, Dominik? Ja, ehrlich, da gibt es einstündige Cuts auf YouTube. Zum Einschlafen nachts. Ja, clap, clap, clap. One word and I hit you again. Statt Schäfchen zählen, einfach Joffrey klatschen. Genau. Ja, habt ihr denn in den ersten Staffeln schon so Figuren gehabt, die ihr liebgewonnen habt, oder wo ihr sagt, ich liebe es, sie zu hassen? Thomas? Ich überlege gerade, das hat sich so ein bisschen alles, äh, gewandelt, find ich, ne? Also ich fand's immer, zum Beispiel anfangs, Jamie ein furchtbarer Charakter, ich hab den auch überhaupt nicht gemocht. Und das ändert sich aber im Laufe der Serie und wandelt sich dann wieder zurück. Und ich, äh, bin da bei dir, Hassfiguren gab's noch und nöcher. Und das find ich auch so, äh, cool an dieser Serie, dass man wirklich auch Figuren hatte, wo man sich denkt, so, boah, jetzt verdammt nochmal, geh doch endlich drauf, ne? Und, ähm, das gab's halt. So stirbst du nicht. Geh nach, wieso stirbst du vielleicht nochmal nicht? Und, äh, das hat die Serie auch wirklich richtig toll gemacht. Also wenn der Moment dann da war in Game of Thrones, wo diese Figur tatsächlich endlich drauf geht, war das wie so ein Befreiungsschlag. Und dann hat man sich gedacht, okay, wer kommt jetzt? Und das war immer sehr spannend. Ähm, Lieblingsfiguren hatte ich, glaub ich, relativ selten und eher erst zum Ende der Serie hin, wo ich wirklich gesagt hab, okay. Ja, ich mein, ist ja klar, deine erste Lieblingsfigur ist ja nach acht Wochen draufgegangen, ne? Stimmt, die waren nämlich gleich nicht weg, was soll ich denn machen? Ja. Andi, wie sieht's bei dir aus mit Lieblingsfiguren? Äh, ja, ich fand's anfangs auch eher schwierig, weil es waren ja so viele und irgendwie die erste Staffel, ich hab auch ehrlich gesagt gar nicht mehr so auf dem Schirm, was jetzt genau in der ersten und in der zweiten passiert ist und so. Aber, ähm, ach, wer hab ich Lieblingscharaktere? Also es gibt natürlich diese, ähm, Standard-Sympathieträger und die Standard-Hassfiguren. Also ich mein, Tyrion ist natürlich eine coole Socke, obwohl am Anfang seine Frisur auch sehr abschreckend war. Und, 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 und Joffrey ist natürlich jetzt auch irgendwie, ähm, obwohl den, ähm, Jack Leeson hab ich, äh, mal getroffen auf so einer Comic-Con und der ist schon eine ganz, auch eine ziemlich coole Socke, aber natürlich ist in der Serie ein Arsch, aber. Ich hab mal eine Frage wegen, äh, Joffrey. Ja. Äh, für mich gibt's ja zwei richtig große Antagonisten in der Serie, die ich also wirklich gehasst habe. Das eine ist Joffrey, das andere ist Ramsay, ja? Ja? Und ich finde aber, dass Ramsay ist von Natur aus Sadist, als Sadist geboren, ja? Ich glaube tatsächlich, Joffrey ist einfach nur ein Opfer der miserablen Erziehung seiner Mutter. Ja, das kann man, ja, an ganz vielen Stellen merkt man das ja auch. Dass er gar nicht weiß, wie er eigentlich agieren soll. Ja, der ist immer wieder verunsichert und, äh, da gab's ja auch diese Szene zum Beispiel mit den, mit den Wölfen, ne? Also wo, ähm, war, ne? In der, in der ersten Staffel schon. Ich hab übrigens doch noch einen Charakter, den ich absolut nie gebraucht habe und froh war, als er dann irgendwann weg war, und zwar Littlefinger. Ja, ich auch. Da sind wir, glaub ich, nicht, nicht, äh, weiß nicht, da gibt's ja viele, die den auch cool finden, aber ich fand den auch immer schmierig und eklig und irgendwie unsympathisch. Ja, aber ich hab viele Freundinnen vor allem, die den irgendwie cool fanden, keine Ahnung warum. Ja, die den schon regelrecht hot finden, so, ne? Also, 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 ich muss sagen, ich fand ihn, äh, großartig, tatsächlich, äh, von seinem ersten Auftreten und, äh, ich muss zugeben, ich hab ihm leider zu sehr vertraut aus irgendeinem Grund, weil, ja, äh, also er, er wird am Anfang auf Deutsch gesagt wirklich als Zuhälter eigentlich, äh, inszeniert auch, ne? Ja, und, ähm, ja, ich, wenn ich jetzt schon das Wort ergriffen hab, dann kann ich jetzt auch, glaub ich, meinen Lieblingscharakter herausheben. Es ist, äh, die Überraschung des Abends, ähm, es ist tatsächlich wirklich Tyrion. Ähm, nein, nein, das ist die... Also, Dominik, du überraschst mich jetzt aber zutiefst. Ja, hab ich schon gesagt, es ist Überraschung des Abends. Ähm, und ich dachte, es wird Mr. Riesenmilch. Der, der ist direkt dahinter, ja. Ja, okay. Aber ich hab, ich hab, äh, so viele, also man muss, äh, auch ganz klar sagen, man, äh, braucht eine Weile wirklich, bis man in die Serie reinkam. Ja. Äh, äh, und, ähm, ich denke auch, dass viele so nicht die Geduld mitbringen, äh, weil am Anfang muss man wirklich überlegen, ah, der ist jetzt mit dem zusammen und das ist die Schwester von dem und der ist der Bruder von der Schwester des Schwagers und das, äh, das ist halt alles schon ein bisschen viel am Anfang. Also, so viele Expositionen, die ganze erste Staffel ist eigentlich nur Exposition. Ähm, aber, äh, man muss aber auch, Entschuldigung, ich würde da noch unterscheiden halt zwischen, ähm, Leuten, die sympathisch sein sollen und die man halt selber gerne sieht, also zum Beispiel gegen Ende war ich großer Cersei-Fan und hab mich immer sehr gefreut, wenn sie aufgetaucht ist, weil erstens ist die Schauspielerin in der Rolle großartig, irgendwie, ähm, ja, ich hab mich halt immer gefreut, wenn sie kommt und irgendwie auch in dieser, äh, dieser, ähm, sechste Staffel, glaub ich, letzte Folge, wo sie dieses, Klos dann die Luft jagt und so, ach, keine Ahnung, also ich, 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 wie gesagt, man soll sie hassen, mehr oder weniger, aber ich, ich fand sie einfach toll. Ja, typisch Love to Hate. Ähm, ja. Ich, ich, ich muss auch zugeben, äh, ja gut, zu Tyrion muss ich jetzt eigentlich nichts mehr großartig sagen, da finde ich halt so klasse, wie er schon in der ersten Staffel eigentlich, äh, ohne große, also bei, die, die erste Staffel ist noch sehr expositionslastig, also manche Figuren müssen wirklich erklären, wer andere Figuren sind. Und, äh, und Tyrion wird so, äh, eigentlich nebenbei eingeführt, wie er auf Deutsch gesagt im Puff ist. Ja. Wobei, wobei seine erste Szene schon was Ikonisches hat, weil das erste, was du halt siehst und hörst, also du siehst ihn, ja, wie er ein Glas Wein in der Wand hält und feist lächelt und hörst dabei so seltsame Schwarzgeräusche. Und du fragst sich, was sind das für Geräusche? Und dann kommt die Nutte halt hoch, ja, also, ähm. Es ist, äh, so großartig, vor allem, wie er dann auch sagt, ähm, die, die, die Königin hat zwei Brüder, es gibt den hübschen und es gibt den raffinierten. Und da merkt man halt schon, dass er, also, am Anfang war der für mich so ein bisschen so ein, so ein Charlie Sheen von Westeros tatsächlich. Ähm, und, äh. Wobei, oh, oh, two and a half men macht irgendwie fast schon Sinn. Ja, stimmt. Ja, äh, und, aber ich, also man, man hat von Anfang an gemerkt, dass der, äh, auch irgendwie Anstand im Leib hat. Also, ich fand zum Beispiel die Szene sehr toll, wo er Joffrey wirklich, äh, ja, nicht nur Offhagen gibt, sondern wo er ihm wirklich sagt, ähm, äh, bevor wir jetzt abreisen, gehst du zu Lord und Lady Stark und, äh, wirfst dich vor ihnen auf den Boden und, äh, äh, sprichst ihnen deinen Beileid aus wegen Bran, der halt gestürzt ist, ne? Also, da merkt man auch, dass, ich, man muss sich vorstellen, Joffrey ist ja wirklich einige Köpfe größer als er und dieser kleine Gnom stellt sich wirklich vor ihn und kippt dem Ohrfeigen. Das, das ist so, das ist so großartig und dann, ach, also, generell ist, ist Tyrion für mich, äh, neben Littlefinger ist das so mit die größte Zitate-Schleuder, äh, dieser, dieser Serie. Also, Tyrion hat so großartige Zitate, eins hängt so, rönt man mal im Bett, da steh ich jetzt zu, ähm, und ich, ich, ich hab mich wirklich in diesen Charakter verliebt, weil er halt auch, äh, ein Außenseiter ist und, ähm, auch dann, wie, wie er mit Jon Snow dann zum Beispiel anbundelt. Aber, ähm, was ich jetzt noch so generell zu den Charakteren sagen kann, was, ähm, meine, äh, Haltung auch so, so generell gegenüber Figuren und, und wie sie funktionieren verändert hat bei der Serie, ähm, ich war vorher eigentlich doch jemand, da muss ich zu stehen, ich war vorher eigentlich jemand, der wirklich so drauf gepolt war, ja, ich guck mir nur Figuren an, die ich irgendwie sympathisch finde. Oder ich brauch halt irgendwie Figuren, die, die für mich irgendwie so ein, so ein Kompass sind. Das sind zwar schon die Starks irgendwo gewesen, aber die Starks selber fand ich eigentlich nie so spannend an der Serie. Und, ähm, ich, ich weiß nicht, ich bin durch die Serie, bin ich tatsächlich von diesem Pfad abgekommen, dass für mich Charaktere grundsätzlich sympathisch sein müssen, damit ich sie interessant finde. Also ich, ja, also ich war schon vor der Serie natürlich der Überzeugung, dass eine gute Figur dann gut ist, wenn sie interessant ist und nicht mehr sympathisch ist. Ja, natürlich, das ist durchaus an die Valencia. Ja, ja, also zum Beispiel, ich bin, ich mochte Littlefinger immer ganz gerne, was aber mehr daran lag, dass der Schauspieler Aidan Gillen in meiner absoluten Lieblingsserie The Wire schon mitgespielt hat, äh, das heißt, der ist für mich halt immer Thomas Karketty und ich Littlefinger. Der ist als Schauspieler auch großartig. Ja, äh, der hat, äh, in Game of Thrones aber mit einer der besten Sätze oder Monologe, Dialoge, die es gibt, äh, ich sag nur Chaos is a Ladder. Oh, ja. Ja, er war ja auch immer im Hintergrund und hat immer irgendwo richtig seine Weisheiten auch verteilt, ne? Aber diese schmierige, ich kann schmierige Menschen nicht ab. Es stößt mich von vornherein ab, wenn dann jemand ankommt und so, hey, lass uns mal ein Gespräch führen. Also wenn du, wenn du schmierige Menschen nicht magst, dann sollten wir uns im Hochsomanie begegnen. Was ist denn das jetzt eigentlich für ein Zitat, was da an der Bett hängt? Ähm, das ist dieses, äh, was Therion, äh, antwortet, als er gefragt wird, warum er so viel liest. Da sagt er dann, ähm, ja, mein, mein Bruder hat sein Schwert, äh, Robert hat seinen Kriegshammer und ich hab, äh, Bücher. Und Bücher, äh, braucht der Verstand so sehr wie ein Schwert den Schleifstein. Und das hat mich sehr inspiriert, einfach. Und da merkt man halt auch, da kommt richtig die Liebe von George R. Martin zu, äh, Literaturen, zu Büchern durch. Und seitdem trinkst du auch jeden Abend Wein. Natürlich! Und unter dem Zitat steht dann, 30% der Bevölkerung Westeros können nicht lesen und schreiben. Schreib dich nicht ab. Lern lesen und schreiben. Trau dich, genau. Wobei, äh, äh, Therion hat ja auch in der ersten Folge gleich dieses total, äh, diesen, äh, diesen, ja, Monolog-Dialog mit Jon Snow. Wo er ihm diesen Rat gibt, dass er seine Schwäche, dass er ein Bastard ist, wie eine Rüstung tragen soll. Mhm, genau, ja. Die ist ja auch sehr ikonisch. Ja, definitiv. Da haben sich ja auch relativ schnell die beiden auch gefunden als Charaktere, ne? Weil sie halt auch Ausgestoßene waren. Es ist, es ist dann aber auch so spannend, dass, äh, Therion dann ausgerechnet in dieser Szene eigentlich seine Rüstung fallen lässt. Ne? Dass er halt nicht da irgendwie auf, ähm, weil man muss ja sagen, die Länders, das sind am Anfang wirklich arrogante Ärsche. Eigentlich alle drei. Ja. Ähm, und gegenüber, äh, gegenüber Jon lässt er dann tatsächlich seine Rüstung fallen, eigentlich während er von Rüstung spricht. Ne? Also so nach dem Motto, ja, guck mal hier, was ich die ganze Zeit trage. Ja, guck's dir an und jetzt lege ich sie wieder an, du hast nichts gesehen und, äh, jetzt machen wir das nach. Ne? So ein bisschen. Ja. Ja, die sollten halt doch miteinander zu tun bekommen, ne? Ähm, aber jetzt haben wir ja in... Wenn wir bei der ersten Folge sind, die besteht ja nicht nur aus Winterfell, Starks und Lannisters, sie besteht ja auch aus, äh, äh, Daenerys, äh, Khaleesi, äh, die anderen 3000 Namen fallen mir jetzt gerade nicht an, die sie noch im Laufe der Serie bekommt. Ja. Ich glaub, Dominik, du hast doch mal gesagt, wenn die mal zu Starbucks geht, äh, wird das in echt ein vollgeschriebener Kaffeebecher. Ähm, ja, es gab nach der vierten Folge, gab's so ein Meme, wo jemand versucht hat, alle Namen auf den Kaffeebecher zu schreiben. Ja. Ja. Ich hab ja, äh, ich hab ja die erste Staffel, die ersten acht Folgen vor kurzem nochmal angeguckt. Mhm. Und, äh, ich finde, dass man da noch sieht, es ist eine Fernsehproduktion. Ja. Und ich finde, das sieht man vor allem bei den Szenen auf, äh, wo ist sie nochmal zu Hause, Dominik? Äh, Pentos. Pentos. Am Anfang. Ähm, ich finde, ich finde die Perücke ihres Bruders Varis sieht unglaublich mies aus. Ja. Vaseris. Vaseris, ja, sorry. Varis hat keine Haare. Achso, und die Varis, genau. Wobei, das wär's doch noch. Varis mit Perücke. Oh Gott. Ja, ähm, wie, 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 wie steht ihr denn, oder wie ist es euch damals ergangen, als ihr das gesehen habt? Weil ich fand, das war, das wirkte wirklich wie so ein Bruch. Ja, das hatte auch irgendwie dadurch, wenn sie dann mit ihrem halbtransparenten Kleidel rumläuft und so und immer diesen, diesen, äh, naiv kindlichen Blick, was natürlich, ähm, auch der Roller geschuldet ist und so, aber auch, das hatte ich gefühlt, ich hab die jetzt schon lange nicht gesehen, aber auch immer so einen RTL 2 Weichzeichner so ein bisschen drauf. Ich weiß nicht, das klingt jetzt ein bisschen gemein, aber ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Also dieses Fernsehproduktionsding. Und deswegen hatte ich das am Anfang halt schon das Problem, aber, ähm, ja, nachhinein ist es vielleicht ganz stimmig, ich weiß es nicht. Ich hab mich ja staffellang nie damit anfreunden können, dass immer dieser Wechsel war, weil ich eher dieses, äh, kühle, raue, winterliche, äh, irisch angehauchte Szenario mehr mochte als, ey, wir sind in der Wüste und hier gibt's Sklaven. Uhuhu. Ich muss auch gestehen, das war für mich immer einer der größten Schwächen, weil ich halt immer gesagt hab, boah, Leute, wie langsam ist die Frau bitte? Ja. Ja, ich hatte, ich hatte, glaub ich, irgendwann bei Staffeln 4 das Gefühl, okay, das ist eine Serie, die wird, die werden die so lange melken, wie, weiß ich, wie, äh, Walking Dead oder Supernatural oder Grey's Anatomy, so 20 Staffeln und dann haben sie ja doch irgendwann vorangemacht, was ja dann wiederum zum Schwachpunkt wurde, ähm, aber es gab bei mir wirklich so, äh, Momente in der Serie, wo ich dachte, Leute, ich hab jetzt echt keinen Bock mehr, dass sie nach Westeros will, aber dann doch nur wieder um die Ecke geht und dann neuen Platz findet, wo sie irgendwelche Leute befreiten muss oder irgendwas anderes hier zustößt. Ich glaub, das waren auch mit die ersten Memes, oder? Die sich drüber lustig gemacht haben, dass die Alte jetzt endlich mal da rüberfahren könnte eigentlich. Ja, es waren halt immer zwei getrennte Storylines, die waren zwar zwischendurch mal ein bisschen miteinander verwoben, ne, aber du hast immer einen Bruch gehabt. Ja, es war auch interessant, dass halt immer mehr Storylines in ihre Richtung geführt haben, so mit der Zeit, ne, also Tyrion ging dann ja auch immer drüber und, äh, Varys in Inseln dann auch später, also es traf sich dann irgendwo, das war, ich fand das eigentlich schon relativ klug verwoben. Ich muss allerdings sagen, dass ich bei Emilia Clarke am Anfang, ähm, also man weiß ja mittlerweile, ich bin nicht der größte Freund ihrer Schauspielerei, äh, ich muss zugeben, am Anfang, also auch so wieder mit diesem RTL2-Vibe, da kann ich wirklich nur mich auf Andi beziehen, ich hab am Anfang wirklich gedacht, dass sie irgendwie, also auch mit dieser Perücke, dass sie wirklich irgendwie ein Pornostar ist oder so. Also, es gibt ja auch Szenen mit ihrem Bruder, ja, wenn er sie so zurecht macht und dann ihr nochmal so leicht so an die Brüste fasst, wo ich auch dachte so, äh, äh. Das ist ihre erste Szene, das ist ihre erste Szene in der gesamten Serie. Na? Aber da kann man ja gleich erwähnen, dass, äh, ja, Frauenfiguren in Game of Thrones nie wirklich richtig gut davon gekommen sind. Das kommt immer drauf an, wo man hinguckt. Also, ja, wenn du die Brüste guckst, nicht. Nee, aber, also, also, am schlimmsten ist immer noch das sogenannte Sansa-Gate. Ja, genau, also, darauf will ich hinaus, ne? Bei diversen Podcasts schon gesagt, dass ich mir das echt angekotzt habe, auch diese, ja, einfach dieses so, ja, sie ist zu einer starken Persönlichkeit geworden, weil sie vergewaltigt wurde. Ich so, ja, fickt euch doch. Also, das ist halt, das fand ich halt ganz mies. Das ist ja jetzt auch nochmal aufgekocht worden, irgendwie durch diesen Kommentar von ihr gegenüber dem Hound jetzt in der vierten Folge. Da hat sich ja sogar Jessica Chastain irgendwie drüber ereifert, äh, fand ich ehrlich gesagt übertrieben. Also, sie... Wobei, was ich halt schon komisch finde, ist, äh, so ein Thema Frauenfiguren ist ja allein in der ersten Staffel die Beziehung zwischen Daenerys und Khal Drogo. Ich hab wirklich viele Bekannte, darunter auch viele Freundinnen, die, äh, das als romantisch erachtet haben. Und ich muss gestehen, also, wenn du diese Sexszene da hast, wo sie, total sehr berechtigter Doggy-Style von diesem Berg da, äh, niedergewämst wird, äh, und sichtbar keine große Freude daran hat, weil ich glaub, also, das ist ja auch keine Liebe gewesen, ne? Das war halt eine Pflichthochzeit. Und ich glaube kaum, dass Daenerys der zugestimmt hätte, wenn ihr Bruder nicht gewesen wäre. Und ich finde auch, diese ganze Beziehung zu Khal Drogo, ich mein, ja, sie hat jetzt irgendwie ihre Drachen nach ihm genannt und was weiß ich, was sie alles getan hat, aber, äh, seien wir ehrlich, Liebe war das nicht richtig, oder? Ich würde schon, dass es, äh, sagen, dass es, äh, eine war, ähm, das musste sich aber erst so ein bisschen aufbauen. Also, man hat ja dann, es gibt zum Beispiel diese Szene, wo sie, wo er auch wieder einfach nur sie halt nehmen will wie so eine Stute, weil er es halt auch nicht anders kennt, ne? Durch, durch seinen Kulturkreis einfach, ähm, und dann sagt sie ja irgendwie, nein, diesmal will ich euch ins Gesicht sehen. Und da übernimmt sie dann ja eigentlich auch die Kontrolle, so gesehen. Es ist, es ist generell interessant, an welchen Stellen dann, äh, Frauen tatsächlich die Kontrolle übernehmen in dieser Serie. Und ich würde... Ich glaube da bei dem... Achso, Thomas? Sprich, Thomas. Ja. Achso, wer war das? Irgendjemand wollte das sagen. Sorry. Nee, ich hab nur, ähm, ich, ich, ich hab die ganze Folge nicht mehr ganz so präsent, aber ja genau da ist er dann ja so ein bisschen von ihr begeistert und ich glaube da verliebt er sich dann auch in sie, wo er sieht, äh, wie, dass sie auch stark sein kann und so. Aber wie gesagt, ich freue mich schon drauf, mir das nochmal alles anzuschauen, weil ich hatte da anfangs auch meine Probleme damit irgendwie. Ja, man muss halt, also man muss sagen, diese Liebesnacht zwischen ihr und Kadroko, die ist auch im Buch leider anders. Das haben sie... Im Buch ist sie auch, glaube ich, gerade mal 14, oder? Äh, ja, da ist auch sogar, ich, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber im Buch wird sogar thematisiert, dass ihr Bruder eigentlich impotent ist und sie eigentlich nur verheiratet hat, weil er ihr kein Kind machen konnte. Stimmt, irgendwas war da, ja. Ne? Und ihr Bruder ist halt, ja, impotent und halt auch kein Drache gewesen. Ne? Eigentlich nur noch so der, es ist irgendwie, Jorah sagt das mal wie Seres, es ist eigentlich kaum weniger als der Schatten einer Schlange oder so ähnlich. Wobei, der Bruder, äh, war ja auch so ein Arschloch. Ja. Und das war, das waren so die ersten Momente bei Game of Thrones, wo man so als Zuschauer so ein bisschen Genugtuung bekam. Mhm. Wenn er halt, äh, damit konfrontiert wird, dass sie jetzt eigentlich die Chefin ist und er zu gehorchen hat. Und ich finde ja, sein Abgang, äh, Stichwort Goldene Krone, halte ich immer für den, für den, in Anführungszeichen, besten Kill. Ja. Äh, der Serie, weil der ist halt wirklich, also ich war damals überrascht, weil der für mich ein Gefühl aus dem Nichts kam. Mhm. Ja, und er ist halt kreativ, ja, und, äh, poetisch. Poetisch und kostbar. Also, wir geben es in der Leiche, die, bei der, ah, da hast du viel Gold bekommen beim Jubilier. Stell mir gerade vor, wie viel zum Jubilier gegratet wird, die Leiche. So, echt Gold. Wie jemand so reinkommt und den Kopf einfach so hochhält wird, kriege ich dafür. Ja. Und das hat die Serie, das hatte ich ja vorhin auch schon ganz kurz gesagt, auch von Anfang an immer gemacht, ne? Also, dass du halt auch wirklich mit Überraschung einfach rechnen musstest. Ja. Du hast dann irgendwie so deine Vorstellung gehabt, so, ah ja, cool, und so geht's jetzt weiter, und dann kämpfen die nachher. Und zack, sind sie tot. Ja. Ja, und bei Cardrogo ja auch, ne? Ich mein, da wird ja die ganze Zeit dieser Plot aufgebaut. Äh, ja, er wird mit ihr nach Westeros ziehen. Und, äh, ihr Sohn wird der Hengst, der die Welt besteigt. Und der ganze Quatsch. Ja, und dann findet die Handlung einfach nicht statt, weil er letzten Endes eigentlich nur eine relativ banale Wunde hatte. Aber das ist eben typisch George R. Martin. George R. Martin hat wirklich selber mal gesagt, er ist halt ein Fan davon, äh, weiß ich nicht, der hohe Lord, äh, steigt irgendwie auf seinen, seinen Turm, um aufs Klo zu gehen und bricht sich den Hals unterwegs und stirbt. Ja. Ja, das fand ich auch schön, das haben sie da halt noch gemacht, weil ich mein, dieser Cardrogo, hier Jason Momoa, der wurde ja einfach als, der war ja einfach der komplette Fanliebling auch. Also abgesehen davon, dass er irgendwie Minderjährigen vergewaltigt und so, das ist natürlich nicht so schön, aber so von der Ausstrahlung und so von seiner Coolheit später und so, war der, sagen wir mal ehrlich, so eine Art, ähm, Fanliebling, oder? Ja. Und dass der dann halt einfach auch abgemurkst wird. Und das passiert halt später, sagen wir mal, nicht mehr so häufig. Also man kann schon sagen, dass in den ersten vier Staffeln war sie da schon relativ offen, was plötzliche Figuren, Tode, angeht. Äh, ich glaube, das Epizentrum dieser, äh, äh, Aussondierung ist natürlich die Rote Hochzeit, der wird garantiert gleich auch noch kommen werden. Oh, ja. Ja. Ähm, aber was, 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 äh, was mich jetzt interessieren würde, ich hab ja gerade gesagt, und da waren wir uns ja einig, dass die erste Staffel schon noch aussah wie eine TV-Serie. Mhm. Und die wurde ja immer erfolgreicher und bekam immer mehr Geld zur Verfügung. Und irgendwann, äh, hatten sie ja durchaus auch, äh, ein seniastisches Niveau. Und da würde mich mal interessieren, gibt es bei euch so Momente oder Szenen, wo ihr gedacht habt, wow, das ist jetzt nicht mehr Fernsehen, das ist eigentlich schon kinoreif? Thomas, hast du da für mich eine Antwort? Ja, Hard Home. Das war meine Antwort. Das ist mit einem meiner Lieblingsfolgen und, äh, das ist quasi, ich weiß nicht, wie sie auf Deutsch heißt, warte mal. Hard Time. Hard Time, genau, einfach Hard Time, äh, wo, äh, sie das erste Mal richtig auf die Armee der Toten treffen. Mhm. Und da wirklich eine Schlacht stattfindet und 1 zu 1 Kämpfe und John ja auch dann einen von den White Walkern tötet. Und das war wirklich ein Moment, auch gerade mit dem Ende, mit der Musikuntermalung, mit dem ganzen Setaufbau, mit den Charakteren, wie sie alles gemacht haben insgesamt, wo ich dachte so, wow, geil, das hätte ich gerne auf der großen Leinwand gesehen. Ja. Ja, 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 hast leider schon alles gesagt, was ich sagen wollte, also, ich hoffe jetzt mal, dass das Andi oder Dominik doch was anderes zu sagen haben. Also ich passe bei der Frage, weil ich hab das echt nicht mehr so präsent, dass ich weiß, wann, wann da die erste, ähm, Szene kam, wo ich mir gedacht hab, oha, das ist jetzt wie im Kino oder so. Also, puh, nee. Aber du guckst hier doch zu Hause auf einen Beamer, oder? Ja. Ja. Ja, also ich erinnere mich schon an, also Battle of the Bastards und so war fett und irgendwie wie ja Hardhome und so, aber davor, also ich mein, mei, es gab schon gut gemachte Szenen, aber so die richtig epischen Szenen, mit was das angefangen hat, war das Hardhome? Ich hab keine Ahnung, ehrlich gesagt. Also ich mein, diese Blackwater-Schlacht war, glaub ich, in der zweiten Staffel, oder? Mhm. Ja, aber die war ja fast schon, da gab's doch, da haben sie doch den Kniff angewendet, dass Tyrion K.O. geschlagen wird und aufwacht und ist die Schlacht vorbei. Das war bei der ersten Staffel. Das war was anderes. Das war bei der ersten Staffel, äh, das fand ich aber ziemlich witzig eigentlich. Also nicht nur kreativ, sondern irgendwie auch, also ich fand das ganz cool, da hätte mich jetzt nicht, äh, dass man das nicht immer sehen muss, weil ich mein, man kennt aus Fantasy, Herr der Ringe, bla bla, immer diese Riesenschlachten und da haben sie auch so ein bisschen klar gemacht, so von wegen, hey, und es gibt so die Charaktere und die Story und wir müssen euch jetzt nicht so eine Riesenschlacht zeigen, machen wir später. Aber es ist hier nicht so, ist hier nicht so wichtig. Das fand ich eigentlich, mich hat das überhaupt nicht geärgert, ich fand's eigentlich ziemlich kreativ und ganz cool. Aber, darf ich ganz kurz, aber ja, tatsächlich bei Blackwater, da war schon viel gezeigt worden, aber ich hatte da noch nicht so das Gefühl, so, dass es so bombast. Ich muss gestehen, ich, ich höre halt immer wieder von Blackwater, aber ich hab die Episode an sich nicht wirklich so im Kopf mehr. Drachenfeuer, Drachenfeuer. Seefeuer. Ja, Seefeuer, ja. Ja, dass du das weißt, Dominik, ist mir klar. Jetzt, jetzt hat Thomas mir auch tatsächlich die Munition geklaut. Ah, na. Aber du kannst es noch ein bisschen ausschmücken, ich hab ja noch nicht so viel verraten jetzt. Ja, gut, ja, Blackwater ist bis heute eine meiner allerliebsten Folgen und für mich hat die, also ich will nicht sagen, dass die komplett die Barriere durchbrochen hat ins cineastische, aber sie hat schon ordentlich dran gekratzt. Also in der ersten Staffel hatten wir ja, was Andi gerade meinte, hatten wir diese Situation, dass es eine Schlacht gibt und Therion K.O. geschlagen wird und hat seine Seite gewonnen und generell ist das in der ersten Staffel auch ein bisschen merkwürdig, da ist halt immer die Rede von, ja, Rob Starr kommt jetzt mit seinen 18.000 Mann und ja, man sieht dann eigentlich nie was davon. Und das haben sie dann, also sie haben auch wirklich im Making-of, haben sie es wirklich zugegeben, sie hatten für diese Staffel, für diese Schlacht in Staffel 1, hatten sie auf Deutsch gesagt, kein Geld mehr. Und das haben sie dann aber mehr als ausgeglichen eben mit Blackwater, die ja wirklich eine Stunde lang nur die Schlacht zeigt und sie haben halt auch einen richtigen Namen dafür rangekarrt, nämlich Nii Marshall hat da auch schon die Regie übernommen und dann natürlich auch später bei der Schlacht um die Mauer, die dann auch schon ziemlich spektakulär war, also auch schon mal vor Hardhome, ja, aber also Blackwater ist für mich tatsächlich eine der besten Folgen, weil die ist ja auch von George R. Martin geschrieben und die ist so wunderbar ausbalanciert, man hat halt draußen dieses Gemetze, was auch teilweise wirklich so richtig schön die Trash-Wurzeln von Nii Marshall offenlegt und innen drin haben wir dann diese großartigen Dialoge mit Cersei, die sich besäuft und Sansa demütigt. Das ist so großartig geschrieben oder halt dann auch das Ende, wie sie dann auf dem eisernen Thron sitzt und Tommen vergiften will. Ich musste schon so richtig so an Magda Goebbels oder so denken. Staucht nicht in der Folge auch nochmal Tyrion und Joffrey ziemlich zusammen? Das ist eine davor. Das ist die, wo der Pöbel die angreift in den Straßen und dann sogar irgendwelche Zivilisten Sansa vergewaltigen wollen. Da ist das. Ich dachte, der schickt ihn da bei der Schlacht mal weg oder so und sagt, hey, du hast dir nichts verloren. Nee, 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 das macht er nicht, sondern das geschieht auf Befehl der Königin. Und dann, ja, Tyrion lässt sich dann später darüber aus, ja, demonstriert doch mal. Das hier war nur eine armselige Imitation eures Mutes auf dem Flachtfeld. Und naja, also, Joffrey war ja nicht anwesend. Und so ein König ist ja eigentlich wichtig für die Moral auch der Soldaten. Und Tyrion hat dann ja den Sturm angeführt am Ende. Also dieses Schlamm-Tor haben sie dann ja hinterrücks, haben sie ja dann Stannis. Das ist so, wir sind hier so explizit, das ist auch so geil, wie Tyrion wirklich zu der Meute da sagt, wir kommen von hinten und ficken sie den Arsch, während sie das Tor da irgendwie durchbrechen. Das ist so großartig und er hat halt auch wirklich richtig starke Momente. Also man muss sagen, Peter Dinklage gehörte die zweite Staffel. Also er war ja an der ersten, war ja eigentlich noch ein Nebendarsteller, so gesehen. Also er stand immer ganz hinten and Peter Dinklage. Gut, natürlich wird man dann irgendwie auch damit hervorgehoben. Aber ab der zweiten Staffel steht Peter Dinklage wirklich ganz vorne in den Credits. Und das bleibt bis ganz zum Schluss so. Er war ja auch neben Sean Bean der Darsteller, den George A.R. Martin haben wollte, ne? Genau. Was hat der da vorher nicht so gemacht? Nur so zur ... Peter Dinklage. Ja. Der ist ausgewählter Schauspieler und hat viel im Theater gespielt und hat so Independent-Filme gemacht. Station Agent ist ein hervorragender Film. Oder die Komödie Sterben will gelernt, nee, Sterben für Anfänger. Genau. Das andere ist das Remake, da ist er auch drin, aber der ist ganz furchtbar, der Film. Sterben für Anfänger ist großartig. Also das Remake ist halt eine 1-zu-1-Kopie, wenn man ehrlich ist. Aber man sollte das Original gucken. Sterben für Anfänger ist sogar noch ein Schauspieler aus Game of Thrones drin, nämlich Mr. Emon. Das ist der, der am Ende auf dem Dach sitzt und sagt, warum ist denn alles so scheißgrün? Ja. Ja, ich wollte jetzt mal die Rolle unserer Zuhörer einnehmen und mir mal ein paar coole Tipps und Infos abholen, wenn das okay ist. Also Station Agent kann ich dir sehr empfehlen. Da ist er noch nicht so bekannt. Und halt Sterben für Anfänger ist sehr amüsant. Wirklich eine sehr schöne, kurzweilige britische Komödie. Sehr zu empfehlen. Oder darf ich hier noch einen coolen Side-Fact einwerfen? Aber natürlich. Für unsere Filmfans da draußen habe ich nämlich gestern in der Rocketman-Review erwähnt. Sehr witzig. Bohemian Rhapsody und Rocketman, also der Queen-Film und der Elton John-Film, haben ja beide diesen realen Manager von beiden Bands da drin, den John Reed, den Elton John-Verhältnis hatte. Und in Bohemian Rhapsody wird er gespielt von Aidan Gillen, also von Littlefanger. Und in Rocketman wird er gespielt von Rob Stark. Wie der Schauspieler heißt, weiß ich gerade nicht. Richard Madden. Genau. Das fand ich ganz witzig. Ist doch eine coole, eine Side-Nebenanekdote, oder? Ja, definitiv. Andi, was ich jetzt sage, hast du dir verdient? Und es kommt beim Herzen Nerd. Übrigens noch was anderes ganz kurz, was ich jetzt schon ansprechen möchte, wenn wir eh schon bei so Highlight-Folgen und Schlachten sind. Und was die Serie nie richtig hingekriegt hat, ist so Schlachten so realistisch darzustellen. Sondern es waren einfach eher so Fantasy-Gedöns, wenn sich alle auf die Fresse hauen, ohne jeglichen Sinn und Verstand. Weil das, was du vorhin nämlich meintest, dass die Befehlshaber ja vorne mitkämpfen und quasi sich in Schlachtengetümmel stürzen, das ist halt vollkommener Quatsch so. Und es wurden auch wenig Formationen gezeigt oder mal so richtig Strategie mit eingebaut oder halt... Der Thomas kennt sich damit aus, der arbeitet bei Verdi. Oder halt so ein Schildwall oder sowas. Das ist wirklich sehr, sehr selten in dieser Serie. Also es war wirklich einfach rein Fantasy-Gemesche. Mehr war es dann halt nicht. Aber was ich da aber sagen muss bei Battle of the Busters, da hatte ich halt schon mal, was ich selten hatte, also auch bei anderen Filmen oder so, wo sie sich da so richtig so auftürmen und ineinander verkeilen. Und da hast du so richtig diese klaustrophobische Stimmung. Und ich meine, ich war jetzt in so einer Schlacht noch nicht privat anwesend, persönlich. Aber das fand ich auf jeden Fall sehr im wahrsten Sinne bedrückend. Weil, ja, sowas habe ich jetzt noch nicht so gesehen. Das fand ich bei der Schlacht halt eigentlich ziemlich cool. Aber ich weiß, was du meinst. Genau, das ist eine der wenigen Szenen. Und die andere ist da, wo Jamie gegen die Drachen antritt, quasi mit seiner Armee. Da gibt es auch nochmal eine Szene, wo sie relativ mit Informationen und sowas kämpfen. Das war es dann aber auch. Ja, das liegt vielleicht auch daran, hier bei Battle of the Busters, die ist tatsächlich angelehnt an irgendwie eine römische Schlacht oder was. Ja, genau. Zwischen Kartagern und den Römern. Genau, irgendwie Schlacht von Calais oder so ähnlich. Ja. Da gibt es ganz, ganz viele Berichte, nenne ich es mal. Also Zeitzeugen, die halt etwas aufgeschrieben haben oder aufgeschrieben worden sind, die genau sowas berichtet haben, wie es halt in der Folge dann auch demonstriert wird. Also Luftkappen halt, das wird enger und enger und alle wollen raus und schaffen es nicht. Ja, das war auch meine, mit Abstand, Lieblingsschlacht-Szene. Also es kam ja später noch hier auch die Long Night und so weiter. Und auch in dem, wie heißt es, King's Landing, diesen langen One-Take. Aber den gab es jetzt schon in Battle of the Busters und da fand ich ihn noch eindrucksvoller. Also wenn wir gerade beschlachten sind, Battle of the Busters, bin ich dabei. Ja, also Battle of the Busters hat ja auch nochmal so einen Druck gegeben, weil Game of Thrones war ja damals, als es on-air ging, diese Battle of the Busters, war das ja schon mit die größte oder wichtigste Serie der jetzigen TV-Generation. Und Battle of the Busters hat ja nochmal gezeigt, was die da machen. Also was machbar ist mittlerweile im Fernsehen. Okay. Und es gibt, also die Folge hat bestimmt ihre Schwächen, aber sie ist gutes Fanservice, würde ich sagen. Weil Ramsay bekommt endlich seine Strafe. Ja, die Schlacht ist unglaublich toll inszeniert. Und trotzdem gibt es wieder so Game of Thrones-Momente. Also dass Rickon ist das, glaube ich, der stirbt, ne? Oh ja. Rickon stirbt. Und auch, dass Jon Snow halt sich nicht final an Ramsay rächt, sondern dass es letztlich Sansa ist, die ihm dann die Hunde auf den Hals hetzt. Und ich kann da nur ein bisschen Eigenlob. Ich habe ein Special gemacht, die schönsten Tode von Game of Thrones. Who Let The Dogs Out? Ich hab's gesehen. Sehr schön großartig. Fünf bis acht, ja. Und es hat viel Spaß gemacht, die Pastemusik dazu auszusuchen. Und bei Ramsys Tod war's sehr einfach. Aber kommen wir vielleicht mal zum anderen Thema, was durchaus auch immer mit Game of Thrones in Verbindung gebracht wird, weil wir gerade so Schlachten geredet haben. Das Thema heißt Gewalt. Game of Thrones war ja nicht nur was Sexualität angeht, sehr zeigefreulich, sondern auch was Gewalt angeht. Leute, die eine goldene Krone verpasst bekommen haben mit heißem, flüssigem Gold, Enthauptungen, man sah mal hier Gedärme, es wurde ein bisschen mit einem Messer in Fingern rumgebohrt und sonstige Sachen. Wie wichtig war für euch die Gewalt? War die Gewalt für euch einfach so ein Faktor, der da dabei war? Oder war Gewalt für euch durchaus auch ein Grund, warum die Serie so faszinierend war, Dominik? Ich würde sagen, teils, teils. Also manche Gewaltszenen fand ich am Anfang schon ein bisschen grenzwertig. Also mir fällt da zum Beispiel ein, die fand ich halt wirklich einfach nur bizarr, wo Karl Drogo gegen einen seiner eigenen Männer antritt, der irgendwie aufmuckt, dieser Margo, und dem Schlitzer hält die Kehle auf und reißt ihn dann durch die offene Kehle die Zunge raus, die er dann in der Hand hält und dann auf seine Leiche wirft. Das ist meine kolumbianische Krawatte. Ja, das war aber wirklich so bizarr. Also in der Form hatte ich sowas wirklich noch nie gesehen. Und ja, klar, also die Gewalt ist schon irgendwie, sie hat, also man muss fairerweise sagen, die Serie hat am Anfang, vielleicht kam das auch bei mir durch RTL 2, keine Ahnung, sie hatte am Anfang schon irgendwo dieses Palpige, dieses Blut- und Titten-Image hatte sie am Anfang irgendwo schon. Aber man musste sich dann irgendwie daran gewöhnen und sich halt auch mal vor Augen führen. Das ist natürlich auch darum, irgendwie diese Welt zu illustrieren, um mal zu zeigen, das ist halt wirklich eine karte, eine harte, kalte Welt ohne Kompromisse. Und ich fand's sowohl bei der Sexualität als auch bei der expliziten Gewalt, fand ich's eigentlich immer sehr mutig, was die Serie gemacht hat. Und dass sie halt auch mal, also man muss sagen, die Serie geht ja schon wirklich ziemlich weit, was Gewalt angeht. Aber was ich sehr gut fand, sie weist dann auch an Schluss ist. Also sie geht wirklich sehr, 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 sehr weit. Aber sie findet einen Schlusspunkt. Es kommt eigentlich nie auf den reinen Exzess, bis auf gewisse Ausnahmen, auf die wir vielleicht noch später eingehen können. Wie ist es bei dir, Andi? Ja, ich würde auch sagen, dass es anfangs halt so ein Stilmittel war, um halt einfach sich auch ein bisschen abzuheben vielleicht. Also ich meine, oder halt auch Fans, die wahrscheinlich auch ein bisschen da Bock drauf haben. Also, Mai, Herr der Ringe oder so, da siehst du auch gerne mal, wie ein Kopf durchs Bild fliegt oder so. Und die wollten einfach nochmal eine Schippe drauflegen und damit halt auch so ein bisschen schockieren. Und halt, wenn du das siehst, dann bist du halt einfach vor den Kopf gestoßen. Ich fand aber eindrucksvoller, beziehungsweise krasser halt noch, diese eher so solche Sachen wie, also was jetzt so Joffrey umgibt, also zum Beispiel, wo er diese Prostituierten da in seinem Zimmer hat oder so. Also diese psychische Gewalt, die fand ich eigentlich viel schlimmer. Und das war teilweise wirklich schwer anzuschauen oder so. Aber das ist natürlich gut, um einen Charakter einfach drastisch zu charakterisieren. Also ich fand, ich habe jetzt gar nicht so viele unglaublich brutale Szenen noch im Gedächtnis, außer zum Beispiel diese Schädel-Zerdrück-Szene. Aber auch bei der fand ich, unterstützt es einfach die Heftigkeit der Szene. Da fand ich es auf jeden Fall angemessen, dass es halt auch wirklich noch mehr schockiert, als dass du halt dann einfach siehst, so er bringt ihn um, off-screen oder so. Sondern das ist halt wirklich so, ah, das macht dich halt fertig so ungefähr. Grafisch. Genau, das fand ich auf jeden Fall gut, in Anführungszeichen, in der Szene. Und halt eben diese psychische Gewalt. Und da sieht man ja auch nicht, weil wo er dann ihr diesen komischen Riesenprügel in die Hand gibt und sagt so, ja, jetzt leg los oder so. Das siehst du ja nicht. Aber es ist einfach, das fand ich eine der krassesten Szenen. Obwohl du da nichts siehst. Aber allein diese Vorstellung und allein die Fantasie von diesen kranken Schreibern, also George R. R. Martin, fand ich noch schockierender, als die, ja, wie sagt man, visuelle Gewalt. Aber wo du jetzt grad schon die Szene ansprichst, da ist ja durchaus auch eine Figur, die ich zwiespältig sehe, weil diese rothaarige Hure, die ja eingeführt wird, eigentlich schon in der Szene mit Tyrion und dann auch, genau, ich nenne sie eigentlich mal Miss-Sex-Position, weil sie, also durch ihre Anwesenheit wurde praktisch dieser Begriff, den ja Kritiker geprägt haben im Hinblick auf die Serie, die verkörpert das eigentlich alles. Und man muss zugeben, als die dann weg war, hat sich das auch ein bisschen verändert tatsächlich mit Sex und Gewalt in der Serie. Also ich muss auch zugeben, dass ich ihren Abgang auch so ein bisschen, also das wurde damals sehr kritisiert tatsächlich, wie sich die Serie teilweise ihrer Figuren entledigt. Kannst du es nochmal erwähnen? Ich hab das grad nicht mehr am Schirm. Die hat halt einen sehr brutalen Tod, die wird von Joffrey irgendwie an seinem Bettpfosten gehängt und dann mit Pfeilen gespickt. Pfeilen durchbohrt. Aber man sieht ja, glaub ich, nur das Ergebnis, ne? Man sieht nicht die Tat an sich. Ja, aber es ist halt trotzdem schon grenzwertig, wie man da mit den Figuren umspringt. Ich weiß, aber ich hab bei Schöner Sterben Westeros Teil 1, hab ich diesen Tod auch mit aufgenommen. Ja, mit dem Song Love Hurts von Nazareth. Weil ich das fand, das war so der Moment, wo ich wirklich auch ein bisschen Angst vor Joffrey hatte. Weil das war so der letzte Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat, wo mir jetzt klar war, okay, der Typ ist jetzt nicht mehr zu retten. Ja, weil vorher ich immer das Gefühl hatte, okay, wenn jetzt einfach mal Cersei sagt, Tyrion, bitte spiel mal Supernanny für den Kleinen. Ja, gäbe es da vielleicht noch Chancen. Aber das war der Moment, wo ich dachte, okay, okay. Now we are all fucked. Ja, obwohl es gab natürlich vorher noch diese Szene, die halt Andi jetzt sich ... Also, wo er gerade eben erwähnt hatte, dass er diese beiden Huren dazu bringt. Also, diese beiden Huren sind ja eigentlich ein Geschenk von Tyrion zu seinem Namenstag. Man muss ja kurz anmerken, die feiern Namenstage, nicht Geburtstage. Und was Joffrey da mit denen macht, das ist ja eigentlich ein Affront gegen seinen Onkel Tyrion. Aber es ist wirklich so, also, wie er wirklich diese beiden Huren zwingt, sich gegenseitig zu maltretieren. Und der drückt ja der einen dann wirklich sein eigenes Zepter in die Hand. Und was da mit der passiert ist, das wird natürlich nicht gezeigt. Aber es ist schon eine wahnsinnig heftige Szene. Und wie er dann da auch sitzt mit der Armbrust. Und man hat auch völlig den Eindruck, dass er gar nichts anfangen konnte mit Frauen. Gar nichts. Das ist ja wirklich nur so ... Oder es gab noch eine schockierende Szene, wo Robb Stark ihm irgendwie ein Schnippchen geschlagen hat im Krieg. Und er dann Sansa vor den Thron kommen lässt. Und dann steht er da mit der Armbrust vor ihr von wegen, ja, euer Tod wäre ein tolles Signal an euren Bruder. Ja, ihr müsst schon lauter schreien, damit Robb Stark uns hört. Und dann kommt dann ja auch hier dieser wirklich abartige Typ von der Königsgarde hier, mehren Trant und fängt dann wirklich an ... Ja, sie hat überflüssige Kleidung, befreit sie davon. Ja, ja. Also, das ist schon eine wirklich richtig heftige Szene auch. Und wieder psychologisch. Das stimmt schon. Also, deshalb ist Ramsay auch durchaus interessant noch, am Anfang zumindest. Weil man muss sagen, Ramsay ist am Ende ... Ich ... Also, um jetzt auf Ramsay einzugehen, ich fand den Charakter eigentlich ziemlich toll, bis zu dem Punkt, wo er seinen Vater umgebracht hat. Weil danach war er für mich eigentlich nur noch so ein Bilderbuch-Psychopath. Und diese Beziehung zu seinem Vater, die hat ... Also, das kann man auch sehr gut beobachten in der Serie bei ihm oder auch bei Theon, dass das wirklich so harte Macker sind, die aber vor ihren Vätern irgendwie einknicken. Das war doch eigentlich nur die logische Konsequenz, dass er sich irgendwann seines Vaters entliegt. Ja, ja, natürlich. Aber von da an ... Die Serie findet ja nach dem Tod von Rose Bolton, also seinem Vater, ja durchaus auch relativ zügig das Ende für Ramsay. Ja. Ja. Ja, ja, gut, natürlich. Also, ich verstehe, was du meinst. Ich bin auch voll bei dir. Aber trotz allem, ich liebe es einfach, Ramsay Bolton zu hassen. Ja. Weil er ist halt eben so von Geburt an Sadist. Ja. Genau. Und vor allem ... Und vor allem hat er etwas, was Joffrey, glaube ich, so ein bisschen fehlt, nämlich so eine Art, ich nenne das mal, sadistische Intelligenz. Denn wir dürfen nicht vergessen, wir lernen ja Ramsay zuerst kennen und glauben halt, es ist so ein Kammerdiener. Ja. Ja. Das war auch richtig fies. Ja. Ja, und Joffrey ist halt jemand, der nie gelernt hat, dass ihn jemand aufhält, dass ihn jemand Nein sagt. Und seitdem er halt die Krone hat, genießt er diese Macht und testet natürlich, wie weit kann ich gehen? Und stellt dann natürlich fest, oh, ich hab überhaupt keine Grenzen mehr. Ich kann alles tun, was ich möchte. Ja. Das ist bei ihm halt eher destruktiv. Und deswegen glaube ich, dass die ... Deswegen bin ich auch der festen Überzeugung, dass die wahre destruktive Macht hinter Joffrey seiner Mutter ist. Ja, definitiv. Die ihn erweiten lässt. Ja. Ja, ja, klar. Das fand ich aber schön, eben dieser Unterschied zwischen den beiden. Weil Joffrey kam mir immer so vor, wie so ein kleines Kind mit so einem Brennglas in der Hand, der halt einfach mal so ein bisschen Ameisen verbrennt, weil er es halt einfach ganz, ganz geil findet und so. Aber er ist jetzt nicht der Schlauste halt einfach so. Und bei Ramsey, der ist halt schon so ein intrigantes Arschloch irgendwie so. Und ja, der weiß schon, was er tut und er freut sich halt so richtig an seinem, wenn seine Pläne aufgehen. Und ja, so ein bisschen intelligenterer Sadist halt einfach. Ja, man kann es so vergleichen. Joffrey ist ein kleines Kipp mit einem Brennglas, was einfach Ameisen abguckt, dass die um die Ecke kommen. Und Ramsey ist dann derjenige, der extra Zuckerstückchen auslegt, damit die Ameisen auch kommen. Genau. Sehr schön. Sehr schön. Ja, ich fand's halt bei Ramsey so schade. Also, der und Joffrey sind ja eigentlich so wirklich so die schwarzen Punkte. Aber selbst Joffrey hat eben noch so diese schwachen Momente, wo er wirklich noch so einen Hauch von Menschlichkeit zeigt. Eigentlich irgendwie auch so eine gewisse Hilflosigkeit, auch ohne seine Mutter dann zum Beispiel. Andererseits ist es dann natürlich auch so, dass er seiner Mutter richtig über den Kopf wächst. Weil die haben ja eigentlich ursprünglich Joffrey zum König gemacht, weil sie dachten, sie könnten ihn kontrollieren. Und dann erntet Cersei aber wirklich sehr schnell das, was sie gesät hat. Also, es gibt da diese sehr krasse Szene, wo Joffrey irgendwie so langsam auf den Trichter kommt, ja, hm, vielleicht hat mein Vater ja, mein angeblicher Vater ja doch irgendwie doch ein bisschen mehr rumgepimpert. Und dann maßt er sich wirklich an, zu Cersei zu sagen, ja, ich will jetzt wissen, ob er andere Frauen gefickt hat, als er eurer überdrüssig war. Und dann gibt sie ihm eine Ohrfeige, so völlig aus dem Impuls heraus und der dann so, ja, was ihr da grad getan habt, wird mit dem Tode bestraft. Ihr macht das nie wieder, ne? Und dann, also, da merkt sie wirklich, äh, was sie, was sie auf die Welt losgelassen hat. Und, ähm, er hat aber zwischendurch halt immer wieder so schwache Momente und Ramsey hat die vor seinem Vater und dann gibt es diesen einen Moment in der sechsten Staffel, äh, wo er um diese, seine Gespielin da trauert, äh, Ramsey. Ähm, also um diese, diese Miranda, äh, auf die würde ich auch gleich gerne mal zu sprechen kommen bei einer anderen Szene, die ich wirklich nicht leiden kann. Ähm, und, äh, da ist dann ja auch so, also, da, da merkt man wirklich, die hat ihm was bedeutet und dann gibt es aber bei ihm so diesen, diesen Umschwung, weil er sagt dann ja erst so, ja, äh, keine Ahnung, sollen, sollen wir sie verbrennen, Milord? Sollen die Männer einen Scheiterhaufen errichten? Nein, nein, das ist gutes Fleisch, äh, verfüttert sie an die Hunde, ne? Das ist, aber sie, da ist halt so dieses, also, wenn ihr versteht, was ich meine, so dieses, dieses Wechselspiel bei Ramsey und das hat's irgendwann nicht mehr gegeben. Und das fand ich ein bisschen schade, weil irgendwann war ja gegen Ende eigentlich doch ein relativ, ja, ich, ich will nicht eindimensional sagen, aber er war dann halt nicht mehr so interessant, er wurde dann natürlich auch kurz danach abgemurkst, aber, äh, ja, gut. Ja, aber ich glaube, wir sind uns einig, dass wir alle vier es geliebt haben, Ramsey und Joffrey zu hassen. Definitiv. Obwohl es noch andere krasse Typen gab, also krass, da fand ich zum Beispiel richtig abartig. Äh, ja, ja, äh, was ja auch interessant ist, ist, äh, so einige Entwicklungen, die dann vorgenommen werden. Für mich eine der interessantesten Entwicklungen ist, äh, Stannis, Paratheon, weil er ja durchaus als, äh, Fieger, Taktiker und Führer dargestellt wird und dann gibt's halt diesen Moment, wo er halt eben seine eigene Tochter opfert. Und das ist ja auch mit einer der heftigsten Szenen der Serie und, äh, selbst abgeburteste Game-of-Thrones-Fans waren ja davon geschockt. Ähm, wie, wie war's bei euch? Wie, 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 wie habt ihr diese Szene aufgefasst damals, Thomas? Ähm, ich wollte eher noch was ganz kurz zu dem, äh, der Frage davor ganz kurz noch erwähnen. Äh, natürlich. Äh, mal ganz kurz zurück, einen kleinen Schritt. Weil ich hatte damals zu der Zeit, äh, Spartacus geguckt, die da auch kurz vor der zweiten Staffel war und auch gerade das Spin-off gezeigt hatte. Deswegen war ich dieses ganze Blut und Sex gewöhnt. Und dachte mir dann, als ich Game of Thrones geguckt hatte, so, ja, ist ganz nett. Wobei, wobei Spartacus ja, äh, immer so diesen Greenscreen-Anstrich hatte. Ja, ja, klar, das war natürlich vollkommen überzeichnet, aber. Die wirkte auch deutlich billiger. Na, ja. Habe ich gesehen. Ja, großartige Serie übrigens. Als, wenn wir das als Team... Nein, ist sie nicht. Bitteschön. Nein, ist sie nicht. Anderes Thema. Egal, äh, kannst du die Frage nochmal wiederholen? Jetzt nicht alles. Dominik, kannst du die Frage nochmal wiederholen? Äh, wie fandest du's als, äh, als Shireen verbrannt? Achso, ja, mit, äh, Shireen, genau. Achso, als sie verbrannt worden ist. Ja. Ach, traurig. Fand ich geil. Traum. Das war super, war eine schöne Serie. Okay, Thomas, das reicht. Thomas verbrennt gern Kinder, äh, sein Zeug, die sich in Acht nehmen, nächstes Thema. Ich muss ja, ich muss ja gestehen, ich, äh, hatte mir schon gedacht, dass das kommt. Also, das ist ja auch so ein bisschen, ähm, vorgedeutet worden schon. Das natürlich nochmal zu sehen und dann auch irgendwie, weil, äh, ist dieser Charakter ja schon ans Herz gewachsen, ne? Man wusste halt, dass es dieses Mädchen ist, das die Krankheit hat und, ach, hat dann schon das Herz gebrochen, ja. Vor allem, finde ich, diese, äh, Szene spricht tatsächlich auch für die Serie. Ja. Es ist wirklich, also, wenn man hört, das hat ja Stu auch gerade eben gesagt, es ist wirklich eine der mit Abstand heftigsten Szenen und man sieht eigentlich gar nichts. Ja. Und das, das, äh, da macht die Serie deutlich von wegen, hier wird jetzt eine rote Linie überschritten, wir zeigen das nicht, beziehungsweise wir zeigen so viel, wie notwendig ist und, ja, lassen es dann einen eher hören, ne? Also, ihre Schreie, das verfolgt einen wirklich. Und was auch interessant war, dass ganz oft bei Game of Thrones, äh, Figuren, äh, die Position der Zuschauer einnehmen. Ja. Und in dem Moment, dieses Machtlose gegenüber der Situation, hatte dann halt, äh, Sir Davos eine meiner Lieblingsfiguren, by the way. Ja. Meiner auch, ja. Ja. Ich fand die Szene aber eben auch, also, es gibt halt eben hier Zunge, kubanische Krawatte oder kolumbianische und so, die halt einfach nur auf, ähm, Brutalität aus ist, aber ich meine, die Szene ist halt einfach auch für den Charakter wichtig und halt zeigt viel, also, wie, wie ernst es ihm ist und wie brainwashed er ist von dieser komischen Hexe und so. Und deswegen, finde ich, macht die Szene halt einfach mega Sinn und dann soll sie auch drastisch sein. Deswegen fand ich die gut, sag ich mal. Also, nicht schön, aber gut. Die, die ist aber auch von der Figurendynamik, ist die wahnsinnig interessant. Man muss mal drauf achten, erst, äh, also, er und seine Frau, äh, haben immer mal so Momente, wo sie jetzt so nachdenken, ist das jetzt wirklich das Richtige? Und seine Frau ist dann ja diejenige, die dann sich irgendwie doch dann losreißt und dann doch, äh, das verhindern will und von Stannis Männern zurückgehalten wird. Und als sie dann brennt, sieht man dann schon, dass Stannis so Zweifel hat, scheiße, irgendwie war das jetzt doch nicht so das Wahre. Also, das ist sehr interessant in dieser Szene und generell ist, äh, über den Stannis Handlungsstrang ist es sehr spannend, wie George R. Martin und auch die Serie, wie sie sich mit dem Thema Religion beziehungsweise Fanatismus auseinandersetzen. Und ich finde dann auch, wenn's direkt quasi zu den Charakteren und zu der Geschichte passt, dann kann das auch gerne auch übertrieben oder auch wirklich schrecklich sein, was dann dargestellt wird, auch im Gewaltgrad, weil es dann einfach auch passend ist. Anders ist es, wenn ich jetzt einfach irgendwie zwölf Köpfe abmetze und die irgendwo rumrollen lasse. Ja. Und was ich halt auch interessant finde, ist, ähm, nach, äh, der Verbrennung seiner Tochter ist ja Stannis auch so zu einer Hassfigur geworden für viele. Mhm. Und aber, dass die Folge, also er stirbt durch die Hand von Brienne, aber die, die Serie verweigert, äh, dem Zuschauer so ein bisschen die Genugtuung. Ja, dass er jetzt richtig leidet, dass wir jetzt sehen, wie Brienne in den Stück gehakt ist. Das ist ein, ja, fast schon tot im Off. Also, wenn ich mich richtig erinnere, man sieht ihn da, äh, knien da am Baum und dann sagt er noch irgendwas und dann holt halt Brienne mit dem Schwert aus und schnitt. Ja, man sieht's nicht, ne. Sein letztes Wort ist auch Pflicht. Ja. Ne, tut eure Pflicht und er ist ja auch ein sehr pflichtbewusster Typ gewesen. Ich muss zugeben, ich mochte Stannis nie so. Nee, ich auch nicht. Ähm, aber ich fand ihn, ich, ich, ich fand ihn interessant und halt auch wie er, wie er in diesem Fanatismus versinkt. Und da war's immer viel cooler. Ich fand Stannis halt in der Hinsicht interessant, weil es die Figur war, mit der wir zum ersten Mal so richtig mit dem Fantasy-Aspekt in Verbindung gebracht wurden. Das stimmt, ja. Weil er ja seinen Bruder mit diesem komischen Schattendämon um, äh, umbringt. Oh, ja. Eine Szene, die, die mich damals, äh, ziemlich perplex zurückgelassen hat, weil ich hatte mich so daran gewöhnt, okay, es spielt halt in einer fremden Welt, ja, aber, aber in einer Welt, in der es halt eigentlich noch, in Anführungszeichen, realistisch zugeht. Ja. Und die Drachen waren ja noch nicht geschlüpft. Und plötzlich, äh, ja, springt da so ein Schattengeist aus der, aus der, aus der Vagina von Clarice van Houten. Äh, das, das war schon irgendwie seltsam. Das, das war auch echt eine Szene, die, ähm, ja. Gerade das ist aber auch dann, was der achten Staffel vor allen Dingen auf die Füße fällt. Also dieses, äh, eingebaute Mystische, was sie ganz, ganz oft an ganz vielen Stellen dieser Serie gezeigt haben, aber dass alles oder vieles in, in so losen Enden einfach aufhört. Ja, oder dass sie sich auch jetzt in der achten Staffel dann ein bisschen manchmal sehr, äh, drauf ausruhen, ist mir einfach im Nachhinein auch aufgefallen. Sie ruhen sich schon ein bisschen sehr auf, äh, aus, aus, auf, auf, auf diesem Schicksalhaften, ne. Ja, genau. Also bei, bei, bei Beric Dondarrion ist das ja eigentlich, also Thomas, das hast du eigentlich auch gut rausgestellt in unserem Recap zur dritten Folge. Unbedingt anhören und Minute 55 besonders. Ähm, äh. Aber kurze Zwischenfrage, Dominik. Beric wer? Beric Dondarrion. Wer? Der Typ, in dem leuchtest schwer. Bernd. Ach, Bernd. Ja, Bernd. Bernd das Feuer. Ach so. Ja, ja, die müssen hier rein, stimmt. Ähm, eigentlich, also ich meine, ich hatte da auch nochmal, weil meine Mutter, äh, hatte sich jetzt die Folgen nochmal angesehen und sie meinte zu mir so, ja, das ist ja total schicksalsrecht. Und dann dachte ich mir so, toll, er ist 19 Mal aus dem Grab zurückgeholt worden, weißt du, man lässt ihn einfach nicht in Ruhe, damit er einfach nur ein Schwert wirft. Ja. Also, das ist, das ist schon ziemlich doof eigentlich. Ähm, wirklich, also vor allem, ich mochte den Charakter eigentlich, ähm, er war auch eigentlich interessant, so von der Prämisse, so von wegen, so, ja, weiß ich nicht, er stirbt mit jedem, äh, mal ein bisschen mehr und so und seine Substanz bricht allmählich weg und wie, wie muss sich so jemand fühlen, wenn er irgendwie auch nicht wirklich weiß, was jetzt mit ihm ist, weil er sagt ja an mehreren Stellen, ja, irgendwie kapiere ich unseren Herrn nicht so wirklich, also der Herr des Lichts. Ähm, und, äh, ja, man muss sagen, Beric Dondarrion ist halt auch so eine Figur, das, das, das sind so Figuren, die kommen, äh, aus dem, aus dem Buch und dann weiß die Serie aber teilweise nicht wirklich so mit dem viel anzufangen, ne? Total. Ich wollte auch grad sagen, also, den hätten sie einfach irgendwie, also, diese Rauch-Alien, äh, Dämon-Geschichte und so und auch ihn und so, also alles, was so ein bisschen diese, ähm, wie heißt sie, Missandei, nee, Schmand ist die andere, Melisandre, Entschuldigung, ähnlich, ähnlich, knapp daneben, ja genau, aber alles, was die so ein bisschen um, 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 wirbt, äh, ne, egal, ähm, fand ich ein bisschen überflüssig, also dieses Rauch-Monster und halt auch diesen Feuerschwert-Typen, na, Bernd, äh, weiß ich nicht, fand ich irgendwie, jetzt sagen wir mal, als Buch-Nicht-Kenner und so, an der Serie fand ich die einfach überflüssig, also, da ist dieser Typ, der anscheinend schon tausendmal zum Leben erwacht, erweckt wurde und dann fand ich, hat das auch so ein bisschen den Drive aus dieser John-Snow-Geschichte genommen, weil ich mein, ja, toll, da war das jetzt gar nicht mehr so besonders, aber. Ja, genau, das ist ja das, ne, also, was Dominik gerade gesagt hatte mit dem, mit dem Schicksal, ne, also, es wird so getan, als wenn es dieses Schicksal gibt, als wenn alles doch schon irgendwie vorherbestimmt ist, aber dann wirkt es sehr, sehr, sehr witzlos, so irgendwie, also, dann bringt er da hin, wirft das Schwert und, hey, cool, Aufgabe erfüllt, aber es war schon geplant, dass du irgendwann da hinten stehst, ne, und dann schmeißt es und dann ist gut. So. Ja, aber interessant, interessant finde ich, dass deine Mutter das gesagt hat, also, mich würde interessieren, was meine Mutter zu Game of Thrones sagt. Ich glaub, die schaut nur den Bergdoktor. Meine Mutter sagt zu Game of Thrones folgendes, schöne Landschaftsaufnahmen, aber so brutal. Ja, meine Eltern haben gesagt, äh, die Schlacht war zu lang, das könnte das sein können. Ja gut, es ist durchaus legitim, aber es ist ja auch natürlich immer die Frage, also, man muss ja sagen, die Schlacht um Winterfell dann in der achten Staffel dann jetzt ist ja nicht nur stumpfes Gemetzel, na, das muss man ja auch sagen. Ja, ja. Ja. Gut, äh, ich mache mal so einen leicht harten Cut, weil, äh, Dominik das schöne Wort Gemetzel gesagt hat und würde ganz gerne zu einer nicht unwesentlich wichtigen Szene kommen, die in der neunten Folge der dritten Staffel passiert. Ähm, äh, ja, wer jetzt nicht weiß, worum es geht, äh, dem sei gesagt, Hochzeiten in Game of Thrones, äh, enden manchmal nicht nur mit einem Kater. Ja, wie heißt es so schön bei den, äh, Dothraki, eine Hochzeit, äh, äh, mit weniger als drei Toten wird als reizlos empfunden. Ja, ich glaube, die Dothraki würden der roten Hochzeit bei jelb fünf von fünf Sternen gehen, ja. Gefällt mir. Glück. Ja, ähm, ich erzähle mal kurz was dazu. Ich habe, ähm, drei, vier Tage vor die Folge On Air kam, äh, im Internet was gelesen. Und da hat jemand geschrieben, äh, ein Buchkenner, dass er sich total auf die nächste Folge freut, weil es wohl durchgesickert ist, dass dann das passiert. Und ich dachte, was ist denn das? Äh, was kann das sein? Und dann habe ich mir die Folge halt angeguckt. Und ich wusste halt nichts vorher. Also ich hab, ich, äh, hab mich nicht gespoilert. Ähm, und damals war es noch so, dass relativ noch offener gespoilert wurde. Heute mittlerweile haben die meisten ja gelernt vorher zu sagen, Achtung, Spoiler, oder anderweitig zu kommunizieren. Habe es also geschafft, ohne Spoiler die Folge zu gucken. Und die Folge fängt an. Und ich denke mir so, ja, ich muss dazu auch vorweg sagen, ich fand Rob Stark immer total öde. Ja. Immer. Äh, ich fand, Catelyn Stark war immer so eine kleine Hassfigur, weil ich es nie verzeihen konnte, wie sie Jon Snow behandelt hat. Oh. Ja, es tut mir leid. Catelyn ist so eine tolle Figur gewesen. Ja, super, super. Und Michelle Fairley, großartig. Ja, heul doch. Ähm. Face off, face off, äh, großartig. Ja, äh, machen wir es kurz. Ähm, Sie sind zu Gast bei Walder Fry, äh, gespielt von David Bradley, bekannt als, äh, Finch, Ausmeister Finch aus dem Harry Potter Film unter anderem, oder Huttfass. Es sind so viele Schauspieler aus Harry Potter in dieser Serie gelandet, das kann man gar nicht alles aufzählen. Ja, wobei, äh, am coolsten ist immer noch, äh, Rory, wie heißt der, 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 Rory McCann. Genau, der in Huttfass halt, ja, ja. Aber okay, darum geht's nicht. Wir reden über die Rote Hochzeit und ich mein natürlich, die Rote Hochzeit ist deswegen legendär, weil dort eben mal kurz, ja, zwei, drei unglaublich wichtige Figuren niedergemetzelt werden und dazu auch noch, äh, ein Reveal kommt, nämlich, dass Rose Bolton die, äh, Starks verraten hat. Ja, was kann man über diese Szene sagen? Ich glaube, jeder, der Game of Thrones kennt, hat diese Szene gesehen. Ähm, Andi, kannst du dich noch erinnern, als du dir das gesehen hast? Was war deine erste Reaktion? Ich fand's ganz passend, was du gesagt hast, also das war halt auch so, dritte Staffel irgendwie, da war ich halt auch noch nicht so drin, also ich mein, ich hab das dann schon verfolgt und so, aber ich weiß da auch nicht so wie heutzutage, dass man da irgendwie das Internet ausschaltet, bevor man die letzte Folge sieht und so. Und da hab ich halt auch schon gehört, so, oh krass, 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 alles krass und ich hab auch schon den Begriff Red Wedding und bla 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 und ich konnte mir dann schon zusammen reimen ungefähr, was passiert, aber, äh, dass es dann so drastisch war und alleine diese Szene, also ich mein, äh, wie heißt die Frau von Rob Stark? Talissa. Genau, also das war halt einfach krass. Ja, das gab's auch nicht, das gab's auch nicht im Buch. Da haben sie tatsächlich noch, äh, einen drauf gesetzt, weil im Buch ist es eine völlig andere Figur, die auch gar nicht bei der Hochzeit da ist und, äh, dass der hier in den Mutterleib gestochen wird, vor allem, man muss mal überlegen, wie, wie perfide das ist, ne, sie töten sie und ihr ungeborenes Kind mit einem Schwertstreich, ja. Es ist einfach so drastisch und, ja, ähm, wie gesagt, es sollte schockieren und die wissen halt einfach oder wussten, wie man, wie man schockiert und das war einfach echt, ja, schockierend. Was ich noch so sagen kann von der, äh, medialen, äh, äh, Betrachtungsweise, ich kann mich noch erinnern, also vorweg, die rote Hochzeit war für mich der finale Anstoß, äh, diese Bücher, beziehungsweise diesen Schuber, den ich mir gekauft hatte nach der zweiten Staffel, endlich mal anzufangen, ähm, und ich kann mich erinnern, dass, äh, das fand ich halt richtig krass, irgendwann kam meine Mutter zu mir an und sagte zu mir, hör mal im Morgenmagazin, haben die grad was über Game of Thrones gesagt, dann denk ich mir so, okay, was erzählen die da jetzt von irgendeiner Serie, ja, das soll richtig heftig gewesen sein, das soll schon was von einem Horrorfilm oder so gehabt haben, okay, will ich mir jetzt angucken, weil ich wusste ja noch nicht wirklich, was das ist, ich hatte nur gehört, dass da halt, ja, jetzt irgendwie ein Ereignis kommt oder was, aber konkret, was das ist, wusste ich nicht und, äh, ja, bei der Folge selber muss man ganz ehrlich sagen, man war, ähm, man ist, man ist wirklich fertig am Ende bei dieser Folge. Und jedes einzelne Mal, also allein schon, man muss mal drauf achten, äh, wenn Catelyn Stark am Ende die Kehle durchgeschnitten wird und dann man eigentlich nur noch so eine Facke sieht und dann Schwarzbild, es gibt nicht mal Musik am Ende. Ja. Alles still, alles komplett still. Ja, das hat das alles so schön unterstrichen, also wirklich, da hast du echt einfach nur so ausgeatmet und dann so, ah, uff, keine Ahnung, und ich fand auch die Szene krass, also irgendwie, das sind so Kleinigkeiten, ähm, da kannst du bestimmt genaueres dazu erzählen, nö, aber, ähm, ähm, wer auch immer was auch mit diesem Wolfskopf auf dem Kopf nochmal da rum, auf dem Pferd rum, da ist er überhaupt mit dem Starken. Ja, genau, also das, das war halt einfach alles so derb. Vor allem, was halt auch krass war, äh, ich, mir tat Ari ja auch so leid, die ja dann durch ihre Hochzeit ihre, ihre, ich nenne es mal, äh, Reisebeziehung mit Sir Sandor Clegan angefangen hat, ähm, weil, was dieses Kind alles miterleben musste, die war ja live dabei, als ihr Vater geköpft wurde, und jetzt sieht sie da, wie ihr geköpfter Bruder mit einem Wolfskopf durch die Straßen getrieben wird, äh, das ist halt echt krass. Ja, das ist einfach so krass pervers einfach, diese Szenen, also ich mein, ich hab das gar nicht so richtig beim ersten Mal schauen, alles, äh, ein, äh, aufnehmen können, was da so für kleine, komische Absurditäten passieren, das war schon echt auf die Spitze getrieben. Ich kann mich auch noch erinnern, ich hab, äh, bevor die Folge überhaupt ausgestrahlt wurde, hatte ich, äh, in den Score reingehört, von, äh, Ramin Javadi, und, ähm, dieses Stück heißt ja einfach nur The Lannister, Sam, their regards, und hört da mal wirklich rein, das hat echt schon was von Psycho, also so diese, diese aggressiven, äh, Geigen, und dann, oh, das, das ist wirklich wie, 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 wie so eine Woge bricht das über dich herein, auch akustisch, also großartig auch gemacht, ähm, und die, die, die Folge ist, ja, es ist, das, das war, glaub ich, so wirklich die erste Folge, wo man wirklich so gemerkt hat, jetzt ist endgültig der Hype da, ne? Was, äh, ich vor allen Dingen besonders fand, also neben den erschreckenden Szenen, die dann auch gekommen sind, also ich war auch perplex am Ende, äh, auch dieses Gefühl, was sie dann draußen gezeigt haben, dieses Setting von wegen, da wird überall noch gefeiert, ne, manche kriegen das gar nicht mit, wobei ich hab mich dann immer gefragt, was ist dann eigentlich mit, äh, Rops Armee, also mit seinen Treuen tatsächlich, wurden die alle abgeschlachtet, also das wurde, ähm, ja, sicher, doch, es wurde halt nicht, nicht so ganz gezeigt, zumindest. Doch, es wurde gezeigt. Ja, aber es müssen auch Tausende gewesen sein, oder? Ja, na, ja, natürlich, ne, ne, die wurden, die wurden alle liquidiert, da gibt's auch diese Szene, wo, ähm, wo, wo Arya, äh, irgendwie da, da hinhuscht, ja, und dann, äh, man, man merkt richtig, sie, sie freut sich, Stimmen aus dem Norden zu hören, ne, also halt Nordmänner, das, das klingt vertraut für sie, und da freut sie sich, und dann, äh, kommen da irgendwelche Freisten und sagen so, ja, jetzt geht's heimwärts, ne, ja, eher nicht, äh, und dann, und dann werden die alle niedergeschlachtet. Also, das, das wurde schon gezeigt, auch die ganzen Feldlager, die sie da hatten, da, äh, waren ja auch teilweise noch, äh, Starks irgendwie am, am Kämpfen gegeneinander, so, so Schaukampf oder was teilweise, die wurden alle niedergemetzelt. Und vor allem, was ja auch für mich krass war, Rob Starks Kampf gegen Joffrey war ja essenzieller Bestandteil, und der ist ja quasi damit weggebrochen, weil Rob Stark nicht mehr existent war, und seine Armee größtenteils nicht mehr existent war, und damals war es doch so, wenn, wenn es hieß, ja, ein Großteil der Armee ist tot, dann war er jetzt auch tot, nicht wie in Staffel 8, wo dann wieder, aber es ist eine andere Geschichte. Ja. Ach, was ich noch erwähnen will, aber wie gesagt, ich hab das, ich werd's mir vielleicht gleich nochmal anschauen, aber, ähm, allein dieses, ähm, ach, wie schön diese Szene aufgebaut war, mit der Musik halt, einfach diese, diese Erkenntnis, oh fuck, hier ist was faul, das war einfach so großartig, das war wirklich sehr schön. Ich muss ja sagen, ich wusste dann auch schon, wenn das was kommen wird, weil, ähm, da dieses, äh, diese Aufbau von Folge 9, dass in Folge 9 halt was Besonderes passiert, ne, das war da halt schon da, ne, dementsprechend wusste man schon, okay, jetzt Folge 8 zu Ende, jetzt in der nächsten Folge passiert irgendwas Großes, und was ich auch noch sagen wollte, das hat ihr ja vorhin auch schon richtig, äh, gesagt gehabt, das mit den, äh, Spoilern im Internet fingen da, für mich zumindest bei dieser Serie an dem Punkt auch sehr stark an, ja, also, dass halt, äh, GIFs entstanden sind, dass ganz viel getwittert worden ist, dass man in Facebook nicht mehr die Timeline so rotterscrollen konnte, weil irgendjemand, äh, hab dir das schon gesehen, also, äh, die, die, die Gefahr, dass man halt vorher tatsächlich gespoilert wurde, war da schon sehr stark. War das vielleicht sogar auch, äh, der Ursprung dieser Reaction-Videos? Ja, 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 das hatten die angestoßen, ja, das, das hatten die angestoßen, äh, tatsächlich von HBO, die Buchleser sollten, äh, ihre, äh, unwissenden, äh, Kompagnons, äh, dabei filmen, da gibt's auch wirklich elllange Zusammenschnitte und eins fand ich mal sehr geil, wie George R. Martin irgendwie bei Jimmy Kimmel oder was auch immer saß, keine Ahnung, ob's den da schon gab, ähm, und, äh, dann wurde ihm das gezeigt und da meinte er so, ja, jetzt wissen diejenigen, die es nicht wussten, warum ihre Freunde vor 15 Jahren so völlig fertig mit der Welt waren. Es ist ja auch lustig und bei der Folge durchaus, ähm, angebracht, aber was die da für einen Trend losgebrochen haben, also, ähm, das ist ja wirklich eine moderne Krankheit, also die, die Reaction-Videos zu jedem Furz, ey, ach Gott. Ja, aber mittlerweile gibt's so noch Erklär-Videos. Oh, die sind noch schlimmer, aber Reaction-Videos, ähm, da gibt's ja auch hier diese, äh, muss Gibt es irgendwie so eine, so eine Bar in den USA oder in England, ich weiß nicht, da sitzen auch irgendwie immer dieselben Leute, weil sie halt besonders tolle Schock-Grimassen haben, ne? Ja. Das ist, das ist zu einem richtigen Kult schon erhoben worden an der Stelle. Es gibt sicher auch schon Reaction-Videos auf Reaction-Videos, würde ich mal behaupten. Stimmt. Ja, ja, klar, die gibt's auch, ja. Also, ich glaube, woran wir uns einig sind, ist, dass gerade die Folge, äh, Seriengeschichte geschrieben hat. Ja. Definitiv. Ja, das ist wahr. Das ist... Ähm, und vor allem, sie wird immer mit Game of Thrones in Verbindung gebracht werden. Also, natürlich, die, die, die Köpfung von Sean Bean in der ersten Staffel ist auch so ein Moment. Aber ich glaube, dass die Red Wedding durch ihre Drastik noch, noch, noch eine Stufe höher ist. Weil, 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 weil da war's, bei, bei Sean Bean war's ja so, okay, er ist tot, es war überraschend, aber wir haben noch ganz viele andere heldenhafte Figuren. Ja. Ja, und Rob Stark hat ja seine Rolle eingenommen und jetzt ist Rob Stark tot, seine Mutter ist tot und halt, was Dominik hat schon gesagt hat, wie, wie, wie brutal einfach diese armen Frau in den Babybauch gestochen wird. Ich stelle mir jetzt gerade vor, wenn du jetzt in eine Hochzeitsplanung hingehst und sagst so, ah, ich hätte total gerne eine rote Hochzeit. Möchten Sie das wirklich? Walda Frey kommt zum Besuch. Ja, kennt ihr, kennt ihr, kennt ihr von ProSieben diesen Franck Matthieu, diesen Hochzeitsplanner? Ja, 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 ja. Nein, Frank der Wedding Planner. Stell dir das mal vor, ich habe eine total tolle Idee für diese total tolle Hochzeit hier. Also zuerst einmal wird die Braut abgestochen. Dann der Bräutigab und dann die Mutter. Und dann töten wir seine ganze Gefolgschaft. Mit der Braut wird das unählliche Kind abgestochen. Ja, ja, ja. Ja, ich muss zugeben, diese Szene nimmt mich auch wirklich jedes Mal mit. Also wenn Rob da irgendwie auf seine Frau zukriecht und die da wirklich blutüberströmt liegt und dann Walda Frey dann auch so, ja, the King in the North arises, ne, und dann kommt Catelyn irgendwie auch an, ja, jetzt hört auf mit der Scheiße, sonst schneide ich eurer Frau die Kehle durch. Och ja, ich finde eine andere. Ja. Also dieses pädophiler Arschloch da auch wirklich, also der ist auch halt wirklich, also der war zwischendurch auch wirklich der Hasscharakter Nummer eins, ne, Walda Frey. Ja. Wobei... Schön Dialekt auch. Wobei, was, 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 was war so gegen es mir? Ich habe zwar immer gemerkt, dass Tywin Alistar der wahre König ist, der wahre Chef, der Lannisters, aber erst nach der roten Hochzeit, als sie dann zusammensitzen, die Lannisters, und Tywin darüber berichtet, wurde mir nochmal richtig bewusst, okay, Joffrey ist der Sadist und trägt die Krone, aber der Big Boss ist Tywin. Der war ja schon auch, ähm, in den Zeiten des Mad Kings war der ja auch schon der eigentliche Strippenzieher. Jetzt wollte ich auch mal ein bisschen ausholen. Ja, der, ähm, es ist in der dritten Staffel generell interessant, wie das immer wieder unterstrichen wird. Also vor allem in dieser Szene da, äh, wo Tywin ihn auf Deutsch gesagt ohne Abendessen ins Bett schickt, also Joffrey. Äh, und dann auch diesen Satz äußert, jemand, der sagen muss, ich bin der König, ist kein König. Ja. Aber es gab dann auch, um das, um das, äh, das, das wurde halt auch gut aufgebaut, weil es gibt eine geniale Szene in einer eigentlich ziemlich schwachen Folge, auf die ich nachher unbedingt noch zu sprechen kommen möchte. Das ist, äh, The Bear and the Maiden Fair, die Folge, also der Bär und die Jungfrau her, da gibt es diese Szene, wo Joffrey sich darüber beschwert, dass er nicht konsultiert wird über irgendwelche Entscheidungen. Er sitzt da auf dem eisernen Thron, Tywin kommt herein und Joffrey beschwert sich und Tywin steigt dann die Stufen zu ihm hoch und man merkt wirklich, Joffrey wird immer kleiner auf seinem Thron. Und da merkt man wirklich, das ist der Big Boss, ja. Also, Charles Stance auch klasse in der Szene, generell auch klasse in der Serie, ja. Also, darauf habe ich auch Bock, mir das nochmal alles anzuschauen, weil ich erinnere mich auch noch an die Szene, wie er das erste Mal in Erscheinung tritt, ich glaube, das war das, wo er diesen Hirsch ausnimmt oder so, glaube ich. Ja, ja. Ja, genau, und am Anfang dachte man sich, also, hey, den Schauspieler habe ich schon mal gesehen, ist der jetzt wichtig, was macht der da, keine Ahnung, und mit diesem ganzen Background-Wissen oder so freut man sich umso mehr, diese ganze Serie nochmal anzuschauen. Da freue ich mich schon drauf. Die Symbolik mit dem Hirsch ist halt auch grandios, ne. Also, ich habe mir da eigentlich erst so gedacht, so, okay, ein Mann von seinem Stand weidet da irgendwie ein Hirsch aus, vor allem. Und das ist ja wirklich, das ist so explizit auch in dieser Szene, ne. Das liegt daran, weil es ein echter Hirsch war. Oha. Ja, und das ist halt, das ist auch genau an dem Bruchpunkt mehr oder weniger von dieser Staffel, wie ich finde. Also, da geht dann wirklich erst richtig der Konflikt los zwischen Starks und Lannisters, ne. An dieser Stelle empfehle ich auch nochmal Godzilla 2, King of the Monsters, wo Charles Stance auch den Antagonist spielt. Ja, ich empfehle ihn gegen Charles Stance in Last Action Hero mit unserem Freund Arnold. Oh ja, großartig, ja. Ich empfehle ihn in dieser Serie und mir hat es auch vorhin ein bisschen das Herz gebrochen, denn ich habe ein Video gesehen, wo alle möglichen Schauspieler aufgeführt wurden, die die Serie überhaupt nicht leiden können. Und da war er auch bei. Und auch Stephen Delane, der Stannis spielt und auch Ian McShane. Vor allem das Geilste ist, Ian McShane kann mit der Serie eigentlich gar nichts anfangen. Er hat selber mal gesagt, für ihn ist es Blut, Titten und Drachen. Wo war der denn da drin? Äh, der hatte in der sechsten Staffel hatte der, äh, einen Gastauftritt, da spielt der so einen Gläubigen. Ach, mit dem The Hound ganz am Anfang. So einen Septon, genau. Ach, stimmt, stimmt, stimmt. Und er hat leider auch schon, der hat auch echt viel verdorben, weil er hat schon vorweggenommen, ja, ich bringe einen lange totgeglaubten Charakter zurück. Und da haben sich dann schon viele gedacht, das ist der Hound. Ja, und das ist halt so ärgerlich, weil, äh, also Ian McShane ist eigentlich großartig in dieser kurzen Rolle. Er hat ja auch selber gesagt, ja, ich hab einen Gastauftritt in Game of Thrones und, äh, wen wundert's, ich, äh, überlebt nur eine Episode. Ähm, aber was halt so sein Hauptbeweggrund war, er wollte halt mit seinen beiden Kumpels Charles Dance und, äh, Stephen Delane, äh, zusammenspielen und hat dann erst im Nachhinein gepeilt, oh, scheiße, die sind schon ein bisschen länger tot. Ja. Was ja nach der roten Hochzeit, äh, von vielen Fans halt auch vehement gefordert wurde, ist, dass endlich, äh, Joffrey dran glauben muss. Mhm. Und ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, aber ich war doch überrascht, dass wir gar nicht so lange darauf warten mussten. Ja. Nämlich in der vierten Folge der vierten Staffel war es, soweit ich war. Ja. Dominik? Nee, nee, zweite Folge. Fünfte? Zweite? 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 Ähm, ach Gott, der Nöwe und die Rose heißt sie, glaub ich. Ja. Okay. Äh, und der erneute Beweis, Hochzeit der Game of Thrones, keine gute Idee. Ja, und das war auch schön, dass sie halt sogar damit dann halt irgendwie diese Überraschung und diese, die Erwartungen gebrochen haben, weil du denkst dir nicht, dass in der zweiten Folge das gleich passiert. Und das fand ich total gut. Ja, und ich hab damals, äh, auch, äh, so Leute gelesen, die dann so schon, äh, so rumfantasiert haben, dieser oberen Mattel, der jetzt neu in der vierten Staffel ist, der Typ aus Dorne, der ist ja voll cool. Der wird Druffy garantiert killen. Ja. Und dann, zack, Hochzeit, zack, Druffy Gift, zack, tot. Und, ähm, es war ein sehr elendes Ende. Mhm. Aber ich muss gestehen, ich fand's schlör wie geil. Das war halt so ein richtiger, handfester Gore-Moment, ne? Ja, das war super. Also, da kann ich mich auch erinnern, das hat auch Thilo, äh, äh, in unserem Recap gesagt, äh, wo es du auch dabei war. Er hat, äh, ähm, steif und fest darauf bestanden, dass diese Folge damals wirklich mal ab 18 war bei Sky. Nein, 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 es ging, es, das war die obere Mattel-Folge, aber ich war gerade eben auch bei Joffrey. Ich dachte, du hast dich jetzt auf oberen bezogen, ja. Nein, nein, ich meinte jetzt erst mal den Tod von Joffrey. Der war aber auch schön. Der war aber auch schön. Ja. Ja, das fand ich auch schön, weil ich hab schon gehört, dass er vergiftet wird irgendwie. Ähm, da hat irgend so ein Arschloch gespoilert. Und dann dachte ich schon so, oh, das ist aber wahrscheinlich ein bisschen langweilig. Aber dass sie's dann auch noch so inszeniert haben, dass er dann doch noch ein bisschen zermatscht wird, mehr oder weniger, fand ich ganz nett. Wobei, man muss sagen, diese Folge ist schon vom Drehbuch her vielleicht ein bisschen sehr forciert, weil, äh, die ganze Folge will einen eigentlich nochmal wirklich, äh, daran erinnern, oh, Joffrey ist ein Arschloch, ja. Und das brauche ich dann irgendwo nicht. Ja. Ja, doch. Ja, ja. Also, es ist trotzdem eine großartige und auch sehr aufwendige Folge. Also, diese ganze Hochzeit da, ne? Ja. Mit dem Bankett und den vielen Schauspielern und dann auch diesen, diesen unglaublich geschmacklosen Scheiß mit den, äh, Kleinwüchsigen, die da irgendwie den Krieg nachspielen. Ja. Da weiß ich auch noch, da war meine Mutter, äh, damals richtig abgestoßen. Ähm, und die Folge arbeitet es aber eigentlich heraus, dass es keiner lustig findet, außer Joffrey. Ne? Also, ich bin immer noch schockiert davon, von dem Fakt, dass du das mit deiner Mutter schaust. Also, ich stelle mir die ganze Zeit vor, wie ich das mit meiner Mutter schaue. Also, das, ich, das geht nicht, glaube ich. Also, ich werde es mal, ich werde es mal anstoßen. Also, ich kann sowas mit meinen Eltern schauen. Ja. Ich habe es mit meiner Mutter, äh, einmal geschaut, aber, äh, also, die hat es von sich aus geguckt. Und dann habe ich mitgeschaut, sie hat sich das, äh, via Festplattenrekorder von RTL 2 aufgenommen. Und es ist sehr interessant, weil sie da, also meine Mutter voll, äh, voll drin war, aber auch immer die Hand bereit hatte, um sie für die Augen zu halten, wenn halt irgendwas getan ist, weil meine Mutter halt Gewalt im Film oder Serie nicht abhaben kann. Hm. Festplattenrekorder. Meine Mutter hat nicht mal ein Handy. Also, ich habe meinen Eltern diese Serie empfohlen. Oh. Und die haben dann erst dann angefangen zu gucken. Okay. Und sie gucken sie immer noch, oder? Ja. Haben zu Ende geguckt, ja. Ja, immerhin. Ja, so meine Eltern sind da jetzt nicht so, äh, keine Ahnung, also, ich, ich, ich habe nur einiges mit denen gesehen, auch irgendwelche wirklich krassen Horrorfilme, wobei für meine Mutter dann manchmal halt Schluss ist, wenn, wenn so Gewalt zu einem Selbstzweck verkommt. Und, äh, da kann ich mich dann, äh, durchaus auch anschließen. Ja. Also, meine Mutter fand sogar der Tatortreiniger zu schlimm. Naja. Egal. Ja, der, der, das ist abschließend, aber der Ehemann meiner Mutter, der auch Game of Thrones guckt, der hat einfach mal die komplette fünfte Staffel ausgelassen, weil er keinen Bock hatte, äh, und wollte, dass es vorangeht, und hat er komplett die fünfte Staffel weggelassen, das hat ihn nicht gestört, dass er nicht wusste, wo plötzlich so Figuren wie, 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 äh, wer ist in der fünften Staffel gestorben? Ja, egal. Dann hat ihm aber die achte Staffel wahrscheinlich ganz gut gefallen. Nee, 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 er hat erst die siebte geguckt. Ach so. Ach so. Weil der halt, äh, RTL 2, das halt eben guckt, ne? Oh Gott, ja. Ja, die, die Serie könnte ich auch niemals, also, jedem, äh, der die auf RTL 2 guckt oder aufnimmt, kann ich nur empfehlen, guckt sie euch nicht live an, sondern nehmt die Wiederholung nachts auf. Ja, weil da ist kaum Werbung drin und ganz ehrlich, diese Serie darf man nicht mit Werbung gucken. Zitat, äh, des Ehemannes meiner Mutter, als ich ihm dasselbe gesagt habe, sagt er, wieso ist doch gut, dann verbraucht es nicht zu viel Zeit. Äh, okay. Ja, danke. Obwohl ich schon gespannt wäre, wo die die Werbung setzen. Also immer so direkt, bevor was Schlimmes passiert oder so, ach, keine Ahnung, da kann man bestimmt schöne, äh, Werbeblöcke... Eine, eine Schwarzblende hat nur noch eine Achtelstaffel. Ja, die ist dafür reserviert gewesen. Aber ich kann mich auch erinnern, die Philosophie, äh, also so die, die, die Ausstrahlungspolitik von RTL 2 hat sich auch verändert, weil ich kann mich erinnern, die erste Staffel wurde tatsächlich in so einem Wochenendmarathon rausgeballert. Also irgendwie an drei Abenden jeweils drei bis vier Folgen. Und das habe ich mir dann auch alles aufgenommen. Ähm, und dann hatte ich zwischendurch mal so reingeguckt und dann meinte meine Mutter zu mir, was nimmst du denn da für eine Scheiße auf? Weil da war irgendwie Karl Drogo mit, ja, 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 da irgendwie vor dem, vor dem Feuer oder so und dann irgendeine Scheiße mit, oh, ich werd ihre Frauen schänden und so, du Scheiße, was nimmst du da auf? Weil ich hatte erst gar nicht reingeguckt und dachte ich mir so, okay, und keine Ahnung, also meine Mutter war am Anfang sogar echt ein bisschen abgestoßen von der Serie und, äh, dann, dann hatten wir uns aber geschworen, äh, dann, dann hatte ich, also wir hatten die erst auf der Festplatte, dann hatte ich die geschnitten, Werbung raus, ne, und da hatte ich mir gedacht, ja, wenn jetzt die zweite Staffel kommt, dann, ja, da musste sie jetzt irgendwie doch brennen, da kannst du die nochmal angucken. Dann haben wir uns die, hab ich die nochmal angeguckt, dann waren wir irgendwie zwei Wochen später aus dem Media-Magen, da hab ich mir die Blu-Ray geholt, wirklich. Also, das war auch so mein Widerstand gegen diesen RTL-2-Scheiß. Ich weiß dann, dass ich Staffel 2 dann noch irgendwie aufgenommen hab auf RTL-2, aber dann war Schluss. Ich hab damals schon nur noch in HD geguckt, von daher war Fernsehen sowieso vorbei. Ja, ich dachte mir auch wirklich, als ich hier die Blackwater-Folge gesehen hab, dachte ich mir so, ganz ehrlich, das guckst du dir doch nicht auf RTL-2 an. Das raubt dem Ganzen auch wirklich, äh, irgendwie die, 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 so, die, die Ausmaße, weil Blackwater hat ja schon so leichte Kinodimensionen gehabt in meinen Augen, ne? Ja. Kommen wir mal zu der einen Szene, die jetzt der Andi schon fälschlicherweise angesprochen hat. Was? Wie war's? Schieß los, ich weiß nicht, was du meinst. Äh, ich meine eine Szene, in der ein großer, bulliger Typ gegen einen schlanken, agilen Mann kämpft und der schlanken, agilen Mann eigentlich danach aussieht, als würde er gewinnen. Äh, nur leider ist dieser schlanken, agilen Mann, nennen wir ihn mal, äh, oberen, ja? Oder den Mandalorian. Stimmt, in Zukunft, ja. Wir müssen doch hier für Movie Break, ich meine, hey, ich, äh, ein bisschen Movie Facts raushauen. Movie Break. Ja. Geil. Ich darf das jetzt auch mehr oder weniger schon sagen. Ja, ja. Also für den Tele-Stammtisch natürlich auch, aber, ähm. Ja, der Tele-Stammtisch ist der zweitbeste, äh, deutsche Podcast der Welt, so. Sagen wir einfach so, die besten Podcasts der Welt haben sich heute hier zusammengeführt. Ja, genau. Ja. Und Thomas, stopp. Thomas, was? Nein, äh, ähm, reden wir mal kurz über oberen Mattel aus Dorne, der ja in der zweiten Staffel dazukam, gespielt von Pedro Pascal und der instant von allen Leuten anscheinend geliebt wurde, äh, und obwohl es die rote Hochzeit ja gab, viele schon davon träumten, dass oberen Mattel jetzt der neue Superheld wird, der alle, alle Bösen besiegt und dann kam es halt wieder zur Überraschung im neunten Episode, äh, bemauten in The Viper heißt sie. Ne, das ist die achte. Keiner mag Nerds. Bei welcher Staffel sind wir gerade, äh, vierte Staffel, ach so, früh war das, okay. Die beste, die beste Staffel auch immer noch in meinen Augen. Finde ich auch, ja. Ja, es kommt zum Kampf der Mountain gegen oberen Mattel, äh, oberen Mattel möchte sich rächen, weil der Mountain vor einiger, also vor ein paar Jahren wohl irgendwie, was ich, Familienmitglieder umgebracht hat oder vergewaltigt hat und, ähm, der Kampf sieht recht eindeutig aus, nicht wahr, Dominik? Der ist vor allem sehr eindrucksvoll. Das ist vielleicht der dynamischste Kampf der ganzen Serie, ja, also allein schon wie relativ tump der Mountain ist, äh, und wie, wie, wie behende Oberen sich bewegt mit seinem Speer eigentlich nur, ne, der hat ja nichts weiter als ein Speer. Ja, und, äh, ja, der Kampf sieht sehr eindeutig aus, aber oberen Mattel, ähm, sonnt sich dann ein bisschen zu sehr in seinem Triumph und seiner Genugtuung und, äh, ja, dann ist es vorbei. Er ist eine doofe Nuss. Aber es ist so großartig, wie dieser Kampf auch noch emotional aufgeladen wird, wie er dem am Schluss halt nochmal seine ganzen Vorwürfe in den Kopf schleudert und so, wie man halt wirklich merkt, wie er einfach da krass emotional drin ist. Das fand ich so geil. Also, ich weiß gar nicht mehr, inwieweit das thematisiert wurde oder ob man das nur aus irgendwelchen Nerd-Videos kannte, die Vorgeschichte, aber es wurde bestimmt mal angesprochen, dass man es schon vorher wusste, äh, was er mit dem noch für ein Hühnchen zu rupfen hat. Aber wie er das in dem Kampf halt nochmal alles rausposaunt, das fand ich so großartig. Also, ich muss gestehen, dass ich das Gefühl hatte, bei oberen Mattel so toll er gespielt war, aber was mich genervt hat, ist, dass er tatsächlich mein Gefühl, äh, jeder dritte Satz immer hieß, ich werde den Mountain töten, weil er das und das getan hat. Oh, wirklich? Okay, cool. Dann, dann, äh, wie, muss ich nochmal schauen. Was mich genervt hat, dass der am Anfang, äh, das, das ist interessant, oberen wird eigentlich fast genauso eingeführt wie Tyrion in der ersten Staffel. Nämlich im Bordell. Ja, genau. Und die, 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 die ersten zwei Folgen vögelt er sich eigentlich nur durch die Gegend. Da, hat man das Gefühl, mit seiner, äh, bisexuellen, äh, Mätresse, ja, Elaria, die eigentlich auch nicht so richtig in der Birne ist, aber gut. Ähm, und das, das hat mich tatsächlich so ein bisschen genervt, weil er ist eigentlich ein wahnsinnig spannender, dynamischer Charakter gewesen. Also, diese, diese Dorne, äh, diese, diese dornischen, die haben da, äh, eine ganz neue Note reingebracht, fand ich. Da waren sie noch cool. Da waren sie noch cool. Ja, da war halt oberen noch da. Ja. Wo, wobei ich's sehr schade finde, dass, äh, man bei oberen, ähm, also eigentlich mag ich die Synchro der Serie, ich hab sie in beiden Sprachen geguckt, aber was richtig schade ist, dass man im Deutschen diesen, diesen starken Akzent von Pedro Pascal wirklich gar nicht hat. Hm. Aber ich stelle mir gerade vor, wie, äh, quasi oberen morgens aufsteht und dann auf Toilette geht und dann sich Frühstück holt und dann erstmal so übernachten, und heute, heute werde ich die Mounten töten. Ah, das hatte ich gar nicht mehr so auf dem Schirm, da war meine Frage ein bisschen blöd vorher, oder? Nee, das ist also wirklich ganz, ganz oft thematisiert worden. Und es war auch klar, dass das darauf hinausläuft, ne? Ja. Ja, aber, äh, also, bei mir war noch irgendwie, Entschuldigung, nochmal kurz dazu, irgendwie, fand ich's dann trotzdem immer noch so, äh, herzerwärmend, wie dann halt irgendwie Tyrion noch irgendwie, ähm, oh, ich glaub Bron umwirbt, dass er für ihn einsteht in diesem, wie nennt man's nochmal? Äh, Götterurteil durch Zweikampf. Ja. Genau, wie war der englische Titel? Trial by Combat. Genau, genau, danke. Ja, genau, und dann halt alle ihn so ein bisschen, ähm, im Stich lassen und wo er dann sagt, so, ich mach das, das da hat, das fand ich, ähm, hat mich berührt, also das fand ich schön. Ich dachte jetzt nicht so, war alles klar, sondern ich fand das auf jeden Fall ergreifend. Das ist eine richtig schöne Szene. Das ist eine richtig schöne Szene, wo, äh, äh, Oberyn ja auch erzählt, dass, ähm, wie, wie, wie ist das nochmal irgendwie? Er erzählt davon, wie sie, ähm, Cersei und Tywin auf, äh, Casterly Rock besucht haben und wie dann auf dem ganzen Weg von Dorne nach Casterly Rock, äh, gesagt wurde, ja, Tywin Lannisters Sohn ist, äh, ein absolutes Monster. Ne? Also, Tyrion jetzt. Ich finde übrigens aber die, die Performance oder warum der Charakter ein, oder auch den meisten wahrscheinlich so schnell ans Herz gewachsen ist, liegt auch einfach an der Präsenz von Pedro Pascal. Ja, definitiv. Also, das ist wirklich ein richtig toller, charismatischer Schauspieler, der auch, also auch bei Narcos beispielsweise, der sofort, wenn du ihn siehst, hast du das Gefühl so, ah, ja, cool, bei dem bleib ich am Ball. Ja, der hat auch einen richtigen Karriere-Kick jetzt bekommen, ne, durch die Rolle da, glaub ich, als Oberen. Ja, auf jeden Fall, ja. Aber nochmal zurück zum Kampf, ähm, ich sag mal, wie es bei mir war, ich hab mir den Kampf angeguckt und ich dachte am Anfang, ach, Oberen, weißt du, du bist zwar total toll, aber du hast ein großes Mundwerk, das wirst du keine drei Minuten mehr erleben. Ich hab echt damit gerechnet, es kommt so ein Schwerthieb vom Mountain und dann war's das. Und dann hatte mich die Serie wieder am Schlawittchen, weil ich dann nach einer gewissen Zeit dachte so, okay, okay, es sieht also doch nach aus, dass Oberen Martell den Mauten kaltmachten. Ich dachte mir so, cool, ja, geil. Finde ich super. Und damals war dieser Begriff Kliegenball bei mir noch nicht so ganz präsent, ja. Bei den Fans oder Buchkennern wahrscheinlich schon, aber bei mir war das jetzt nicht so geflügeltes Wort, dass ich darauf gewartet habe, dass Sandor und Gregor aufeinandertreffen. Übrigens, by the way, Gregor, danke fürs Schneiden dieses Podcasts. Jumik, der Mountain. Ja, der Mountain, der Podcast, ja. Und dann kommt halt diese Szene, wenn Oberen Martell total blödsinnig, also getrieben von seinem eigenen Ego, einen auf Show macht und ist teuer bezahlt. Und zwar sehr teuer, nämlich mit dem Leben und seinen Vorderscheidezähnen und seiner gesamten Visage eigentlich. Wie der dann da auch liegt, wie so ein Klumpenfleisch. Ja. Wie war das bei euch, als ihr das gesehen habt? Wie hat das auf euch gewirkt, Thomas? Ja, ich habe mir so gedacht, so, ja, geil. Nein, ich war überrascht, also auch das, was hier jetzt gerade schon beschrieben worden ist, und hatte aber auch schon das Gefühl so, ja, komm, jetzt bist du aber doch ein bisschen so sehr auf Ego-Trip und dann ging es halt zack und schon hat er einen kassiert gehabt und dann war er Matsch. Und diese Szene war halt sehr, sehr toll, weil sie auch explizit Gewalt dargestellt hat, aber auch sich auf die Reaktion konzentriert hat, der Zuschauerinnen und Zuschauer. Also nicht, man hat sich quasi selber wiedergefunden bei dem, die da alle standen und geguckt haben. Genauso habe ich wahrscheinlich auch geguckt und dachte so, oh. Und dann war es vorbei. Und interessanterweise, der Mountain ja selber auch tot. In Anführungsstrichen. Genau, in Anführungsstrichen, weil er halt verletzt durch die vergiftete Klinge, ne? Und, aber das war ja nicht sein Ende, genau. Andi, du als kleiner Gewaltfetischist. Ja, ich fand's großartig. Nein, also wirklich, es war für mich wirklich noch, habe ich ja vorher schon angesprochen, da wird ein Fanliebling aufgebaut und dann, ja, ich fand, es hat auch zu seinem Charakter gepasst. Ich meine, wie du schon gesagt hast, es wird eingeführt so ein bisschen als, also schon sympathischer, aber auch von sich selbst eingenommener Prollo so ein bisschen und so. Und dass er dann halt einfach auch von Rache-Lust getrieben ist und so ein bisschen, er will ihn auch demütigen und er will dem ganzen Publikum nochmal zeigen oder auch erklären so, was passiert ist und so ein bisschen und labert halt einfach ein bisschen zu viel. Und dann, ich habe auch nichts kommen sehen. Also das war zum Beispiel halt eben jetzt im Gegensatz zu Red Wedding. Also es war für mich Red Wedding, Ned Starks Tod und das waren so die drei herausstechendsten Momente für mich irgendwie fast. Also die mir wirklich so ein bisschen in die Magengrube geboxt haben. Das fand ich schön. Ja, und das sind ja viele ähnlich mit diesen drei Momenten, die du gerade erwähnt hast. Glaubt ihr, dass Game of Thrones danach irgendwie auch zwar immer noch Highlights hatte, aber dass die Formel Game of Thrones dann doch irgendwie zu sehr bekannt war, dass sie nicht mehr so richtig überraschen konnten? Ganz einfach. Zum Vergleich, in einer späteren Staffel wird ja Jon Snow getötet. Und ich kenne niemanden, der wirklich glaubt, dass er tot bleibt. Obwohl sie es ein Jahr vehement betont haben. Bis zum geht nicht mehr. Ich weiß noch, ich habe damals eine News geschrieben beim Movie Break, dass der Darsteller Kit Harrington gesehen wurde und dass er immer noch lange Haare hat, was er aufschließen lässt. Dass er ja immer noch Jon Snow spielen wird. Und ich weiß noch, ich dachte mir, das wird eine News von 200 Wörtern. Ich glaube, es waren fast 500 Wörtern danach. Ja, aber es fehlt halt einfach gegen Endet. Also ich meine, man hätte halt einfach so schockierende Momente, wo du halt einen Fanliebling halt einfach mal dramatisch draufgehen lässt irgendwie. Fällt mir so drastisch keiner mehr ein. Also ich meine, hätten die zum Beispiel halt noch... Doch, einen gibt es doch. Okay, da kommen wir dann wahrscheinlich später drauf. Und ich werde es dann später auch nochmal erwähnen. Aber eventuell halt eben... Egal, wie gesagt. Also ich kann nur sagen zu oberen Mattel, dass, also ich habe irgendwie kommen sehen, es ist ja einfach so, sobald man jemanden sympathisch in der Serie findet, nimmt sie einem das weg. Und ich hatte hier jetzt, also vielleicht kommt da auch halt dieses Gefälle dann zu Staffel 5 bis 8. Ich hatte den Eindruck, dass hier das Unkonventionelle so langsam zur Konvention wird. Genau. Stimmt auch. Ja, stimmt. Ne? Und das konnte die Serie vielleicht gar nicht vermeiden, aber halt irgendwann rechnet man damit. Also spätestens die Red Wedding hat einen abgehärtet, was das angeht. Ja. Auf jeden Fall. Mai, sie hätten halt diesen komischen Wikinger-Jungen halt auch einfach mal irgendwie über die Klinge springen lassen können in irgendeiner dramatischen Szene. Wikinger-Jungen? Tormund. Ach so. Da hast du hier einen super neuen Fan-Liebling und wenn du den halt mal abmurkst in einer coolen Szene oder so, dann sind alle wieder traurig. Also wäre einfach gewesen eigentlich. Vielleicht wäre es dann nicht ganz so drastisch gewesen, weil der Typ halt eher so eine Gag-Kanone war und jetzt nicht so, weil Oberyn war jetzt ja keine Gag-Kanone, sondern der war halt einfach irgendwie sympathisch oder so. Aber der hätte zumindest Tormund am Ende noch was zu tun gehabt. Ja, sterben. Ja, hätte in der siebten Staffel, hätte er sterben sollen. Aber oh, auf die Folge müssen wir auf jeden Fall kommen. Da kommen wir auch. Komm her. Garantiert, garantiert. Stu hat das Skript. Aber ich möchte eigentlich auch noch auf eine andere kommen. Ich weiß nicht, wir hatten auch... Oh, ich auch. Das ist kein Problem. Es hat nur 73 Folgen insgesamt. Keine alle... Nein, nein. Ich weiß nicht, sonst würde ich jetzt eigentlich gerne, weil das hatten wir eigentlich auch so in unserem Konzept, die schwächsten Momente, beziehungsweise Tiefpunkte der Staffeln. Und da würde ich eigentlich gerne drauf zu sprechen kommen. Ich noch kurz, bevor ich es vergesse, weil ich bin nicht ganz so drin in der Serie und ich bin ganz stolz darauf, dass es mir noch eine Szene einfällt, die ich sehr cool fand. Und die muss ja theoretisch der Folge gekommen sein. Aber eine meiner Lieblingsszenen war natürlich die Verhandlung mit Tyrion im Anklagestand, wo er dann sagt, I wish they had killed him. Keine Ahnung, ihr wisst schon. Und dann auch mit Shae, die gegen ihn aussagt und so. Das war eine großartige Szene. Jetzt müsste die Folge davor gewesen sein oder die gleiche. Keine Ahnung. Das ist wieder Staffel 4. Ja. Genau, also vor Oberyns Deathmatch. Deshalb kann ich das kurz ausführen. Deshalb ist Staffel 4 für mich die beste, weil alle Staffeln funktionieren dann nach diesem Prinzip. Der Aufbau ist sehr langsam und gediegen, dann geht es immer höher. Und Folge 9 ist der große Knall. Beziehungsweise Folge 6 oder 5. Wobei man halt sagen muss, es passiert langsam, aber es passiert immer irgendwas. Es ist immer eine Spannung oder eine Anspannung dabei. Ja, natürlich. Und ich muss auch gestehen, auch wenn ich das nicht mal richtig ausmachen kann, aber ich fand die 5. Staffel immer am schwächsten danach. Weil die 4. eben auch so gut ist. Dom, welche Folge war das mit der Gerichtsverhandlung? War das die direkte vor dem Kampf oder war das eine Folge? Das müsste die 6. gewesen sein. Das ist die 6. genau. Okay, weil das war die 1. Folge, wo ich mir gedacht hab, gib dem Mann einen Oscar, also einen Emmy. Ja. War das nicht auch die Folge, wo es zu dieser legendären Szene zwischen Jaime und Tyrion kommt, mit diesem Kutschaku? Nee, das ist die 8. Das ist kurz bevor der Kampf ist. Ja. Aber ist auch in der 4. Staffel. Ja, das ist natürlich auch schon Foreshadowing, mit dem Kutschaku. Kutschaku? Ja, sie unterhalten sich da minutenlang über einen Cousin, den sie irgendwie hatten, Orson Lannister. Und der war irgendwie so ein bisschen geistig zurückgeblieben und hat immer Käfer zerdrückt mit einem Stein. Und sie haben sich ewig das Hirn zermatert, warum der das macht. Und Tyrion hat sich Mühe gegeben, das zu verstehen, alles Mögliche. Und letzten Endes, ja, es ist eben Foreshadowing in dieser Folge. Es ist auch eine sehr böse Szene tatsächlich. Ähm, aber worauf ich jetzt eigentlich zu sprechen kommen wollte, warum einfach die 4. Staffel die stärkste ist. Alle anderen Staffeln haben diesen Aufbau. Staffel 4 aber nicht. Staffel 4 hat die Highlights, sag ich jetzt mal, quer über den Verlauf gestreut. Man hat in der 2. Folge hat man Joffreys Tod. Man hat in der 6. Folge Tyrions Verhandlung. Man hat in der 8. Folge den Mountain und die Viper, also oberen. Man hat in der 9. die Schlacht um die Mauer. Das ist quer verteilt. Und das Finale von Staffel 4 ist auch nochmal besonders stark, weil das ist halt auch da, wo Tywin dann auf dem Klo sein Leben lassen darf. Also Staffel 4 ist so bockstark, wirklich. Und deshalb ist das Qualitätsgefälle zu Staffel 5 dann auch so groß. Ach, deswegen bin ich bei diesem Podcast heute dabei, weil ich wollte mich nochmal ein bisschen aufhypen für den Re-Binge. Gerne geschehen, ja. Ja, eigentlich bist du dabei, weil du der Einzige warst, der mit dem vereinbarten Preis zufrieden war. Ja, aber Dominik, du hast ja gerade schon jetzt gesagt, zum Thema die schwächsten Momente oder die Tiefpunkte von Game of Thrones. Da können wir uns gerne mal ranwagen, auch wenn wir noch ein paar Szenen haben, die wir gerne besprechen sollten und müssten. Weil der Tod von Obermattel hat ja diese Sun Snakes. Ich wollte dir das Sun Shark sagen, außer das andere. Das sind nur eine Szenen-Film. Sun Sharks, obwohl das passt eigentlich zu denen. Also diese... Von der Qualität oder was? Entschuldigung. Diese Sun... Oh Gott. Sun Sharks. Sun Snakes. Es hat die Sandschlangen eingeführt. Und ich glaube, ich bin nicht der Einzige, wenn ich sage, Gott, das haben die ja mal richtig verkackt. Oh, Sexismus-Vorwürfe incoming, aber die Szene mit Ron im Gefängnis fand ich was schön. Es musste kommen. Okay, Entschuldigung. Obwohl die halt auch echt schon irgendwie cool ist, weil man muss dazu wissen, die Schauspielerin Rosabella Laurenti Sellers, die den Namen haben danach wahrscheinlich sehr, sehr viele gegoogelt, und die ist ursprünglich ein Star des Kinderfernsehens gewesen und die war da gerade eben 18 Jahre alt. Okay. Also das ist schon... Ja. Aber damals war ich auch erst 18, alles okay. Aber geht ihr mit mir denn d'accord, wenn ich sage, dass was sie mit den Sun Snakes gemacht haben, echt großer Mumpitz war? Und mit einer der Tiefpunkte der Serie? Ja, die ganze Dorne-Geschichte, die ist so ins Nichts verlaufen. Du hast da kein Interesse dran gehabt, du hast keinen Bock drauf gehabt, es gab keine starken Charaktere. Also ich hatte schon Interesse am Dorne-Plot. Ich fand zum Beispiel Hilaria als Figur fand ich nicht uninteressant. Und wen ich richtig cool fand, und den haben sie wirklich versaut, weil der ist im Buch eigentlich eine wahnsinnig raffinierte Figur, dieser Fürst von Dorne, Doran Mattel. Ja. Der hat ja hier nahezu nichts zu tun. Der ist einfach nur so ein Hartz-IV-Bran irgendwie. Und... Also ich fand das so schade, weil man hat eigentlich gemerkt, dass der Schauspieler Alexander Siddick, dass der halt echt was drauf hat. Und ich mochte diesen Doran an für sich. Der hatte so was Besonderes. Das war wirklich ein Herrscher. Ja, aber sie wissen nicht, was sie damit anfangen sollen. Er hat auch, das haben sie sich eingestanden mit der sechsten Staffel, als sie mehr oder weniger den ganzen Plot kastriert haben und dann auch in der siebten so die Überreste aufgeschabt und in den Müll gesteckt haben. Ja. Sie haben einfach irgendwann gemerkt, dieser Plot funktioniert in der Serie nicht. Ja. Und was ich auch das Problem hatte, was jetzt bei der Red Wedding das erste Mal mit dem Spoilern losging, hatte ich hier das erste Mal das Gefühl, irgendwie wo dann von der einen Staffel zur nächsten so die Erwartungen geschürt wurden, wo dann auch irgendwelche Leute irgendwelche Videos gemacht haben, die die Bücher schon kannten und so. Und die haben dann irgendwie, haben dann halt einfach auch diese Sand Snakes so herangewartet und haben halt irgendwie gesagt so, ja, jetzt wird's geil, jetzt kommen die Sand Snakes. Und dann denkst du dir so, boah, geil, jetzt kommen die Sand Snakes. Vor allem, es gibt im Buch sehr viel mehr. Also ja, genau. Also da war das erste Mal für mich so, dass die Erwartungshaltung höher war und die dann halt nicht erfüllt wurde. Weil zuerst hatte ich halt keine Erwartungshaltung oder weniger Erwartungshaltung, weil ich noch nicht wusste, was mich erwartet. Und da hatte ich dann das erste Mal so, jetzt kommen neue Charaktere, die sollen wohl krass sein. Und dann war es halt einfach so ein krasser Letdown. Genau, das fand ich auch so schade, weil gerade Dorne ist ja eigentlich sehr interessant in Westeros, weil sie haben halt diese Kriegskultur. Sie sind ja auch, zumindest wenn ich das noch so im Kopf hab, mit die besten Kämpferinnen und Kämpfer, die es da auch in Westeros gibt. Sie haben eine riesige Armee, aber sie spielen da nachher nie eine Rolle. Und sie sind die Einzige, die nie von den Targaryens unterworfen würden. Ja, genau, selbst mit Drachen nicht. Stimmt's, Dom? Ja, stimmt schon. Von denen stammt auch ursprünglich dieser Skorpion, den Kyber dann letzten Endes wieder eigentlich hart auferstehen lassen. Die haben nämlich einen Drachen getöltet, indem sie ihm einfach ins Auge geschossen haben. Du musst jetzt meinen, jetzt wollte ich mal gelobt werden für mein cooles Nerd-Background-Wissen. Warte kurz, warte kurz. Und du musst es wieder mit totalen Details wieder völlig kaputt machen. Andi, das hier, das hier ist nur für dich. Nerd. Du hättest das mehr auskosten sollen. Ja, das war jetzt aber, so genau konnte sie es nicht. Also wer wem ins Auge in einen Skorpion schmeißt... Ja, ja, nee, ist ja, ist ja, ist ja völlig okay, sorry. Passt schon, passt schon. Nee, also Dorn ist eigentlich ein wahnsinnig spannender Schauplatz. Insofern auch, dass da halt völlig andere Dynamik ist, auch so was so Mann und Frau angeht. Also die praktizieren da auch, hat man ja auch dann bei Oberen und Elaria gesehen, die praktizieren da ja richtig freie Liebe und so weiter. Echte Dornenvögel. Dornenvögel. Sehr gut. Aber sie schaffen es halt nie, das so interessant zu gestalten, dass man als Zuschauer das Gefühl hat, okay, da passiert jetzt was Spannendes, was dann auch später relevant wird für die Geschichte an sich. Es sind halt auch völlig ungenutzte Figuren. Also wen ich total schwach fand, war dieser Prinz, den Myrcella da irgendwie heiraten sollte, hier diese Tristan. Hatte der überhaupt mal irgendwie Text in der Serie? Also so eine derbe verschwendete Figur. Das hat mich auch richtig geärgert. Weil das wäre ja durchaus mal, ja gut, der war halt irgendwie so ein Loverboy, aber da hätte man ja was draus machen können. Und wie gesagt, Doran Mattel ist eine wahnsinnig, wahnsinnig raffinierte Figur in den Büchern. Der hat einen richtigen Masterplan in der Hand. Und hier ist halt wirklich gar nichts. Er ist einfach nur so ein Rollifahrer. Also das ist wahnsinnig schade und auch echt ein verschwendeter Schauspieler an der Stelle. Habt ihr denn noch andere schwache Momente oder Tiefpunkte der Serie, die ihr jetzt gerne erwähnen möchtet? Also ich hätte da zwei tatsächlich noch. Beide fangen mit B an. Okay. Also beim letzten Recap vom Tele-Stammtisch, da habe ich ja am Ende schon einen kleinen Rant abgelassen, was sie in der letzten Staffel mit Bronn gemacht haben. Und ich weiß, viele Leute finden die achte Staffel total schrecklich. Ich finde sie relativ gut, aber mit deutlichen Schwächen. Aber ich finde halt wirklich, Bronn, das war halt ein Armutszeugnis, was sie da gemacht haben. Und ich möchte jetzt nicht weiter darauf eingehen, weil ich habe gefühlte drei Stunden schon beim Tele-Stammtisch darüber abgelästert. Da war ich so ein bisschen im Dominik-Modus, weil wer einmal Dominik gehört hat, wie er über Daenerys und ihre Fans ablässt hat, der weiß, was Hass ist. Ja. Deswegen Bronn halt tolle Figur, aber was sie schlussendlich mit ihm gemacht haben, ist eine Schande. Der hätte meiner Meinung nach in Spoils of War sterben sollen, weil für ihn gab es keine Verwendung mehr. Das Zweite ist Onkel Benjen. Wer unsere Podcasts, egal ob jetzt Tele-Stammtisch oder Movie Break, verfolgt hat, die Recaps, weiß, dass Onkel Benjen oft genommen wird, wenn wir uns über etwas lustig machen wollen oder einen Dios Ex Machina-Moment beschreiben wollen. Denn, wie gesagt, es ist immer noch so der Moment, wo ich echt vorm Laptop saß und dachte, ernsthaft, ernsthaft? Was macht ihr jetzt wirklich, wenn Jon Snow aus dem Nichts gerettet wird von Onkel Benjen, der auch mehr Eiszapfen als Mensch ist? Und ich wäre wirklich, ich meine, ich weiß mittlerweile, ja, er tauchte irgendwann nochmal auf. Da rettet er ja Bran. Und ich hab erzählt, dass ich die erste Staffel, die so ein paar Folgen jetzt nochmal geguckt habe, und dann fiel mir das wieder auf, ach, da ist er ja, Onkel Benjen. Ach, das war der. Ja, die Figur ist durchaus wichtig, auch für Jon Snow. Aber es ist halt einfach seltsam, wenn man eine Figur in der ersten Staffel für drei, vier Folgen auftauchen lässt, ja, sie dann einfach wegschickt und dann gefühlt halt nach sieben Jahren einfach aus dem Nichts auftauchen lässt und so tut, als wäre es eine Selbstverschädlichkeit. Ja, dass man eben so Onkel Benjen, oder Onkel Frost, wie ich ihn auch gerne nenne, vorbeikommt und seinem Kumpel oder Neffen Jon Snow das Leben rettet. Und ich finde, also die achte Staffel hat ihre Schwächen, aber ich finde, die siebte Staffel ist noch schlimmer. Und gerade die Folge, die du hier ansprichst, das ist ja, glaube ich, Staffel sieben, Folge sechs, jenseits der Mauer, wo sie da quasi so im Avenger-Style losmarschieren, um so einen Zombie zu holen. Die ist auch insgesamt einfach richtig schlecht, weil da gibt's ja noch mehr Momente, wo quasi dann so hin und her gesprungen wird, ne, und ich weiß gar nicht mehr, wen hatten sie da zurückgeschickt mit, von wegen Lauf. Gendry. Das war Gendry, ne? Lauf, Gendry, Lauf. Lauf, Gendry, Lauf. Das war auch so bescheuert, ne? Also da gab's richtig dumme Szenen, wo ich nach dieser Folge dachte so, ihr wollt mich doch verarschen. Ja. Ja, und alle, die sich jetzt bei Staffel acht über Plot-Armer aufgeregt haben, guckt euch mal die Folge an. Ja. Also das ist, das ist unfassbar, wirklich. Also das gehört auch klar zu meinen persönlichen Tiefpunkten, äh, dieser, dieser ganzen Staffel, weil da merkt man halt wirklich, die Macher, die haben Meilensteine vorgelegt bekommen von George R. müssen aber selber den Weg dahin finden und dann halt von A nach B. Und deshalb nehmen sie diese wirklich völlig schwachsinnige Abkürzung. Also vor allem, es wäre so leicht gewesen, diesen, diesen Scheißplot zu vermeiden. Man hätte einfach, Daenerys hätte einfach mit einer kleinen Gruppe dahin fliegen können mit ihrem Drachen, dann hätte sie das alles selber sehen können, sie hätten dabei einen Wiedergänger mitnehmen können, sie hätten dabei auch meinetwegen dasselbe Actionfest veranstalten können, aber man muss sich wirklich mal vor Augen führen, ja, sie haben am Ende einen einzigen untoten Soldaten gegen einen verdammten untoten Drachen eingetauscht. Mhm. Und das aus reiner Dummheit und letzten Endes fällt dann, also das, das muss ich mir auch wirklich immer so vor Augen führen, wenn ich die siebte Staffel geguckt habe, wenn am Ende die Mauer fällt, denke ich mir jetzt wirklich so, ist das wegen Johns Dummheit, ist das wegen Daenerys Dummheit oder ist das wegen der Dummheit von beiden? Ja? So. Ja. Aber, naja, vielleicht, vielleicht gibt's ja irgendwie so die kleine Szenen, die so ein paar Sachen klarstellen. Zum Beispiel, wenn Gendry dann losläuft und plötzlich merkt so, ey krass, ich hab hier wieder ein Netz. Ruhig gleich mal Daenerys an. Die Szene, also die Folge ist ja nicht total scheiße. Es ist zum Beispiel ganz schön, wie sie am Anfang da durch den Schnee stapfen und dann irgendwie auch Figuren sich wieder begegnen und dann auch wieder Sachen aufgefrischt werden. Aber das ist letzten Endes auch wiederkeute Exposition. Mhm, genau. Und ich find's ja einfach so, das ist so das Paradoxe an der siebten Staffel. Die haben bei der vierten Folge auf dem Goldweg, auf die wir unbedingt noch zu sprechen kommen müssen. Da haben sie Story vor Spektakel gestellt. Da bleiben sie halt wirklich ganz nah an den Figuren. Und hier ist es genau umgekehrt. Sie stellen Spektakel über Story und das auch noch in Überlänge. Und deshalb ist auch Spoils of War, also nicht nur vom Setting her, genau das Gegenteil. Spoils of War ist die kürzeste Folge der gesamten Serie. Ja? Und Jenseits der Mauer ist, glaub ich, einer der allerersten mit Überlänge gewesen. Und dann auch noch von einem Regieveteran wie Alan Taylor, dass man das so wirklich mittelschwer katastrophal an die Wand fährt. Also damit hab ich nicht gerechnet damals. Es war auch, glaub ich, das erste Mal, dass ich halt die Stimmen gehört habe bei Jenseits der Mauer, die sich beschwert haben, dass halt jetzt kein Fanliebling gestorben ist. Weil es da ja echt enorm viele Momente gab, wo man echt das Gefühl hat, okay, jetzt stirbt er. Also Tormo zum Beispiel. Ja? Ja. Und ich mein, es stirbt, glaub ich, dieser Torus. Ja? Nur der stirbt. Ja, aber ehrlich, who cares? Gut, man kann, man kann natürlich argumentieren, mit Torus stirbt natürlich auch Barrick. Ne? Also, äh, das ist dann endgültig das finale Leben von Barrick, weil, äh, Torus hat ihn ja immer wieder zurückgeholt. Das muss man natürlich bedenken, aber ganz ehrlich, ein Großteil der Zuschauer wird gar nicht mehr gewusst haben, wer beide Figuren sind. Genau. Wer war das? Ging's mir. Torus hab ich noch nie gehört, ne? Ein saufender, ein saufender Priester war das. Ja. Ja, ihr wart grad bei den Rants, gell? Ich war kurz bei dem Dorne-Part, hab ich mir grad noch einen dornischen Wein aus dem Kühlschrank geholt. Deswegen, ähm, wart ihr wahrscheinlich gerade, seid ihr durch mit, ähm, den, den, den schlechten Szenen, oder? Den, den, den Tiefpunkten. Da sind wir noch weit. Ich wollte, ich wollte, ich wollte jetzt gerade auch das, äh, Feld für euch eröffnen. Ja. Äh, was ihr noch sozusagen habt zu den schwächsten Momenten oder Tiefpunkten der Serie. Ich hab da. Und, äh, ich würde sagen, Thomas, fang doch mal an, dann kann der Anni in Ruhe seinen Bein dekantieren. Okay. Ich hab da, glaub ich, zwei im Kopf. Ähm, das eine ist, äh, wo Arya quasi abgestochen wird und, äh, völlig Blut überströmt in einer riesen, fetten Bauchwunde. Er flüchtet. Das ist auch alles soweit in Ordnung. Aber dann innerhalb kürzester Zeit quasi regeneriert wird und dann so übermenschliche Kräfte entwickelt. Das war ein bisschen too fast, würd ich mal sagen. Und, äh, das andere ist, äh, wie, äh, The Hound quasi zurückkehrt. Also, dass er jetzt wieder da ist, das fand ich ganz cool und das war mir auch irgendwie schon klar. Also, ich hatte immer das Gefühl, dass er ja noch nicht zu Ende erzählt ist. Ähm, aber was sie damit gemacht haben mit von wegen, äh, er will jetzt Frieden und so und dann plötzlich werden die aber alle abgeschlachtet und er muss doch wieder sein Schwert in die Hand nehmen. Das fand ich auch eher, naja. Ja. Das sind so zwei Sachen, die mir jetzt spontan einfallen, die wir jetzt, äh, noch nicht erwähnt hatten. Okay. Dominik, wie ist es bei dir aus, abgesehen von jeder Zermauer? Ja, äh, äh, ich hab mir ein besonderes Filetstück rausgesucht. Uh. Und zwar möchte ich mal aufräumen mit diesem Mythos, dass, äh, also viele Leute denken ja sogar wirklich, dass, äh, George R. Martin einen Großteil der Drehbücher geliefert hat und, äh, dann David Benioff und T.B. Wise übernommen hätten und dann alles kaputt gemacht haben. Ich habe eine besonders schöne Folge, die aus der Feder von George R. Martin stammt und sie beginnt auch mit B, äh, nämlich, äh, ja gut, der Bär und die Jungfrau her, also B, ne? Ähm, das ist für mich eine der schlechtesten Folgen der gesamten Serie, weil sie, äh, äh, vom Plot wirklich nur Zentimeter vorankriecht. Also sie hat schöne Szenen, aber es gibt eine wirklich, wirklich, wirklich schlechte Szene äh, und das ist die mit Theon und den, äh, zwei, äh, Damen im Kerker. Die finde ich so derbe schlecht diese Szene und das Frustrierende ist, dass sie eigentlich von einer sehr guten Regisseurin, nämlich Michelle McLaren inszeniert wurde, die auch eigentlich immer so hergenommen wurde für Folgen, die halt eher nicht so geil geschrieben waren und die dann irgendwie so ein bisschen sowas retten musste. Aber diese Szene finde ich furchtbar. Die ist von den Dialogen her und auch so, so halt, wie sie inszeniert ist, also ohne Scheiß teilweise wendte ich mich wirklich in einem schlechten Mittelalter-Porno, um, äh, ein Uhr morgens auf Kabel 1. Das war, das war so schlecht und da muss man sich wirklich mal vor Augen führen, diese Dialoge hat George R. Martin geschrieben, ja? Also ich weiß nicht, was da mit ihm los war. Ich meine, er hat, er hat die Blackwater-Folge geschrieben, er hat in Staffel 1 hat der, äh, eine tolle Folge geschrieben und in Staffel 4 hat er dann auch die, äh, Purpune Hochzeit geschrieben. Das war großartiges Writing, aber diese Folge war wirklich, also klar, das mit dem Bär und Brienne, das ist dann noch ganz okay und es gibt auch ganz schöne Szenen zwischen John und Ygritte, aber das in dem Kerker, also wie, wie das in dieser Qualität in der Serie gelandet ist, vor allem, das ist wirklich, das ist wirklich purer Selbstzweck. Zugegeben, da wird diese Miranda eingeführt, die später noch wichtig ist für Staffel 5, die wird da eingeführt, ähm, aber die Szene ist vor allem sowas von spannungslos, man weiß die ganze Zeit, dass Ramsay irgendwo sitzt und nur darauf wartet, dass Theon seinen Glümmel rausholt und sich einen hobelt und dann kommt Ramsay, um ihn abzuschneiden, also das, das ist so, das ist so eine ärgerliche und schlechte Szene und auch wenn es hübsche Frauen sind, zumindest die eine ist wirklich hübsch, diese Miranda, ähm, das, das ist einfach, das ist so eine schreckliche Szene und wie gesagt, das hab ich mir jetzt wirklich rausgenommen und wirklich mal mit diesem Mythos aufzuräumen, dass bei George R. Martin alles auch wirklich nur, äh, Bluna war. So. Normalerweise redet Dominik in so einem Enthusiasmus, äh, nur wenn es, wenn, wenn der Satz mit so anfängt. Also im Internet hab ich gelesen, komm mal das. Ja. 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 Gut. Danke für deinen, ja, Beitrag. Ja, euer. Ich, ich würd gern eure Meinung hören. Ja. Achso, ich muss gestehen, ich kann mich daran nicht erinnern. Tut mir leid. Kam da im Anschluss direkt diese Würstchen-Szene? Ja. Kam da direkt im Anschluss diese Würstchen-Szene? Äh, ist auch in der Folge? Die Würstchen-Szene ist in der zehnten Folge. Das ist dann später, oder was? Genau. Dann hab ich das, dann hab ich das verdrängt. Ich weiß es noch grob, aber ich glaub, ich hab's verdrängt. Gut. Das hier ist die Szene, äh, ja, kurz bevor, äh, Theon, äh, kastriert wird. Und dann sieht man ihn, glaub ich, zwei Folgen nicht. Ja. Und, äh, dann, äh, ist das schon geschehen und, äh, Ramsay isst seine Wildwurst. Ah. Die ja auch wirklich richtig böse ist, die Szene, ne? Aber generell muss man auch sagen, also vielleicht liegt es, äh, diese Antipathie gegenüber dieser Szene liegt vielleicht auch daran, dass mir diese Theon-Torture-Diaries in der Staffel auch irgendwie ein bisschen auf den Senkel ging. Mhm. Weil die sind dramaturgisch irgendwie auch so ein bisschen, ja, es ist, äh, weiß ich nicht, so nach dem Motto, man will jetzt halt Theon leiden sehen für die Nummer, die er da abgezogen hat in Staffel zwei. Ne? Ja, aber wobei, Theon, Theon tat mir immer sehr leid, weil, äh, er immer unter der Fuchtel von jemand anderem stand. Mhm. Und diese Torture-Diaries, was eine sehr gute Bezeichnung dafür ist, äh, fand ich auch übertrieben, aber sie haben vielleicht da geholfen für viele Zuschauer, die dann irgendwann auch wieder Mitleid mit ihm hatten. Das kann man durchaus ins Feld führen, das ist nur die Frage, äh, es gab auch die Fraktion, bei denen dieses Mitleid nicht angekommen ist. Weil irgendwann soll man ja Mitleid haben, irgendwann soll man sich denken, mein Gott, jetzt ist mal genug. Ne? Ich kann mich auch... Ja, aber das ist dann, das ist, das ist dann die Fraktion, die, äh, jubelt, wenn, äh, Königsmund, äh, niedergebrannt wird. Und aber, und dann aber, oh, sagt, wenn sie sehen, dass dieser komische scheiß Schattenwolf nur ein Ohr hat. Also von daher... Ich kann mich auch grob erinnern, dass das in den Büchern auch durchaus viel, viel besser beschrieben ist, äh, wie Theon leidet. Oder wie er da quasi dann unter, ja, also wie er da auch mitgezogen wird und was er alles machen muss. Ja, in den Büchern kommt das ja sehr viel später erst alles. Ja, genau. Das haben sie ja hier vorgegriffen. Das ist eigentlich aus Buch 5 alles. Das haben sie aber hier vorgegriffen, weil es eben chronologisch da spielt. Weil diese, diese Szenen werden eigentlich, glaube ich, nie so wirklich geschildert in den Büchern. Das ist, äh, ist eher so im, im, im Flashback. Ja, genau. Also wo man dann halt eben auf, auf, äh, Stinker trifft. Ja. Und dann irgendwann rausfindet als Leser, oh mein Gott, das ist Theon. Genau. Das ist aus dem geworden. Das finde ich auch viel, viel besser, als wie sie es in der Serie jetzt einfach gemacht haben. Ja, und das sagt halt viel aus, dass, äh, George R. Martinez geschrieben hat. Also, ich hab, ich hab großen Respekt vor dem Mann, aber die Folge geht wirklich gar nicht. Also auch an anderen Stellen, die Dialoge sind erstaunlich, äh, mittelmäßig. Okay, gut. Dann, äh, fällt nur noch der Andi. Andi, was hast du noch anzubringen zum Thema schlechte Momente? Ja, bei den älteren Staffeln kann ich mich jetzt da nicht, die hab ich, äh, nicht mehr so analytisch parat, dass ich jetzt da einzelne Szenen rausgreifen könnte und ich versuch, mich jetzt auch grad so in Rage zu reden, wie der Dom. Also, wo dieser scheiß Drache absäuft, wie bringen diese Eis-Zombies den wieder an Land? Wer bringt da die Ketten an und wie ziehen die denn da wieder an Land? Verdammt, scheiße, das ist doch unrealistisch. Die Ketten kamen aus, die Ketten kamen aus Hartheim. Von den Schiffen. Ja, und können die schwimmen, können die tauchen? Nein. Nee, das fand ich ja auch doof. Nein, ich meine, kurz zusammengefasst, das war jetzt Quatsch, aber, ähm, also, ich kann mich jetzt nur daran erinnern, wo es halt losging, dass ich mich manchmal ein bisschen geärgert habe, weil es schon, wie du es auch schon gesagt hast, wenn sie halt eben Spectacle over Story, also, wenn sie halt die Epic so ein bisschen in den Vordergrund gestellt haben, eben auch hier, der Typ läuft dann halt alleine schnell zurück und so und halt, ähm, ich kann mich da jetzt eigentlich nur noch an Tiefpunkte, will ich es gar nicht nennen, aber so an kleine Makel in den letzten zwei Staffeln erinnern, wo, was halt dann ein bisschen nervt, weil davor war es halt für mich schon so alles relativ intim und, ähm, Charakter und Dialog getrieben und so und da hatte alles so seinen Sinn und seine Logik und so und jetzt war es halt dann einfach bei vielen so großen und Action-Szenen war es halt dann oft so, dass du, obwohl es eine Fantasy-Serie ist, dir teilweise so einen Kopf hast und denkst so, hä? und das hat mich halt irgendwann ein bisschen gestört und das hat jetzt eigentlich am Schluss halt da ein bisschen zugenommen, aber an gewissen Szenen, ähm, da kann ich jetzt gerade keine rauspicken, das tut mir leid. Das mit dem Drachen und den Ketten ist sowieso interessant, weil, kann er niemanden wiederbeleben, der unter Wasser ist? Nein. Er muss den berühren. Muss er gar nicht. Muss er nicht. Oder? Nein. Nö, der hebt doch nur die Hände. Genau. Und dann die Hände. Und die Hände. Ja gut, stimmt. Stimmt. Also er hätte das ja einfach machen können und dann wäre der Drache unter Wasser lebendig geworden. Also der hätte doch nicht mal ein paar Zombies da hinschicken müssen, holt mal die Ketten. Ja gut, auf der anderen Seite, ja gut, stimmt, der Drache ist untot. Versuch es jetzt nicht schön zu reden. Versuch es nicht schön zu reden. Das macht einfach keinen Sinn. Also oftmals hast du ja wirklich dann, gerade in den letzten beiden Staffeln, hast du wirklich viele Szenen, die optische Schauwerte bieten sollen, die aber vollkommen unlogisch sind. Ja, das gab es halt oft. Und, ähm, weil ich jetzt gerade, sagst du ja nicht schön reden und ich habe mich selber teilweise in der Situation oder in der Rolle des Schönreders wiedergefunden, weil ich habe dann teilweise mit Kumpels so geredet, so, hast du die Folge gesehen? Ja, schon. Und dann natürlich, da komme ich später auch noch drauf, hä, und warum ist diese komische Armbrustflotte jetzt so, ähm, machtlos und so? Und dann habe ich auch gesagt, naja, die kam halt so von schräg oben und der Drache war besser drauf und irgendwie das und das. Und dann musste man das halt immer schon so ein bisschen, sich so ein bisschen schönreden und das, also, wo ich dann das gesehen habe, dachte ich mir auch noch so, hm, und musste mir im Nachhinein erst wieder so ein bisschen zusammen dichten. Es war, es war halt Casual Friday. Da waren aber nicht alle besetzt und, äh, zum Beispiel auch, also, das habe ich jetzt schon ganz vielen Leuten erzählt, aber, welche Szene man auch besser hätte lesen können, ist halt wirklich das, das letzte Aufeinandertreffen zwischen Daenerys und Jon. Da kommen wir am Später sucht. Oder? Ja, das kannst du, glaube ich, jetzt auch raushauen, oder? Stimmt, zu den schlechten Szenen. Ja, er doch schon. Also, es ist ja so, dass sie küssen sich, er sticht sie und dann, Trauer, Trauer, lustig, äh, Trauer, 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 also, lustig, lass ihn weg. Man hätte es einfacher lösen können. Ja? Jon hätte einfach Daenerys keinen Dolch in die Rippen jagen müssen, sondern einfach ein Snickers geben und einfach sagen, hör mal, wenn du hungrig bist, bist du immer so despotisch. Ich glaube, die Wort einfach nur Hunger. Ja. Wenn es mal wieder länger dauert. Also, kurz, kurz zu dieser Szene, ich weiß, aber es ist seltsam, aber in meinem Kopf ist das witzig, so. War's auch. Also, ich finde, Snickers sollte die Idee auf jeden Fall nutzen für den nächsten Werbespot. Ja. Es gab sogar ein Meme. Es gab sogar ein Meme mit Snickers und Daenerys und dem ganzen Genozid. Und gerade, wenn man in den ersten vier, fünf Staffeln, wenn Daenerys immer, hier auf Essos umherschulziert, war ja auch so dieses, wenn's mal wieder länger dauert, ne? Ach ja, das ist, ja, Schande über mich und meinen schlechten Humor. Shame. Oh, welch praktische Überleitung. Ja. Damit hab ich jetzt gar nicht gerechnet. Ja, lass uns noch mal kurz über andere Einzelszenen reden, die durchaus wichtig sind. Vor der Shame-Sache haben noch Jon Snows tot, aber den haben wir ja gerade eben schon ein bisschen besprochen, ne? Also, wenn ihr noch irgendwas zu Jon Snows Pseudotot seid, sag ich mal, zu sagen habt, dann sagt das jetzt oder schweigt für immer? Ich glaub, das ist sehr bezeichnend, dass es halt einfach, also, zumindest sprecht er für mich, dass ich dazu nichts zu sagen hab. Deswegen fand ich's halt nicht groß schockierend. Also, ich mein, die Szene war ganz schön, wie sie ihn dann da abstechen und so. Schön. Ja, aber es war jetzt kein Plot-mäßig wichtiger oder aufrüttelnder Moment oder so, fand ich nicht. Also, ich hab dazu nichts zu sagen. Das Einzige, was ich interessant finde, was der Dominik mal im Recap erzählt hat, ist, dass Jon Snows nach seiner Wiedergeburt oder Wiedererweckung sich schon ein bisschen verändert hat. Ja, wo er diesen kleinen Jungen dann hängen lässt und so zum Beispiel. Genau, genau. Ja, und er hat jetzt eine andere Haarfrisur. Das ist das Wichtigste. Also, was ich noch sagen kann, ich kann mich noch erinnern, als die Staffel damals zu Ende war, hab ich irgendwelche Facebook-Posts gesehen, ich guck diese Serie jetzt nicht mehr, weil ich krieg davon Depressionen. Also, von diesem Ende. Weil, das hat einen natürlich schon ein bisschen in die Eier getreten, aber, ich mein, gut, als Buchleser hat man's auch kommen sehen, weil so endet, also, das müssen wir auch sagen, an dem Punkt enden die Bücher. Genau. Mit der Szene endet das fünfte Buch und man wird wirklich völlig im Unklaren gelassen. Ja, und seit, wie lange warten die Buchleser jetzt schon auf die Fortsetzung? Viel zu lange. Acht Jahre. Schande, George A. Martin, Schande. Gut. Er schreibt alles, aber kein Buch. Ah, Melisandres Auftritt als alte Frau kann man auch noch erwähnen. Nein, muss man nicht. Ja, das war so ein richtiger Dick-Move für diejenigen, die die Serie auch gern mal als Wix-Vorlage benutzt haben. Oh Gott, oh Gott. Ja, warum, warum? Zwei zu Preis von einer. Ja? Ja. Je welker das, die Haut, desto süßer das Fleisch. Dief, oder was ist das? Ja. oh Gott, oh Gott. Okay. Dominik, kannst du uns kurz erklären, wie es zum Walk of Shame kommt und was der Walk of Shame überhaupt ist? Äh, ja, wie es zum Walk of Shame kommt, ist relativ einfach zu erklären. Am Anfang der fünften Staffel kommen, da Tywin tot ist, die Spatzen nach King's Landing. Angeführt von Jack Sparrow. Äh, nee, von Governor Swan. Er war glaube ich auch im Brasil drin, oder? Jonathan Price, weiß ich nicht genau. Jonathan Price war auch im Frucht der Karibik drin, ja, genau. Jonathan Price, der in dieser Serie, äh, schon von Haus aus, äh, Papst Franziskus extrem ähnlich sieht und eigentlich aus, weil man eine sehr ähnliche Figur spielt. Und er spielt auch dem Mies Papst Franziskus in einem Netflix-Film. Äh, genau, äh, die sind religiöse Fanatiker, die die ganze Stadt auf links ziehen und Cersei versucht sich das erst zu Nutze zu machen, indem sie die, äh, militärisch ausstaffiert und sich dann darüber die unzüchtigen Tyrells vom Hals schaffen will. Also, man weiß ja, Loras Tyrell ist, äh, schwul und seine Schwester wusste das auch. Die werden beide deswegen eingekerkert und, äh, tja, äh, dann fliegt dieser Bogen allerdings auf Cersei zurück, denn ähm, ein ehemaliger Liebhaber von ihr, dieser Cousin Lannister, ähm, naja, hat den Spatzen halt auch gesteckt, was er für ein wunderschönes Inzestverhältnis mit ihr hatte, beziehungsweise in Zucht. Ja, und, äh, damit wird die Königin eingekerkert, ein großartiger Moment, wie ich finde, äh, wo sie halt realisiert, dass sie richtig am Arsch ist, ähm, und, äh, sich letzten Endes ins eigene Fleisch geschnitten hat und, äh, dann, äh, wird sie dazu gezwungen, einen Gang der Buße anzutreten, sie muss splitterfasernackt durch Kings Landing laufen. Ja. Und wird dabei mit Scheiße, äh, beworfen und bespuckt und alles mögliche. Oh, das war sehr schön, äh, wo ich vor, glaube ich, letztes oder vorletztes Jahr, äh, in Dubrovnik war, war ich auch an diesem, ähm, an dieser, an diesem Treppenaufgang da. Mhm. Das fand ich ganz schön. Das ist doch ein toller Drehort, glaube ich, ne? Ja. Aber zur Info, es war nicht Lena Headay in der Szene, ja? Sie hat sie dann... Sie war nämlich zur Zeit schwanger, ne? Genau, sie, genau, sie war da zur Zeit schwanger und sie hat dann Buddy-Double, äh, wo dann, äh, ihr Kopf drauf kopiert wurde. Aber man sieht es wirklich nicht so, ne? Aber die Staffel 6 hat sowieso tolle Momente. Ist das, Staffel 6 ist das, ne? Nee, das ist das Ende von Staffel 5. Ah, okay, dann kommen wir da hinzu. Okay. Ja, äh, ich muss gestehen, äh, dieser Walk of Shame, also, es war, war schon wieder so ein bisschen wie bei der Roten Hochzeit, im Vorfeld wieder gehört, das wird heftig, das wird krass, Walk of Shame, oh la la. Mhm. Ähm, und ja, ich fand, das war eine gute Szene, aber, ich würde nicht sagen, dass es die Szene war, an die ich mich in zehn Jahren noch dran erinnern werde. Ich werd mich schon dran erinnern, weil für mich da so ein bisschen die Wahrnehmung von Cersei gekippt ist, weil viele haben ja eine Riesengenugtuung verspürt, äh, die sie dann jetzt nicht bekommen haben im Serienfinale. Äh, ich muss zugeben, bei mir war's tatsächlich auch so, dass ich ihr das gegönnt habe, weil irgendwann war für mich der Punkt erreicht, wo ich Mitleid mit ihr hatte. Und, ähm, ja, das ist durchaus eine eindrucksvolle Szene und ich find die auch toll gefilmt, weil sie ist jetzt auch nicht irgendwie zwingend auf die, auf die Nacktheit getrimmt oder so, sondern wirklich eher auf, auf das emotionale Erleben von ihr und das muss man ja sagen, das ist ja wirklich eine Tour de Force, die sie da erlebt. Also ich glaube schon, dass die Szene noch lange in Erinnerung bleiben wird, alleine wegen Shame. Shame! Ja, eines der beliebtesten Game of Thrones Memes überhaupt. Ja. Und sie haben's da auch wieder so toll gemacht, weil wie gesagt, ist es halt nicht so voyeuristisch in dem, ähm, in dem, in dem Schock-Sinne, also wie mit der Gewalt vorher auch schon, so, man hätte sie jetzt nicht nachzeigen müssen, aber ich find halt schon, weil dann hast du auch dieses Gefühl, dieser Blöße halt und so, also die machen das schon sinnvoll, dass wenn sie das zeigen, dann hat das auch einen Sinn, also du fühlst dich in der Szene wirklich ein bisschen unwohl, weil sie, weil du sie dann so siehst, wie sie da als Splitterfasser nackt hat, durchläuft und so und es ist jetzt nicht irgendwie auf, wie du schon gesagt hast, nicht auf Nacktheit und so, oh geil, schau mal, sondern es war halt einfach so wirklich so, ja so demütigend und deswegen fand ich es auch dann halt gut, dass sie es so gezeigt haben. Ja, wisst ihr, was ich meine? Ich hätte aber zu der ganzen High Sparrow-Kiste hätte ich eigentlich eine Frage an euch. Ja. Wie hat die euch gefallen? Also diese ganze Handlung um den hohen Spatzen und diesen Fundamentalismus. Furchtbar und ich fand es geil, als er in die Luft gejagt wurde. Okay. Klare Antwort. Ja, ich fand sie, ich fand sie halt interessante Ansätze, aber ich, bin auch da eher bei Thomas, dass ich da auch eher etwas enttäuscht von war. Letztlich. Und das ist einer der Gründe, warum du Staffel 5 nicht leiden kannst wahrscheinlich. Äh, ja, ja, das, ich weiß, ich kann es dir gar nicht genau in Worte fassen, aber es hat mich irgendwann wirklich noch gelangweilt, tatsächlich. Okay. Ja, der High Sparrow ist ja für viele auch eine Hassfigur gewesen. Ich fand den tatsächlich, so Jonathan Price zum einen wirklich großartig gespielt. Also, der war gut gespielt, vor allem, weil er seine, sag ich mal, seine Boshaftigkeit immer als so perfid, als Güte verkauft hat. Ja, genau, genau. Ich fand das auch eigentlich, ähm, eine nette Storyline und ich fand es auch ganz cool. Es war halt einfach nur keine, die so in das große Ganze eingesponnen war. Das war wirklich so, wann ging es los? In Staffel 5, Ende, High Elf, Staffel 5 und es war halt jetzt nichts, was vorher oder nachher, also korrigiert mich, aber da jetzt keine große Rolle gespielt hat. Das war halt so, es wurde da eingeführt und dann wurde es halt irgendwie eine halbe Staffel oder eine Staffel später dann wieder, ähm, fallen gelassen oder so. Also, sonst zieht sich ja alles so ein bisschen durch und das war halt so eine Storyline, die da so, wie man es von Serien kennt, wie bei Walking Dead, so, das war halt so, die Saviors, keine Ahnung, die tauchen halt auf und dann sind sie wieder weg, aber es hatte, hatte ich jetzt nicht so das Gefühl, als wäre das schon vorher hätte das eine Rolle gespielt. Also, es wurde da halt so eingeführt und dann, ähm, ich fand es aber cool, also, ich fand es, äh, eine ganz coole Storyline, aber dadurch, dass das so, ähm, isoliert war, fand ich es halt jetzt nicht so in die Serie integriert. Ich, ich fand es auch diese Einführung, weil ich hatte irgendwie das Gefühl, wir waren jetzt, äh, in der fünften Staffel und ich dachte eigentlich, sie hätten jetzt alles, was von Bewandten ist, schon irgendwie eingeführt oder vorgestellt. Genau. Und dann kam sie ja plötzlich so um die Ecke mit, übrigens, äh, was wir vergessen haben. Es gibt ja noch hier diese, diese hohen Spatzen, ja, die sind total wichtig, die, nee, die gibt's schon in der Ewigkeit. Das fand ich ein bisschen doof. Ja, genau. Man hat so ein bisschen das Gefühl, so, man kommt jetzt auch, so, man könnte jetzt so ein bisschen so zum, zum Ende kommen oder so, das spitzt sich alles so zu und das war halt eben so eine Nebenhandlung halt, die dann so ziemlich großen Raum eingenommen hat. Ja, schön. Thomas? Genau, ich würde es auch noch drastischer formulieren, weil da wird ja das Thema Religion vor allen Dingen aufgemacht, ne, und auch natürlich, was dann, ähm, mit Fanatismus dann auch zu tun hat in dem Fall. Aber danach, als dann quasi dann die Septe in die Luft gesprengt worden ist, ist das dann verpufft mit den Charakteren, die da drin war. Also, bei der Bevölkerung hat das ja nie irgendwie scheinbar Anklang gefunden. Oh, das sind jetzt die Heilbringer, obwohl das immer so formuliert worden ist, weil sonst wären die ja danach ja auf die Barrikaden gegangen. Also, das habe ich ja... Aber da war ja nichts mehr. Naja, aber es sind ja nicht alle draufgegangen, die daran glauben. Nee, aber die Grundlage ist einfach weg. Ja, wenn du hier den Papst tötest, dann guck dir mal an, was passiert, wenn du den Papst tötest. aber bei der Barrik los, gehen wir los. Da gibt es dann auch keine Höherinstanz. Du musst, du musst bedenken, direkt nach der Sprengung der Septe, da hat sich Serse auf den Thron gesetzt. Ja, aber weißt du, was ich meine? Also, das hatte ich ja schon öfter kritisiert an dieser Serie, dass die Bevölkerung, gerade in den letzten Folgen und in den letzten beiden Staffeln überhaupt keine Rolle mehr spielt. Also, dass du nicht das Gefühl hast, da ist noch eine lebendige Welt vorhanden, sondern nur noch die Hauptcharaktere und die Armeen. Ich finde aber schon, dass das mit dem Glauben eine durchaus plausible Reaktion ist auf den Krieg. Also, wenn man jetzt so überlegt, wenn man mal so hört, auch jetzt zum Beispiel im Zweiten Weltkrieg, wie voll da die Kirchen waren, dass die Menschen sich in solchen Zeiten dem Glauben zuwenden das ist nicht unbedingt ungewöhnlich. Ja, das kritisiere ich ja auch gar nicht, sondern eher den Output danach. Also, es hätte, es hätten es einfacher machen können, es wäre besser gewesen, wenn wir in der ersten oder zweiten Staffel zumindest da mal irgendwie von diesen hohen Spatzen Notiz genommen hätten. Es hätte ja gereicht, wenn wir da ein paar Leute rumlaufen sehen und dann irgendeine Figur sagt, oh, guck mal, sind wir diese Idioten von den hohen Spatzen? Das hätte ja schon ausgereicht. Ja. Aber es war ja wirklich so, in der fünften Staffel war so, ah ja, PS, wichtig, vergessen, hier, hohe Spatzen. Ja, es wurde aber auch gesagt, also klar, ich verstehe, wie du das meinst, dass das irgendwie so hergeleitet wird, aber es wurde auch gesagt, das sagt Kevin Lannister sogar, ja, also als sein Sohn Lenzel sich denen zugewandt hat, sagt er auch, als Tiven noch lebte, hätten die sich nie in die Hauptstadt gewagt. Das ist also eine logische Reaktion auf Tivens Tod. Ja, aber wie gesagt, man hätte sie ja trotzdem irgendwie nicht, nicht komplett thematisieren können im Vorfeld, aber zumindest schon mal uns ein bisschen bekannt machen können, dass da noch was ist, weil das war halt für mich der große Schwachpunkt dieser ganzen hohen Spatzen, weil es so was aufgepfropftes hatte. Und was mich auch gestört hat, sie haben auch viel zu schnell die Macht gehabt, auch Dinge entscheiden zu können. Und das kannst du ja nur, wenn du den Rückhalt der Bevölkerung hast. Ja, aber sie hatten ja den Rückhalt der Krone am Anfang. Die Bevölkerung ist der Krone eigentlich auch völlig egal, das muss man auch bedenken. Und Tommen wurde ja auch völlig eingelullt von allen Seiten. Also vor allem der hohe Spatz hat den ja richtig eingelullt und dann auch Margerie. Ich muss zugeben, ich finde diese parallele Erzählung von Fanatismus einfach sehr interessant in dieser Staffel. Wenn man auch mal darauf achtet, was es so für Parallelen gibt zwischen den Spatzen und dann den Söhnen der Harpür. Die Söhne der Harpür, die sind ja letzten Endes auch Fundamentalisten und die erinnern irgendwie fast so ein bisschen an den Ku Klux Klan. White Power. Genau, und das fand ich sehr spannend in dieser Staffel tatsächlich. Ich gebe zu, in Staffel 6 hat es sich dann vielleicht so ein bisschen auserzählt mit den Spatzen. Aber den hohen Spatz fand ich als Figur wahnsinnig interessant. Auch diese Idee von wegen, ja, wir sind wenige, wir sind viele und wir sind nichts Besonderes, wir tragen nicht mehr Schuhe an den Füßen und dennoch können wir ein Königreich zu Fall bringen. Und es wäre ihnen wahrscheinlich auch gelungen, wenn es nicht diese Endlösung gegeben hätte, die, also klar, man kann sich über den High Sparrow Plot durchaus streiten. Aber es hat so eine der schönsten Szenen geführt. Ja, stimmt. Eine der fantastischsten Szenen der gesamten Serie. Und ich würde sagen, zu der kommen wir jetzt auch mal, weil es thematisch gerade so schön passt. Ja. Und weil Dominik noch nicht genug Ramit Schawani über die Musik abwehrt. Genau. Ja. die Sprengung der Septe. Ja, ich halte einfach die Fresse und Dominik, wie würde Uri Geller sagen, the stage is yours. Okay, ich habe auch noch nicht genug geredet heute hier. Das ist ja furchtbar. Ja, diese Szene ist fantastisch, weil sie wird wirklich, also, was man erwähnen muss, Miguel Sapocznik hat in dieser Staffel, also in der sechsten, hat er kurz vorher noch die Schlacht der Bastarde inszeniert und da dachte man wirklich, das ist jetzt der Höhepunkt der Staffel. und dann kam The Winds of Winter, ja. Und dann kommt The Winds of Winter und er setzt wirklich noch einen drauf, vor allem, es ist so, vorher konnte man Miguel Sapocznik mit Hardheim und eben Battle of the Bastards konnte man ihn so ein bisschen reduzieren auf, ja, er ist halt so der Mann fürs Grobe und dann inszeniert er am Anfang, also wirklich direkt am Anfang von Winds of Winter, was nebenbei bemerkt auch mit das beste, eigentlich das beste Staffelfinale ist, ähm, inszeniert er wirklich diese minutiöse, äh, Vorbereitung und, und diesen Ablauf, der letzten Endes dann zur Sprengung dieser Septe führt und es ist wirklich so ein, so ein, man, man kann es nicht anders sagen, Miguel Sapocznik macht hier wirklich einen auf Hitchcock, also bei Hitchcock gibt es ja immer diese, ähm, diesen Ausspruch, äh, äh, von Hitchcock ist ganz berühmt, ähm, zwei Männer sitzen im, äh, im Restaurant und unterhalten sich und unter dem Tisch ist eine Bombe und der Zuschauer weiß, dass die Bombe da ist, aber die beiden Figuren nicht und daraus immer Suspense genau, genau, ja, das ist wirklich so, äh, Suspense 1.1 und genau so funktioniert diese Szene auch, es wurde, äh, angedeutet in einer vorherigen Folge, dass es halt eben diese, diese Seefeuervorräte noch gibt unter der Septe und, ähm, ja, wie, wie, wie halt wirklich alles zusammenpasst in dieser Szene, es ist, es ist wirklich, also, diese ganze Sequenz kann man wirklich fast wie ein eigenständiges Werk betrachten und diese Stärke von Miguel Sapocznik, die setzt sich dann auch nochmal fort, meines Erachtens, mit der fünften Folge der achten Staffel ähm, und es ist, es ist auch wirklich interessant, wie, äh, Komponist Ramin Djawadi dann auch irgendwie, wenn halt Miguel Sapocznik dabei ist, wie er halt dann seine Gewohnheiten ändert, ich kann mich noch erinnern bei dieser Folge, ich hab teilweise wirklich gedacht, irgendwas stimmt mit der Tonspur von Sky nicht, weil wir eben dieses, dieses Klavierspiel haben, was sich immer weiter aufbaut, was immer zu einer Orgel wird und halt eben diese, diese Cersei-Dynamik dann etabliert in der Folge und es ist, es ist so großartig, also dieses Stück Light of the Seven, das geht irgendwie neun Minuten und es, es ist so fantastisch, wirklich, also da hat sich Djawadi endgültig selber mit übertroffen. Ich muss aber sagen, dass, äh, Entschuldigung, alles gut. Okay, ich muss sagen, tolle Szene, aber für mich die beste Szene der Folge, wenn sie jetzt auch in dieser Folge sein sollte, aber ich glaube schon, ist, ist der Abgang von Tommen, weil Tommen ja eigentlich so für mich der sympathischste Landis da war, weil er ja schon so was so Unschuldiges hatte und ja ein Opfer seiner Mutter war. Äh, ich meine, die Szene ist geklaut von dem Oscar-Film Ida, das ist, äh, jetzt nörde ich hier mal ab, ja, aber es ist eine superschöne Szene, weil sie so unglaublich tragisch ist und wie diese Sprengung ja fast schon im Stillen passiert. Ja, und dann diese... Also der Fensterschurz von Tommen ist, äh, ja, man kann ja wieder so Schlüsse ziehen, weißt du, vom Fensterschurz von Bran, ja, vielleicht hatte Tom die Wahl, entweder stirbst du jetzt oder du wirst als emotionsloses Frack im Rollschuh landen, ne? Wenn er den Sturz überlebt hätte, bestimmt, ja. Ja, ich glaube, das war ein bisschen höher als der Sturz von Bran, das stimmt schon. Ja. Ja, ähm, ja, also es war eine tolle Folge, ähm, ein schöner Abschluss dieser High Sparrow-Kiste, auch wenn ich jetzt kein Fan davon, dieser Storyline war, äh, aber wie gesagt, ich find der, die Szene, wie Tom, äh, da einfach so, als wär's das, das, das Normalste der Welt einfach sich da umbringt, ähm, ohne zurückzuschauen, fand ich tatsächlich, das war das Eindrucksvollste der Folge. Ich weiß nicht, wie die anderen das sehen. Ja, ich wollte dir vorher schon eingrätschen, also das hat eigentlich der Dominik schon gesagt, aber ich will jetzt einfach nochmal, der nochmal, ja, die Musik, ach Gott, oh Gott, das ist halt wirklich so, ich bin jetzt nicht der Typ, also ich bin nicht der Lasse zum Beispiel, der halt irgendwie, der halt irgendwie, ähm, den, den Soundtrack so mega beachtet, also meistens, wenn es nicht negativ auffällt, ist es gut, keine Ahnung, und wenn, wenn es jetzt nicht einfach halt billig ist und irgendwie, ähm, ja, wie gesagt, nicht, nicht, ähm, zu offensichtlich, sondern halt einfach schön und das untermalt und so, aber nicht zu billig, dann, ähm, passt das alles für mich und das, ich, mir wird das selten auffallen, aber hier ist es halt einfach so speziell, aber halt so toll, das war, glaube ich, wirklich das erste Mal, also bis auf jetzt hier, ähm, Reigns of Castamere in der Red Redding, da war es natürlich auch wichtig und so, aber hier war es das erste Mal, dass ich wirklich die, ähm, die Musik halt so als, als, ähm, eigenständigen Charakter schon fast, also keine Ahnung, du bist schon, was ich meine, dass es halt wirklich so, ähm, so richtig rausgestanden ist, wie so ein Nagel, keine Ahnung, also es hat halt wirklich, ist halt, man konnte nicht nicht drauf achten, aber es war großartig, also wirklich, da saß ich echt drin und das hat mich so gepackt und wenn mir so eine Sache auffällt, dann ist es schon, ähm, sehr besonders und, entweder ganz schlecht oder ganz gut und in jedem Fall war es ganz gut, so, fertig. Thomas, wie schließt du zu der Szene? Ich glaube, ich brauche gar nichts mehr zu ergänzen, ihr habt alle schon gesagt, ich, äh, höre heute immer noch gerne das Musikstück zwischendurch, einfach mal so und, äh, die ganze Folge ist richtig, richtig toll. Ja. Und jetzt nochmal in der Retro-Perspektive, äh, ist sie auch so ein, so ein Serienstück von wegen, da wird Tabula Rasa betrieben, ne? Also es wird halt, einige Charaktere werden ausradiert, die bisher noch gestört haben und das ist auch so der Wendepunkt, der halt dann zunächst in Staffel und, also zu den nächsten beiden Staffeln führt, die dann kürzer werden und, äh, schneller werden und das ist das letzte Mal, wo ich gefühlt jetzt in dem Rückblick nochmal so einen Moment von Ruhe hatte in dieser Serie. Ich möchte übrigens noch anmerken, dass ja auch Natalie Dormer, äh, in der Folge stirbt. Mhm. Grüße gehen raus an Pascal, der nach dem Tode von Natalie Dormer Game of Thrones nie mehr mit Standbild geguckt hat. What? Ja. Die ist, ja, ich fand's tatsächlich auch ein bisschen schade um ihre Figur, äh, weil die ist, ähm, Marguerite Torell ist für mich eigentlich immer so ein bisschen der weibliche Littlefinger gewesen. Ja, stimmt, ja. Die ist sehr raffiniert gewesen und da wurde eigentlich auch recht raffiniert aufgebaut, dass sie irgendwie diese, diese ganze Glaubenskiste, die sie dann plötzlich angenommen hatten, dann auf Tommen überträgt, dass sie das halt alles nur vorschiebt. ne, wir müssen, die war cool. Ja. Die war nicht irgendwie, ähm, die war nicht so sehr im Vordergrund, die war nicht offensiv, ähm, Nebenrolle, die war halt einfach nicht dumm und war halt einfach irgendwie ein sympathischer, aber kein zu sympathischer Charakter. Die mochte ich auch sehr gerne einfach. Ach, und ich wollte noch anmerken, dass ich mich in der Folge, ähm, schlussendlich dann in Lena Headey verliebt hab und dann, ähm, aufgrund dieser Folge noch ein Bild von ihr gemalt hab. Oh, ja, das können wir gern verlinken, oder? Ja. Ich hab mich Lena Headey in Dread verliebt. So, jetzt ist raus. Wir müssen aber im Zusammenhang mit Marguerite müssen wir noch kurz eine Figur erwähnen, die auch einfach großartig ist, und zwar Oma Türell, aka Diana Ridd, Rick. Oh, ja. Oh, ja. Die super, ja. Die ja, glaub ich, die wahre Mörderin von Joffrey war, ne? Ja, genau. War aber mal die Szene, wo sie's, ähm, Jamie sagt. Wann war das? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall ist es dann, ja. Das ist Staffel 7. Genau. Ich fand ja, muss ich auch sagen, den Abgang von dem, müsst ihr mir helfen, Iron Fist? Äh, irgendwas mit Jones, ne? Finn Jones oder so ähnlich. Ja, ja, Loras Türell. Ja, ja. Genau, wo sie ihm noch so dieses Wappen da ins Hirn schnitzen und so und dann das. Ja. Den fand ich da vorher immer relativ blass, aber irgendwie da fand ich den echt ganz gut. Ja, sobald sie die Haare abhaben, ne? Genau, genau. Die Frisur war es nämlich wieder. Ich will nichts sagen, aber, äh, wir sind jetzt schon seit über zweieinhalb Stunden dabei und in diesen zweieinhalb Stunden wurden verdammt oft irgendwie Haare kritisiert. Was ist denn los mit euch? Naja, dreimal und zweimal war es nicht. Also, für Andi war der Kritikpunkt der ersten Staffel die Scheißfrisur. Also, die Serie ist ganz okay, aber die Frisur sind voll kacke. Ja, das liegt nur daran, weil ich so eine unglaublich schöne Frisur habe. Ich kann's auch nur nochmal als Shoot ausbringen. Ich hasse Emilia Clarke's blonde Perücke. Jeder, der mal gesehen hat, wie bildschön diese Frau eigentlich ist als Brünette, ja, wird Daenerys für immer abschwören. So. Ich hab meine Tochter Daenerys genannt. Immer nicht Khaleesi. Ja, äh, ich hab meinen Sohn übrigens Hodor genannt. Ja. Ich dachte Boa Fett. Du lügst doch. Das ist der Zeitgeborene. Achso, Entschuldigung. Ich hab mal, ich werde meinen Sohn Hodor nennen. Eigentlich heißt mein Sohn, äh, Hodor Boa Fett groß, ja. Das ist fett. Ja, ähm, ja, äh, ich würde nämlich gerne jetzt zu einer anderen wichtigen Szene kommen. Mhm. Äh, und Überraschung, sie hat mit Hodor zu tun. Mhm. Hodor ist ne arme Sau. Mhm. Ja, Hodor ist einer der, glaub ich, ganz großen Unschuldigen, die fast schon so ein bisschen missbraucht werden. Von Bran. Von Bran. Ja. So wie noch viele in dieser Serie. Ja. Oder in den Sequels. Ja, äh, ich versuch halt irgendwas Witziges zu sagen. Aber das Problem ist, diese Szene ist einfach sehr, sehr traurig. Und wenn man, vor allem weil man ja erfährt, warum Hodor so ist, wie Hodor eben ist. Ähm, also wir alle kennen Hodor seit Folge 1, ja. Und, äh, ich meine, seien wir ehrlich. Er ist wie am Pokémon. Ne? Ja. Pikachu. Hodor. Pikachu. Hodor. Ja. Gut. Ja, genau. Ja. Ähm, Thomas. Ich schaff das emotional gerade nicht. Ja. Kannst du unseren werten Hörern nochmal die Szene vor Augen führen, in der wir uns von Hodor verabschieden müssen? Genau. Also, ähm, Bran befindet sich gerade in einem, äh, Trip in die Vergangenheit. Und da währenddessen greift halt die Armee der, äh, Toten an. Und, äh, Bran wird quasi rausgezogen aus der Höhle und unter riesigen Einsatz von allen, die sich opfern, das muss man ja auch nochmal sagen, gerettet. Und, äh, dann gibt es nur noch eine Tür, die zwischen den Untoten und der Welt draußen steht und der Flucht. Und Hodor ist der einzige, der diese Tür halten kann. Und ich, äh, muss gestehen, ich war richtig, richtig emotional ergriffen und geflasht von dieser ganzen Folge und von dieser Szene vor allen Dingen. Und, äh, das ist ja dann quasi auch das Ende der Folge und die Folge lässt uns dann ja dann quasi auch mit dem letzten verzweifelten Blicken von Hodor zurück. Und da war ich echt, da war ich echt geplättet. Also, da war ich wirklich fertig nach dieser Szene. Ah, kann einer kurz, also Dominik, jemand, der das im Deutschen gesehen hat, die Szene auf Deutsch erklären, wie die das gelöst haben? Äh, wenn ich mich richtig erinnere, sagt halt, sagen sie halt halt, halt die Tür, halt die Tür, halt die Tür und durch, und aus diesem halt die Tür wird halt irgendwann hold the door, hold door, so weiter. Ja, genau. Ja, okay. Okay. Habe ich mich nur gefragt. Ja, das war auch echt undankbar zu übersetzen, denke ich mal. Ja, ja. Aber weil wir ja coole People sind, haben wir die natürlich alle nur im Originalfassung gesehen. Ja, die Übersetzer wussten es wahrscheinlich von Anfang an nicht, sonst hätten sie wahrscheinlich irgendwie... Hottür. Hottür. Hottür, komm jetzt. Hottür. Ja, genau. Hott-Couture. Das ist das für die türkische Version. Äh, das, äh, das Problem ist halt auch, dass der Name Hodor im Deutschen halt sehr deutlich so ausgesprochen wird. Im Original seien die eigentlich immer eher Hottur. Ja. Ne? Und da hört man das raus. Schon eher. Ja, äh, die Szene nehme ich jedes Mal mit. Ja. Also richtig mit und das ist schon bemerkenswert. Ich meine, das ist ein Nebencharakter. Ich meine, ich hab mir die ganze Zeit gedacht, was ist eigentlich Hodor's Aufgabe in dieser Staff, äh, in dieser Serie? Ach ja, Bran zu tragen. Ähm, und dann, dann, ah, sein Tod ist halt wirklich auch so... Also was, was man jetzt auch nochmal sagen muss, viele Leute haben es einfach nicht kapiert. Bran macht in dem Moment keine Zeitreise und trifft auch keine bewusste Entscheidung. Ja. Er muss das, äh, äh, es ist nicht so, dass er da irgendwie die Vergangenheit verändert oder was. Er muss das auslösen, weil er es schon getan hat. Das ist das typische Zeitparadoxon, in das die Macher auch nicht tappen wollten, weil es wurde dann ja auch gesagt, in Staffel 8 gibt es keine Zeitreisen oder sowas. Ja. Obwohl ich eigentlich erst erwartet hatte, dass, äh, die Macher irgendwie sowas etabliert hatten in Staffel 6. Da gibt's ja diesen Moment, wo er diese Erinnerung, äh, oder die, 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 diese, äh, hier mit, mit, ähm, ja, mit Ned Stark am Turm der Freude sieht. Ja, stimmt. Und hey, doch, ein bisschen eingreift. Ja, ja. Aber jetzt zum Thema Zeitparadoxon, das hat ja so ein bisschen was von, weiß ich, so... Doc, was haben sie gemacht? Sie haben eine Zeitmaschine gebaut aus einem Rollstuhlfahrer? Genau, Marty. Ja. Na, immerhin hat das seine DJ-Karriere angeheizt. Ja. Stimmt, ja. Ja, das, ah, also, ich, ich, ich muss auch sagen, ich find auch diesen, äh, Dings ganz großartig in der Szene. Der hat eigentlich so wenig, äh, nur zu tun und, äh, oder halt wenig Screentime und dieser junge Hodor, das ist fantastisch. Ja. Wie der, wie der da spielt, als ob der einen epileptischen Anfall hätte oder sowas. Also, das, ähm, und es, es ist halt auch so tragisch, es, es gab für diese Figur wirklich keinen anderen Weg. Der war einfach schon wirklich vorgezeichnet. Und ich kann mich auch erinnern, an dem Punkt begannen die Theorien, dass Bran vielleicht sogar verantwortlich gewesen sein könnte für den, äh, Wahnsinn des Irrenkönigs. Na? Uh. Weil es hieß ja, dass der Stimmen gehört hat. Bran ist für alles verantwortlich. Ja. Und am Ende, äh, ganz offiziell. Genau. Ne, fantastische Szene, ähm, nimmt mich auch, so wie du es schon gesagt hast, auch immer noch wieder emotional mit, wenn ich das sehe. Und ich finde auch, das ist wirklich richtig toll geschrieben auch. Also, man muss das ja auch mal überlegen, was für ein, wie weit im Vorfeld man das ja dann klar haben muss, dass man das dann bringt. Ja, das hatte man halt wirklich überhaupt nicht auf dem Schirm. Ja. Weil das halt immer so ein Charakter war, der ist so ein bisschen wie, äh, weiß nicht, ich hatte fast so ein ähnliches Gefühl wie, also klar, man kann das jetzt nicht vergleichen, aber so ein ähnliches Gefühl wie, äh, als Robin Williams verstorben ist. So nach dem Motto, das ist halt jemand, der, der halt einfach immer da war, ne? So diese, dieses Selbstverständliche. Also klar, Robin Williams ist vielleicht jetzt ein bisschen hochgegriffen, aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Ja. Es war halt einfach, also, die, äh, die Beziehung zwischen Hodor und Bran war ja schon, äh, es hat mich immer ein bisschen erinnert an, äh, äh, Star Wars, ja? Ja, wenn Chewbacca in C3PO in Einzelteile mit sich trägt, so ein bisschen, ähm, und diese Figur des Hodor war halt einfach, er war halt immer da, er war immer für Bran vor allem da, ähm, und für mich war es überraschend, dass der stirbt, weil ich ihn nie so wirklich, es, es war fast schon so ein Mobiliarstück mehr, weil dadurch, dass er halt eben nicht mehr getan hat, außer Hodor sagen und halt Bran getragen hat, ja, war er nicht so präsent für mich. Und wer tippt da die ganze Zeit, genau. Der Andi, äh, der sucht, der sucht gerade nach Hodor-Gifs. Nee, nee, ich hatte gerade eine andere tolle Idee, aber das würde wahrscheinlich nicht klappen. Entschuldigung, passt. Weiter geht's, ich hab ja nicht zugehört. Du denkst zu laut. Genau. Es klackert da immer so. Aber ich merke schon, dass wir den Andi eingeladen haben, war die beste Entscheidung, weil mal ist er weg ein Wein holen, mal surft er im Internet oder so, ja. Ja, das ist super. Ja, also ich wundere mich auch, dass du immer noch nicht aufs Klo gegangen bist. Das habt ihr noch nicht gehört. Ja, okay. Ich muss ja sagen, das Ende von Hodor, das war auch für mich eine der letzten Male bei Game of Thrones, wo ich wirklich beim Figuren-Tod emotional investiert drin war. Stimmt. Also mir tat der Tod von Theon leid, aber da war ich mir ein bisschen sauer, auch wie auf Bran. Auf Bran, ja, genau. Aber das haben wir alles im Recap geklärt. Immer Bran. Immer Bran. Immer Bran, ja. Non may he roll. Ja. Ja. Und jetzt ist er König und lebt nach der Devise, this is my decision, so roll with it. Ja. Take it or roll it. Okay. Gut. Kommen wir jetzt mal zu einer Folge, die der Dominik, glaube ich, jetzt auch schon gefühlt zwölf Mal angesprochen hat. Mhm. Die im Original Spoils of War heißt. Mhm. Im deutschen Kriegsboil. Ja. Gut. Die Folge, bei der ich eben noch der Meinung bin, Bronn hätte sterben müssen. Mhm. Ja. Aber auch die Folge, wo ich mich jetzt nochmal ein bisschen reingelesen habe und die durchaus positiv angenommen wird. Aber es gibt auch viele Leute, die diese Folge kritisch sehen. Warum? Inwiefern? Keine Ahnung. Aber ich habe nicht weiter gelesen. Äh. Kritisch? Äh. Nur in deiner Blase hier. Ja. Ja, ich, äh, liebe diese Folge. Warum? Weil es in meinen Augen eine der stärksten der Serie ist. Warum? Ähm, weil sie es einfach schafft, äh, wirklich endlich mal Daenerys richtig zum Zug kommen zu lassen in Westeros und die Lannisters mit etwas zu konfrontieren, womit sie wirklich überhaupt nicht gerechnet haben in dem Ausmaß. Mhm. Und die Folge ist für mich eigentlich nahezu der, ich kann mich erinnern, dass das Recap von, äh, Jenny Jacket bei Moviepilot, schöne Grüße, äh, die hat, äh, damals geschrieben, das ist nahezu der perfekte Blockbuster, diese Folge. Und das Raffinierte an der ist, dass, ähm, man eben, also man hat auf der einen Seite Jaime und auf der anderen Seite Tyrion und man will beide nicht sterben sehen. Mhm. Man will aber auch beide nicht gewinnen sehen. Und da wird man richtig mit der Ambivalenz, äh, des Ganzen nochmal konfrontiert inmitten dieses Feuerszenarios, was einfach wirklich fantastisch in Szene gesetzt ist. Ja. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich kann mich an die Folge nicht mehr erinnern. Was? Die ist doch visuell so herausragend. Ich glaub, das war auch die erste Folge, wo ich mir das Making-of angeschaut hab. Ja. Du bist mal ganz still da hinten, ja? Hol dir lieber nochmal ein Wein. Also jetzt ist ja... Wo dann quasi die Dothraki langsam kommen und sie formieren sich, bilden einen Schildwall und dann kommen halt die Drachen und verbrennen einfach alles. Das ist so großartig. Ja, vor allem, wie traumatisiert dann auch Jaime danach ist, ne? Ja, genau. Wobei Jaime ist dann... Das ist so schade. Jaime ist am Anfang, äh, oder eigentlich durch dieses ganze Szenario ist Jaime eigentlich eine extrem starke Figur. Und dann gibt es diesen saudummen Cliffhanger. Ja. Den hasse ich wie die Pest. Wirklich. Diese Scheiße, dass er da unter Wasser gezogen wird und dann... Oh ja, Bronn hat keine Rüste, hat ihn gerettet. Und dann ist er noch 100 Meter Freisteam mit ihm geschwommen. Also das ist so... Das ist jedes Mal so ein Dorn im Auge in den letzten Sekunden, weil ansonsten ist alles Sahne an dieser Szene. Wirklich. Ein Dorne im Auge? Ja. Den hatte ich auch auf der Zunge. Ich auch. Ich auch, ja. Danke, Thomas. Und dabei kommen nicht mal Dornische vor in dieser Folge. Ja. Die sind sowieso nachher recht rar. Stimmt. Ja, also wirklich tolle, tolle Folge. Und danach folgt ja dann quasi auch nochmal eine sehr, sehr wichtige Szene mit der Inneres. Also in der nächsten Folge dann. Wo sie ja nicht mehr bereit ist, Gnade zu zeigen. Und da eigentlich ja schon gezeigt wird, vielleicht ist sie ein bisschen irre. Ah, wo sie Nummer 1 verbrennt, meint ihr? Ja. Naja, sie hat ja schon vorher gezeigt, dass sie grausam ist. Ja, klar. Nichts gegen ihren Freiheitskampf, aber irgendwie 100 Leute einfach mal so kreuzig ist halt auch schon eine Aktion, die Grausamkeit hochziehen. So, das mache ich jeden Samstag. Und nicht? Hatte ich schon erwähnt, dass der Thomas bei Verdi der Gewerkschaft arbeitet? Ich bin ein bisschen stinkig, dass ihr jetzt mal einen Querverweis auf Umbrella Academy nicht verstanden habt. Oder nicht Gewerkschaft geschätzt habt. Ich wollte jetzt hier so einen Querverweis bringen und ihr habt es einfach nicht gewertschätzt. Ich kenne die Serie noch nicht, von daher könnte ich da eh nichts sagen. Ich auch nicht. Naja, Nummer 1. Ach, egal. Dikon ist halt der Typ in Umbrella Academy. Wurscht? Ach, Dikon. Moment, ist jetzt die Frage, welcher Dikon war? Der wurde umbesetzt. Der abgefackelt wird. Ach so, ja gut, stimmt. Der wurde extra für die Szene gecastet. Da habe ich damals auch meine Kritik geschrieben. Neben der Frage, was... Ich habe da wirklich die Frage gestellt, hatten die beiden wohl denselben Casting-Agenten? Vater und Sohn. Ja, ja. Das ist aber auch eine einschneidende Szene, auch wieder für Daenerys. Aber ihre Fans spielen das ja alles runter mit, ja, jeder macht mal Fehler. Ich wusste es, selbst bei unserem letzten Gerald-France-Portrag, jetzt kommst du nicht drum rum, ne? Ja, es ist... Jeder verbrennt mal jemanden. Das kann doch mal passieren. Ja. Ach, ja. Bitte. Das ist doch eine gute... Thomas, wie viele Leute hast du letzte Woche verbrannt? Aus Versehen. Und gekreuzigt. So ein paar halt, ne? Ja, siehst du mal. Verbrannt und gekreuzigt? Ja, wenn schon, denn schon. Ja. Erst verbrannt und dann gekreuzigt. Anders, anders, verbrannt und gekreuzigt, ja. Das Geheimnis ist, man muss das Feuer rechtzeitig löschen. Genau. Es ist aber eben halt auch das, was aufs Ende dieser Serie halt zusteuert, Daenerys Auge-um-Auge-Mentalität einfach, was Gerechtigkeit angeht. Ja. Die schleicht sich durch die ganze Serie und, äh, jeder, der jetzt was anderes behauptet, dem empfehle ich einen Rewatch. Wirklich. Wenn wir wirklich drauf achten, wie Daenerys ihre ach so tollen Ziele und, äh, Ideale durchsetzt mit wirklich äußerster Grausamkeit an vielen Stellen. Ein Rewatch-By-The-Sea. Oh. Der war gut. Okay, ich werd also, glaub ich, ein bisschen blöd im Kopf, weil wir schon zu spät sind. Ja, also, Leute, äh, das, das war's jetzt mit den Szenen, die wir aufgeschrieben haben. Und ich weiß, es sind noch jede Menge andere tolle Szenen. Aber, äh, das wird eh, das, glaub ich, der längste Podcast, den wir bei Moodyback jemals aufgenommen haben. Deswegen, äh, ja, das war's mit den Einzelbesprechungen der Szenen. Aber wir haben noch ein paar andere Themen. Ähm. Und zwar, Game of Thrones ist zu Ende. Und jetzt ist das Phänomen auch erst mal zu Ende. Ähm, es wird ja an einer Spin-Off-Serie gearbeitet, die gerade gedreht wird, mit Naomi Watts in der Hauptrolle. Die soll ja, glaub ich, Tausende von Jahren vor den Ereignissen von Game of Thrones spielen. Meine Frage an euch erst mal, was wollt ihr diese Serie überhaupt? Oder habt ihr jetzt erst mal genug von Game of Thrones? Ich würd das anders aufziehen, wenn ich darf. Und zwar haben wir jetzt mit Game of Thrones eher einen Start eines Phänomens. Finde ich zumindest, weil wir gerade in dem Serienbereich, in den Fantasy-Bereich vorgedrungen sind. Also ich mein, Amazon bereite gerade für 2021 die Herr-der-Ringe-Serie vor und nimmt dafür mal knapp eine Milliarde in die Hand. Übrigens, Brian Cockman, einer der Autoren für Game of Thrones, macht da jetzt mit. Genau, das wollte ich gerade auch ansprechen. Also quasi, dass auch einfach die Expertise mittlerweile da ist, bei Autoren und bei Regisseuren so in diesem Fantasy-Bereich auch mit CGI zu arbeiten. Oder mit Stellung oder sowas, also mit Fantasy-Settings, ne? Dann haben wir Netflix, die halt The Witcher dieses Jahr noch zeigen werden, Ende des Jahres. Und auch Narnia bringen wieder, ne? Und wir haben halt das Game of Thrones-Spin-Off. Eines, wahrscheinlich sogar noch mehr. Ähm, das heißt, wir bekommen da in den nächsten Jahren ganz, ganz viel Fantasy zu sehen. Und das sind nur die High-Quality-Sachen. Da wird's nebenan dann immer mal wieder auch so kleine Produktionen geben, die natürlich in diese Bresche reinschlagen wollen. Das heißt, wir sind gerade in einem Zeitalter oder in einem Beginn eines Zeitalters von Fantasy-Serien. Aber glaubt ihr nicht auch, dass dieses Phänomen Game of Thrones, das ist ja entstanden durch die einzelnen Qualitäten, der Serie, die wir jetzt schon aufgezählt haben, und auch durch diese Überraschungsmomente, glaubt ihr, dass jetzt noch weitere Serien mit einem ähnlichen Aspekt kommen werden? Oder ist das einfach so sehr auf Game of Thrones geeicht, dass das für sich alleine jetzt erstmal steht? Da bin ich auch gespannt, ob sie sich so ein bisschen diese Prämisse da auch so eigen machen. Also ich mein, ob sie da eben, was wir schon gesagt haben, Blut und Titten halt irgendwie auch erstmal nochmal irgendwie mit aufnehmen. Ob das irgendeinen ganz anderen Stil hat oder überraschende Charakter-Tode und so. Oder ob sie da irgendwie sich was ganz Neues einfallen lassen. Das fände ich eigentlich ganz schön. Also dass sie jetzt halt nicht eine neue Geschichte aber mit dem gleichen Stil erzählen, sondern vielleicht sich da nochmal komplett was anderes überlegen. Ich weiß nicht genau. Das fände ich ganz cool. Ja, also man merkt ja schon bei den bisherigen Franchises, die sich da jetzt so auftun, es sind alles welche mit eingebauter Fanbase. Ja. Also wirklich ausnahmslos. Also Witcher, da geht man schon ziemlich auf Nummer sicher. Und Amazon mit Herr der Ringe. Ich weiß nicht wirklich, was ich davon halten soll. Das wirkt irgendwie sehr mit der Brechstange. Wir pumpen jetzt so viel Geld wie möglich da rein. Und ich meine gut, Brian Cogman als Autor, das interessiert mich dann. Brian Cogman hat in der achten Staffel mit die beste Folge geschrieben, nämlich die zweite. Die einfach wunderbar war als Liebeserklärung an die ganzen Figuren nochmal. Da bin ich durchaus neugierig. Aber für mich wirkt das so, es erinnert mich sehr an diese Goldgräberstimmung, die damals herrschte nach Herr der Ringe. Da kam auch alles Mögliche. Da kam Narnia, Eragon, Golden Compass, was jetzt auch wiederkommt, Golden Compass. Am Rande hier ist Dark Materials, wird kommen mit James McAvoy. Und man muss ganz ehrlich sagen, damals im Kino sind die alle abgestunken, diese Herr der Ringe-Epigonen. In Narnia ging, glaub ich, noch so. Ja, aber Narnia war gequillte Scheiße, es tut mir leid. Ja, das stimmt. Also den zweiten vielleicht noch, aber den ersten kann ich nicht leiden, den Film. Wie der Waffen verherrlicht und Weihnachtsmann verteilt Waffen. Genau, und ich seh da durchaus auch Potenzial. Ich hab nur den Eindruck, dass viele irgendwie jetzt gerade sehr auf Nummer sicher gehen. Und es ist interessant, dass sich das jetzt alles durch Game of Thrones in den Serienbereich verschoben hat. Weil, wenn man jetzt überlegt, es gab vor ein paar Jahren die Hobbit-Filme, und die haben komischerweise keinen neuen Fantasy-Trend losgetreten. Man muss einfach mal bedenken, Fantasy ist immer noch ein Risikokandidat. Also Herr der Ringe hat auch eindeutig Game of Thrones den Weg geebnet. Herr der Ringe war vor Peter Jacksons Trilogie oder auch jetzt halt Song of Ice and Fire, das waren absolute Nerd-Bibeln. Ja, das muss man sich einfach mal klar machen. Und dass das immer ein großes Kino oder eben auch Fernsehen ist, das hätte man sich niemals träumen lassen. Und es ist schön, dass man dadurch jetzt halt Mut gefasst hat, solche Stoffe anzupacken mit viel Geld und so weiter und so fort. Aber ich hab den Eindruck, dass mir fehlt da so die Passion hinter und so dieses Wagnis. Es wirkt irgendwie sehr auf Nummer sicher, dass man jetzt alles mögliche wieder abgrast, jetzt wieder die Chroniken von Narnia heranzieht, was mit Verlaub eigentlich ziemlich altbacken ist, ehrlich gesagt. Wobei, ähm, ich finde, Game of Thrones hat auch einen anderen Hype wieder losgelöst, nämlich Mittelalter. Ja. Ja, oder allgemein so Historien mit so Schlachten und so. Ich glaube, dass ohne Game of Thrones gäbe es kein Vikings. Und Vikings, das sei gesagt, ist eine echt gute Serie. Ja, die müsste ich mir noch angucken. Auch The Last Kingdom. Kann ich mir empfehlen. Ja, kann ich mir empfehlen. Ja, also das, das wäre, glaube ich, auch eher ein Trend, der mir gefallen würde. So in Richtung Mittelalter zu gehen. Weil Game of Thrones ist jetzt, Hand aufs Herz, es ist gar nicht mal unbedingt so sehr eine Fantasy-Serie. Haben wir auch besprochen, dass wir, also das muss ich ja ziemlich, äh, nicht schockiert war, aber verdutzt war, als es dann plötzlich in der ersten Staffel dieser Schattengeister auftauchte, ne? Ja. Und ich glaube, das hat ja auch George R.R. Martin gesagt, dass er da zwar Magie halt in, äh, durchaus was dafür übrig hat, aber ist halt ganz anders einsetzt wie jetzt, äh, ja, Harry Potter zum Beispiel, ja? Ja, die Bücher, muss man natürlich sagen, sind noch deutlich fantastischer. Also mal kurz als Einblick, ähm, das Pendant der Serie, äh, also hier diese, diese Ballisten wurden ja etabliert mit Euron da. Und im Buch hat Euron ein magisches Drachenhorn, mit dem er theoretisch die Drachen auf seine Seite ziehen könnte. Nur mal als Beispiel. Okay. Das ist alles sehr viel fantastischer noch. Also da, auch hier mit, mit Lady Stoneheart, was ja völlig rausgelassen wurde aus der Serie mit Catelyn Stark, ähm. Spoiler für die Bücher. Ups. Genau. Ja, ach nee, direkter Spoiler, das ist jetzt eigentlich nicht. Äh, und, also, ich, ich, ich fände es toll, wenn man sich jetzt nicht nur so auf den Fantasy-Aspekt fokussiert bei anderen Geschichten. Und Tolkien ist nochmal deutlich fantastischer als Martin zum Beispiel. Und ich, ich weiß nicht, diese Herr-der-Ringe-Serie, das klingt irgendwie alles so, ach, keine Ahnung. Also, als, als, also, das, das, das ist so wirklich so, dass das naheliegendste, was Amazon sich da herangezogen hat. Und das Hörste. Ja, und vor allem, wenn man da mal hört, warum hat Amazon den Zuschlag bekommen von den Tolkien-Erben? Weil die sich dadurch erhoffen, die Buchverkäufe wieder anzukurbeln. Ja, das ist der Hauptgrund. Aber das ist ja auch kein Wunder. Also, ich mein, Game of Thrones damals dann für HBO ranzukarren, war, glaub ich, bei denen schon klar, okay, wir müssen einiges in die Hand nehmen und auch durchaus auf Qualität setzen. Aber lass uns mal erst mal nach der ersten Staffel gucken, wie weit wir damit kommen. Also, das war tatsächlich schon Risiko, das auch in die Hand zu nehmen. Und Fantasy, das hast du auch richtig gesagt, ist auch tatsächlich immer noch Risiko. Also, nicht jeder ist irgendwie totaler Fantasy-Fan und mag es, wenn da Drachen über die, über den Bildschirm flattern und irgendwelche Leute. Vor allem ist Fantasy ein Risiko, weil Fantasy noch mehr als Science-Fiction unglaublich teuer ist. Ja, genau. Und deswegen setzen natürlich im Streaming-Dienstkrieg, und den haben wir nun mal, natürlich die Riesen auf sichere Pferde, auf eine sichere Bank, indem sie halt gucken, wo sind halt die meisten Fans. Ja, sicher, klar. Ja, gut, das ist natürlich generell so grad die Mentalität der großen Studios und Streaming-Dienste, dass man halt ... Es geht ja im Moment eigentlich IPs etablieren. Das ist im Moment das A und O, dass man möglichst schnell IPs etabliert. Ich sehe auch halt noch eine andere Parallele bei Game of Thrones zu Herr der Ringe, dass man eben durch diesen immensen Anklang vergisst, was das eigentlich für ein Risikoprojekt war. Bei Herr der Ringe, da wurde damals hämisch prophezeit, dass das Studio New Line bankrott gehen würde. Und man darf auch nicht vergessen, was das für ein verdammt großes Risiko war, dass man drei Filme an einem Streifen damals gedreht hat. Hätte der erste gefloppt, das wäre eine absolute Katastrophe gewesen. Und hier genauso, dass HBO überhaupt das gemacht hat, also hatte ich ja auch schon in einem anderen Podcast erwähnt, sie haben einen Piloten gedreht, wo teilweise auch noch völlig andere Figuren waren und der vom Schnitt hinten und vorne nicht funktioniert hat. Der hat sie 10,5 Millionen Dollar gekostet. Und dass sie dann da wirklich den Showrunnern nochmal die Gelegenheit gegeben haben, das grenzt eigentlich an ein Wunder und wäre wahrscheinlich in der heutigen Zeit gar nicht mehr denkbar. Ja. Was aber Game of Thrones ja auch durchaus verändert hat, aber eine große Rolle spielt, ist die Popkultur. Ja, also wir haben ja schon Memes mal immer wieder erwähnt in den Recaps. Ja, was glaubt ihr, wie weit, wie groß ist Game of Thrones in der Popkultur aktuell und wie weit wird sich das noch ausdehnen oder vielleicht sogar zurückgehen? Denn Herr der Ringe in der Popkultur ist ja mittlerweile nur noch dieses GIF von Sean Bean, wenn man ehrlich ist. Aber auch wieder Sean Bean, ja. Ja, klar. One does not simply march into Mordor oder so, ne? Ja, genau. Ja, ja, ja. Andi, wie ist es bei dir? Wie nimmst du die popkulturelle Referenz auf? Ich habe ja schon vorher erwähnt, dass ich glaube, oder ich weiß nicht, ob es auch wirklich so ist, dass jetzt zumindest die Red Wedding irgendwie diese komischen Reaction-Videos wahrscheinlich irgendwie ziemlich populär gemacht hat und so. Und das hat jetzt ja mit der, haben wir eigentlich schon die letzte Staffel zerwissen? Das kommen wir gleich noch zu. Ach so, genau. Aber das hat ja wirklich seinen Höhepunkt erreicht, also an Absurdität mit diesen ganzen Petitionen und ich habe da wirklich Videos gesehen, das war ja wirklich, das grenzt ja an Mordaufrufe und keine Ahnung. Also das kennt man halt vielleicht noch gerade so von Star Wars und Star Wars ist ja glaube ich schon einer der größten Nerd- oder popkulturellen Erscheinungen überhaupt und so. Und da steht ja jetzt Game of Thrones mittlerweile überhaupt in nichts mehr nach. Also das hat es ja wahrscheinlich zumindest in den letzten Monaten ja überboten an Absurditäten. Vor allem ist Game of Thrones neben Star Wars ja auch die Marke, wo halt Fan-Theorien noch und nöcher existieren. Und ich muss gestehen, ich fand Fan-Theorien früher immer ganz ulkig und auch ganz nett, habe mir die gerne mal durchgelesen. Aber mittlerweile, wenn ich nur irgendwo höre Fan-Theorie, da bekomme ich das kalte Kotzen automatisch. Weil ich habe immer das Gefühl so, ey, wir haben da eine Theorie, die gefällt uns. Was? Diese Theorie wird nicht umgesetzt? So eine Scheiße. Ja, genau. Ja, das war hier einfach noch viel schlimmer. Also bei Star Wars, ähm, Mai, da kann man sich, da gibt's Leute, die halt irgendwie überlegen, was jetzt passieren könnte. Aber, ähm, da hast du halt jetzt nicht, hast du vielleicht schon, da bin ich jetzt auch nicht so drin, aber diesen tausendjährigen Background und dann so, ja, und vielleicht macht der dann noch das und so. Und ich fand's bei Game of Thrones noch um einiges schlimmer als bei Star Wars. Also, das ist halt wirklich... Ja, weil du da, da hast du halt wirklich noch die Bücher präsenter. Also du hast ja bei Star Wars, also klar, äh, sie haben den alten Kanon. Und verworfen bei Star Wars. Aber sie bauen ja jetzt dieses neue, äh, 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 X, äh, X, äh, Pundit Universe auf. Aber das ist halt noch im Aufbau. Und alles, was da rumherum ist, ist halt ad acta. Und bei Martin ist halt, ja, es ist halt einfach noch präsent. Und bei Martin ist halt im Moment auch dieser Running Gag, äh, wird er es noch fertig schreiben, bevor er in die Kiste gepackt wird. Ne? Ich mein, der Mann ist 70 mittlerweile. Wobei ja viele bestimmt auch enttäuscht sind, weil es hat sich ja wacker das Gerücht gehalten, dass die, äh, zwei Bücher, die doch fehlen, längst fertig sind. Und die jetzt angekündigt werden sollen, nachdem das Finale gelaufen ist. Und jetzt, das Finale ist jetzt eine Woche alt. Und oh Wunder, doch nichts ist da. Ja. Aber Thomas, äh, was glaubst du? Also, gerade oder in den letzten Wochen war halt Game of Thrones auf dem Zenit der Popkultur. Äh, wir wissen, es wird eine Spin-Off-Serie kommen, ja? Aber was glaubst du, so in 20 Jahren, wenn wir zurückblicken, wird dann Game of Thrones dann noch nur eine vage Erinnerung sein? Oder hat das vielleicht immer noch Bestand? Es wird, glaub ich, so einen The Wire-Charakter haben, oder? Vorsicht. Naja, aber dass man dann schon sagt, wenn man nochmal zurückblickt auf die populären Serien des neuen Jahrtausends, dass man dann sagt, dass halt Game of Thrones eine der besten Serien da ist in dem Bereich und ganz, ganz viel geebnet hat. Und dann wird's umso mehr Jahre dann vergehen, umso weniger Menschen wird's dann geben, die sich daran erinnern können oder es gesehen haben tatsächlich. Ich sag dir, wenn du in, was weiß ich, in 50 Jahren in einem Altenheim sitzt, dein Filius kommt vorbei und sagt dann, ey, Papa, ja, die coolste Serie läuft gerade auf die total krassen Supersender RTLX. Das entsteht allein durch Fan-Theorien. Da sagst du wahrscheinlich auch so, Sohn, du bist enterbt. Genau. Haupt, du. Ja, aber abgesehen von der Qualität, also weil du es gerade mit The Wire verglichen hast, also ich meine, ich glaube nicht, dass die Süddeutsche oder die Welt oder wer auch immer, also jede Zeitung über The Wire berichtet hat nach Staffelfinale, oder? Das sollten sie aber. Ja, natürlich. Das war aber auch halt noch eine andere Zeit, sage ich jetzt mal. The Wire ist ja schon eine ganze Weile her. Ja, ja, genau. Und vor allem The Wire war auch nie so populär. The Wire war immer ein Prestigeprojekt von HBO. Die hatten nie richtig gute Staffeln. The Wire wurde vor allem deswegen fortgesetzt, weil die Presse halt zu Recht total euphorisch diese Serie bewertet hat. Ja, genau. Aber das war halt Kritiker. Also es war halt qualitativ einfach hochwertig. Und jetzt hast du halt noch diesen Popkulturellen. Das, darauf wollte ich halt zurück. Wir leben halt im goldenen Zeitalter der Serien. Das macht halt viel aus. Also es ist auch einfach schick, über Serien mittlerweile zu reden. Wir reden jetzt auch schon über drei Stunden über Game of Thrones als Abschluss-Sale. Das hätten wir vielleicht früher auch nicht so gemacht. Also es ändert sich viel. Also ich würde gerne sechs Stunden über The Wire reden, aber will ja niemand mitmachen. Ich hatte es ja auch schon mal gesagt mit diesen ganzen, also nicht nur diesen Fan-Theorien, sondern auch mit diesen Erklärvideos, die es mittlerweile gibt zu allem möglichen Scheiß. Warum hat John seinen Hund nicht gestreichelt? Also das ist halt auch, es nimmt auch Absurditäten an. Es ist überall präsent, es generiert halt überall Klickzahlen auch. Und natürlich springen dann auch alle auf den Zug und wollen von dem großen Kuchen, der dahinter steht, auch was abhaben. Aber das war diesmal wirklich bizarr. Ja, wenn ich halt so ein Video mache, wohin geht jetzt Bran mit seinem Rollstuhl und wird es eine Aria-Serie geben und ich dazu dann drei Videos produziere, dann ist dahinter natürlich ein monetärer Gedanke vor allen Dingen, weil ich dann Aufmerksamkeit generiere und Klicks generiere. Das hat dann auch nichts mehr mit der Serie an sich zu tun. Habt ihr mal mitgekriegt, wie viele Social-Media-Teams, egal von welchen Firmen, auf diesen Hype aufgesprungen sind. Es gab selbst einen Post von Ikea, ja, von in einer Lampe, die sich jemand auf den Kopf gesetzt hatte. Ja, Game of Thrones Spoilerschutz. Ja. Ja, oder auch ein eiserner Thron aus Leibniz-Keksen. Genau, das ist halt absurd. Oh Gott, also, da merkst du auch wirklich, da will jeder auf den Zug aufspinnen. Genau, und das hat dann nichts, was Balzen sich gerade geleistet hat vor kurzem, da hätten die ja besser in den eisern Thron gepasst. Mit so ein paar Zwangsarbeitern, ne? Genau, das wollte ich damit sagen. Also, es hat nichts mehr mit der Materie an sich zu tun, ne? Also, sich mit dem Stoff auch wirklich auseinanderzusetzen und darüber zu reden, sondern eher nur, wie kann ich am meisten Klicks generieren aufgrund dessen? Mhm. Wobei dieses mit dem Stoff auseinandersetzen, das ist auch so, was ich nicht verstehe, es gibt ganz viele Leute, die halt die Wandlung für Daenerys nicht nachvollziehen können. Ja. Äh, und Dominic hat mir das mal geschickt, es gibt ein Video, da ist so ein Fan-Edit, äh, wo, wo Daenerys irgendwie nachdenkt und dann schneiden sie halt irgendwie die Leute rein, die sich verloren hat über die Zeit jetzt. Ähm, wie gesagt, ein Fan-Edit. Und dann frage ich mich halt, aber das war doch gar nicht notwendig, weil, also, ich hab's verstanden. Und ich bin jetzt nicht der größte Game of Thrones-Fan. Wie gesagt, ich kannte mich an Spoils of War nicht erinnern, ja? Ja? Aber das, das, aber das, das, das war mir klar. Und, äh, das ist halt, dass viele diese Serie auch, glaub ich, noch geguckt haben für das Spektakel, weil halt eben, äh, immer gegiert wurde, ist nach der nächsten roten Hochzeit so ein bisschen. Ja. Ja. Das trifft es, ja. Und vielleicht ändert das ja auch in Zukunft das Sehverhalten bei Serien. Das würde ich sehr schade finden im Übrigen, dass dann nur noch geguckt wird in so einer Staffel, wo ist das nächste Highlight? Aber zumindest sehe ich das aktuell in dem ganzen Serienbereich nicht. Also, ich hab nicht das Gefühl, dass sich da was in die Richtung ändert. Man, man darf auch nicht vergessen, die Veröffentlichungspolitik bei den ganzen Streamingdiensten ist anders als bei, äh, HBO. Ja. Also, hier gibt es nicht die Möglichkeiten, eine Woche irgendwie über eine Folge zu sprechen und zu sinnieren, ja, wie könnte das jetzt weitergehen? Und ich muss zugeben, das wird mir tatsächlich dann irgendwie fehlen. Ja, total. Ich hab auch grad überlegt, welche Serie ich als letztes geschaut habe, weil ich bin nicht der größte Seriengucker. Und die letzte Serie, wie ich schon vorher angesprochen, war jetzt zum Beispiel Umbrella Academy oder so. Und da kann halt einfach dieser Hype nicht entstehen und diese komischen Theorien von Folge zu Folge, weil die Leute schauen sich das an einem Wochenende komplett durch und dann ist fertig, entweder es gefällt dir oder es gefällt dir nicht, aber du kommst gar nicht irgendwie auf die Idee, dann irgendwie dir zu überlegen so, ah, was wird in der nächsten Serie, in der nächsten Folge passieren und so. Ja, weil man's direkt parat hat und das finde ich sehr schade. Ich mein, klar, dieser absurd, ich hasse manche Fantheorien wirklich, die sind einfach so hanebüchen, aber es gibt durchaus auch, kluge, nachvollziehbare, logische Theorien, die auch teilweise in Erfüllung gegangen sind. Ich meine, George R. Martin hat vor Jahren schon gesagt, dass es wirklich eine Fantheorie gab, die dieses Ende vorhergesagt hat, also auch mit Bran. Von Stu, oder? Nah dran. Weiß nicht, also bei Westworld könnte ich mir zum Beispiel niemals vorstellen, dass die irgendwie auf einem Streamingdienst funktionieren würde, weil würde man sich die in einem Rutsch geben? Ja, keine Ahnung. Ich muss auch gestehen, also, ähm, ich bin ja durchaus auch hier und da Fan von dieser alles-sofort-verfügbar-Politik von Netflix und Amazon. Weil es durchaus Serien gibt, das ist super, ja, da macht es echt Spaß, also Future Man ist ein schönes Beispiel, äh, zumindest in der ersten Staffel, das war eine große Freude, diese 13 Folgen innerhalb von einem Wochenende zu gucken, ja. Ja, äh, aber dann hab ich auch wieder gemerkt, nicht nur bei Game of Thrones, sondern bei, äh, Sachen wie Better Call Saul, ähm, oder Shameless oder jetzt aktuell die vierte Staffel Gomorra, wo ich halt wirklich in einer Woche nur eine Folge sehen kann, weil eben nur pro Woche eine neue Episode veröffentlicht wird. Und das hat aber auch was für sich, weil man die Serie tatsächlich anders wahrnimmt, sich anders mit ihr auseinandersetzt. Ja, ich kann da von mir sprechen, also, ich mein, da fehlt dann halt dieser Event-Charakter, weil, ähm, keine Ahnung, Umbrella Academy hab ich mir halt einfach, äh, morgens um sechs im Bett angemacht und abends um oder am nächsten Tag um sechs ausgemacht, aber, ähm, dieses Game of Thrones-Ding, sodass man sich halt irgendwie mit seinen Kumpels dann einmal die Woche trifft und die neue Folge schaut, das hat so einen Event-Charakter und das macht natürlich schon mega Spaß. Ich, äh, würde sogar die Frage stellen, ob das tatsächlich nochmal eine Serie so erreichen kann. Hm, ähm, weiß nicht. Weil selbst, selbst bei The Walking Dead, wo das ja lange Zeit irgendwie so gefühlt zumindest war, dass auch sehr viele sich damit beschäftigt haben, ne, läuft sich ja tot. Was viele auch, glaub ich, missverstehen, viele glauben ja auch, äh, tatsächlich, dass Game of Thrones so auf Anhieb der super Serienhit war. Nee, war's noch nicht. Nein, genau. Und sie waren durchaus erfolgreich, aber, äh, es war jetzt nicht so, oh, Game of Thrones als Serie, geil, und dann war sofort der Hype da. Ich, das, ich, ich, glaube halt, dass, äh, hier Sean Beans Köpfung hat dazu beigetragen und spätestens bei The Red Redding war's halt so weit, ja. Aber es war halt einfach ein Prozess, ähm, und ich glaube, man kann das nicht erzwingen. Ähm, vielleicht hat HBO Glück. Man, es ist ja bekannt, dass HBO jetzt aktuell ein Problem hat, weil Game of Thrones war einfach ihr großes Serienhighlight, was, was sie früher halt bei den Sopranos hatten. Und die suchen natürlich jetzt verzweifelt nach neuen Stoffen und vielleicht haben sie Glück und, was ich, äh, Watchmen wird sowas. Ich weiß es nicht. Äh, es wird sich zeigen, ja. Äh, äh, aber aktuell, aktuell, muss ich, muss ich sagen, äh, so ein richtiges Serienhighlight, wo alle drüber reden, was wir jetzt hatten mit Breaking Bad zum Beispiel, oder auch, äh, The Walking Dead in der Hochphase, die ja auch mittlerweile längst vorbei ist, sehe ich aktuell nicht. Genau. Ich würde auch sagen, dass Breaking Bad so... Warte, Stranger Things könnte man vielleicht auch eventuell da reinnehmen, aber da ist ja wieder die Veröffentlichungspolitik so. Genau, da ist ja alles auf einmal da, ne, da gibt's ja keine... Genau, und da ist es halt wirklich so, du hast, so kannst du sagen, zwei Wochen vor, vorm Start wird's wieder richtig heiß, dann kommt sie, dann wird drüber geredet, dann wird diskutiert, wenn sie halt schlecht ist, dann ist sie halt die schlechteste Serie aller Zeiten, wenn sie gut ist, die Staffel ist, die beste Serie aller Zeiten, und dann nach drei, vier Wochen ist es auch wieder vorüber. Und dann wird sich wieder Gedanken gemacht, hm, was passiert in Staffel 4, ne? Ja, das wird immer kurzweiliger, also ich merke das auch wirklich, äh, also bei Stranger Things zum Beispiel kann ich mir wirklich vorstellen, da kommt jetzt Staffel 3 und zwei Tage später geht's auf Moviepilot, dann irgendwie ein Artikel, ja, äh, Stranger Things, wann kommt Staffel 4? Und das ist dann wirklich so, ich hab auch den Eindruck, dass es mittlerweile so eine Art Wettbewerb geworden ist, wer hat am schnellsten alles weggebinged? Mhm. Ähm, ich möchte aber eigentlich noch mal so den popkulturellen Aspekt von Game of Thrones aufwerfen, ähm, oder, oder nee, 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 Quatsch, jetzt eigentlich auch zur Binge-Kultur, ähm, ich kann auf der anderen Seite nur empfehlen, äh, sich wirklich eine Staffel Game of Thrones, also wenn die durch ist, ich kann wirklich nur noch mal empfehlen, sie sich noch mal in einem Rutsch, also nicht jetzt alles hintereinander, aber wirklich dann noch mal, danach noch mal anzusehen. Weil, wenn das so über mehrere Folgen auseinandergezerrt ist, dann kann das bisweilen auch die Wahrnehmung trüben, also ich hab das auch festgestellt, dass ich eine, äh, Szene zum Beispiel, wo, wo Cersei, ähm, da mit Euron geschlafen hat und dann da sitzt mit ihrem Wein, äh, dass ich die jetzt völlig anders verstanden habe, mit dem Wissen, was ich jetzt eben habe. Ja, also ich... Ja, also ich... Ja, das ist halt auch großartig bei der Serie, dass die jetzt so lange lief und dass du halt trotzdem, ähm, jetzt auch in der letzten Folge, dass du immer diese Callbacks, Vorsicht, Callbacks... Oh, ich habe es nicht gesagt. Ja, genau, und, ähm, das ist, das habe ich ja das Problem, jetzt sagen wir mal bei Walking Dead oder so, da hast du halt schon das Gefühl, dass halt, ich meine, das ist ein anderes Konzept und so, stimmt schon, aber, ähm, wenn du so eine Folge hast, äh, eine Serie wie, 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 bei Breaking Bad, was auch so, wo du das Gefühl hast, die wussten von Anfang an, was sie tun und so, und nicht so, sind dahin geplätscht und dann werden die Regisseure ausgetauscht und jede Folge hat so einen eigenen Stil und so. Und wie du gesagt hast, wenn man sich's am Stück anschaut, dass es halt wie ein einfach unendlich langer Film ist, und die nehmen immer wieder, ähm, Bezug auf alte Folgen und so, und die wussten von Anfang an, was sie tun so, also im Groben jetzt, und das finde ich einfach so großartig bei der Serie irgendwie, also bei Walking Dead zum Beispiel, ähm, hast du das halt nicht. Ich hab ja erwähnt, dass ich die erste Staffel jetzt nochmal so teilweise geguckt habe, äh, und da gab's auch Sachen, wo ich mich, wo ich dann auch, ach so, also gleich in der ersten Folge, wenn, äh, Daenerys, äh, in ein heißes Bad steigt und ihre, und ihre Bedienstete sagt, nein, ähm, Milei, das ist viel zu heiß, es kocht ja fast noch, und Daenerys, und ich dachte halt immer zuerst so, okay, sie möchte den einen Schmerz mit dem anderen Schmerz betäuben, aber dann kann man auch wieder Rückschlüsse darauf ziehen, hey, sag mal, wie endet die Staffel denn? Ja, genau, sie steckt aus dem Feuer, ja? Aber solche Sachen halt, also nur als Beispiel, ja? Aber da fällt dann auch auf, dass viele Sachen aus den Büchern dann ins Leere laufen. Es ist, hab ich zum Beispiel mal aufgefallen, dass dieser Magister Elyrio, bei dem sie da am Anfang sind, dass der überhaupt keine Rolle mehr spielt irgendwann, und dass der auch nie wieder auftaucht? Nö. Wer? Moment, Moment. Das ist, das ist, ja, nee, das sind so Sachen halt aus den Büchern, äh, und wo sie dann halt eben andere Entscheidungen getroffen haben für die Serie, weil diese Figur ist eigentlich wichtig für eine Handlung und für eine Figur, die völlig aus der Serie gestrichen wurde. Und die dann auch halt mit wahres zusammenhängt an der Stelle. Aber ja, gut, das ist nur ein kurzer Einwurf. Ja. Ja, da freu ich mich, wie gesagt, schon drauf. Wenn ich's nochmal anschaue, dann merkt man das halt dann so zum Beispiel, wenn man dann so eine Storyline hat, wenn man sich denkt so, ah, die hättest du jetzt auch streichen können. Aber das fällt einem dann erst später auf. Es ist aber schon ein Gesamtwerk am Ende, würde ich sagen. Ein Gesamtwerk, was ja jetzt ein Spin-off erhält. Äh, äh, hättet ihr Ideen für Spin-offs noch? Weil, äh, also zum Beispiel Arya verlässt ja Westeros mit dem Schiff in die unbekannte Ferne des Westens. Und da wurde ja schon gesagt, es wird kein Spin-off dazu geben. Äh, ich bin dir ganz ehrlich, ich hätte da noch so ein Brand-Spin-off. Das wäre doch lustig. Ich hab's ja schon... Ach, du meinst diese Sitcom? Genau, ich hätte gerne die Sitcom quasi. Ah, du hast es, genau. Ja, wo die dann sitzen und über die Politik von Westeros debattieren und zwischendurch kommt dann Brand reingerollt und denkt sich so, ey, ich weiß schon, was passiert. Ihr nicht? Ha, ha. Und fährt dann wieder weg, so. Haus auf King's Landing. Genau. Ich hab auch schon den perfekten Titelthema. Rolling, rolling, rolling. Rolling Dice. Die neue Sitcom im Game of Thrones-Universum mit Bran. Ja. Ja. Und ich wär für ein Valyria-Spin-off mit dem schönen Titelsong Ring of Fire. Ich will auf jeden Fall, dass, weil wir ja schon so viele Hot-Fuzz-Kandidaten gehabt haben, ich will auf jeden Fall, dass Timmy Doldne in einem der nächsten Spin-offs aufbricht. Ja, der hat nach Penny Dreadful wieder Zeit. Oder aber, es gibt ja ganz viele Leute, die sich so recht beschwert haben, dass manche Reisewege anscheinend so kurz sind, ja, dass man irgendwie kein richtiges Gefühl mehr für Zeit hat. Man könnte ja einfach die ganzen Sachen, die da passiert sind, dann nachträglich nochmal zeigen, ja? Ja, das wird sehr spannend. Oder der Blick nach Norden, The Walking Wide, in dem sie einfach zeigen, wie der Nachtkönig die ganze Zeit da rumspaziert. Ja, ja. Das zeigen sie wahrscheinlich in dem Spin-off. Ja, ja. Okay. Gut. Wir wären fast durch. Und es ist bislang der längste Podcast, den wir je gemacht haben. Ja. Noch länger als die beiden Harry-Potter-Podcasts, die erschienen sind. Oh, okay. Lost Episodes incoming. Ja. Aber es gibt noch eine finale Frage, die müssen wir klären. Und zwar, wie fanden wir eigentlich die finale Staffel? Und das, ich bin mal gespannt, ob es jetzt vielleicht noch abschließend zur Diskussion kommt. Wer fängt denn mal an? Wer fängt denn mal an? Andi. Oh Gott. Ab dich. Puh. Wie er aus seinem Weinglas gerissen wurde. Ja. Puh, puh, puh. Dass wir kein Prusten gehört haben. Also ich sag mal, ich kann es mal so zusammenfassen. Eins, zwei, gut. Drei, schlecht. Vier, sehr gut. Ja. Fünf, mittel. Sechs. Oh. Die Meinung kennen wir noch gar nicht. Stimmt. Also. Aha, ein Daenerys-Fanboy also. Dominik Fass. Nee, ja. Ich sag jetzt mal, nicht schlecht. Irgendwas zwischen schlecht und mittel. Aber, also wie gesagt, das waren hin und her. Ich bin keiner, der sagt, dreht den ganzen Scheiß nochmal neu. Das kann ich schon mal vorwegnehmen. Aber, ähm. Ich schicke dir gleich den Link zur Petition. Ja, danke. Nee, nee. Das will ich gar nicht. Also ich, 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 ähm, war durchaus wohlwollend und war von Folge 3 trotz, ach Gott, ich will jetzt hier gar nicht so groß einsteigen. Aber ich war, ähm, ja, enttäuscht, sag ich jetzt mal, ganz, ganz frei raus. Also, wie gesagt, Staff, äh, Folge, Folge 5 war großartig. Ähm, mit diesen ganzen Charakter-Sachen hatte ich überhaupt kein Problem. Und ich bin wahrscheinlich auch einer der wenigen, die sagen, hey, Jaime, Cersei, Plot, bla, äh, fand ich super. Ich auch. Ja. Okay, dann sind wir schon mal zwei oder vielleicht auch vier. Der Tilo fand das Ende für beide unglaublich lahm. Ja, ich kann's mir vorstellen, wenn manche Leute so denken, aber ich fand halt... Oder es war platt. Ja, aber es gab halt einfach so viele Szenen, wo man sich halt dann schon... Ich bin da nicht der Typ, der dann sich so großartig drüber aufregen will, aber ich, ähm... Ja, es gibt schon viele Sachen, die mich einfach geärgert haben. Ja. Ja, ja, ja. Okay. Ich bin die Team. Ja, ähm... Ja, wer tritt dagegen an? Hm. Dominik. Hm. Es war so klar. Ja, äh, diese Staffel ist ein Sorgenkind. Keine Frage, das merkt man, äh, der Produktion wirklich an. Man merkt dem Ganzen auch, also wir haben, äh, können ja kurz Anmerkungen zu tun. Und ich haben auch, äh, die Doku gesehen, The Last Watch. Die kann ich sehr empfehlen. Kann man auch gerne in unsere Besprechung reinhören beim Tele-Stammtisch, die wahrscheinlich morgen schon erscheinen wird. Gibt's die auf YouTube? Äh, wird kommen, ja. Beziehungsweise nicht morgen, sondern heute. Ach so, meinst du jetzt die Doku oder die Besprechung? Die Besprechung. Ach so, ja, die Besprechung gibt's auf YouTube, ja. Äh, die Doku ist auf Sky-Ticket zu sehen. Seit heute Nacht, glaub ich, genau. Äh, Lirum Larum, ähm, diese Staffel ist schwierig. Ähm, ich halte sie trotzdem für sehenswert und an einigen Stellen auch gelungen. Die hat sehr viele Kinderkrankheiten und Schwächen. Das heißt aber nicht, dass sie nur Schwächen hat. Und vielleicht sollten gewisse Leute sich auch einfach mal auf die Stärken des Ganzen konzentrieren. Ich weiß allerdings nicht, ob sie sowas jemals als Stärken empfunden haben, sondern einfach nur immer das sehen wollten, was sie haben wollten. Und wenn sie es nicht bekommen haben, wurden sie zickig. Ähm, ja, diese Staffel ist schwierig, sie ist kontrovers, ich kann es verstehen, aber ich finde viele Aspekte tatsächlich sehr gelungen. Und ich finde vor allem, die Inszenierung dieser Staffel ist ein absoluter Traum. Also man muss sich hier wirklich tausendmal kneifen und sich sagen, das ist eine TV-Serie. Und vielleicht sollten das sehr, sehr viele da draußen einfach auch mal tun. Ja. Ja, vielen Dank. Nehme ich jetzt Thomas oder nehme ich jetzt mich? Ich nehme mich, so. Ja, ganz klar, Staffel 7 und 8 sind neben Staffel 5 für mich auch die Lowlight-Staffeln. Nichtsdestotrotz hatte ich mit Staffel 8 mehr Spaß als Staffel 7. Es gab viele Fehler, viele Verfehlungen. Da muss man nicht drüber reden. Ähm, trotz allem fand ich es schön, dass sie halt ein Ende gefunden haben, womit ich gut leben kann. Ähm, es gibt Staffel 3 und 5 sind technisch sensationell. Also man kann da dramaturgisch gerne drüber reden und dass auch Entscheidungen getroffen sind, die, was ich, keinen Sinn ergeben oder die doof sind, äh, was weiß ich. Trotz allem, technisch sind diese beiden Folgen sensationell. Also da, da lernst du mich auch auf keine größeren Diskussionen ein. Miguel. Ja, Miguel, wir lieben dich. Hand aus der Hose. Ich hab keine Hose an. So. Ähm. Das musst du auch wieder raus. Ja. Ja. Es ist, es ist, es ist eine ambivalente Staffel, ganz klar. Und vielleicht wäre sie wirklich besser gewesen, wenn sie zehn Folgen hätte und jede Folge hätte 70 Minuten. Ja. Nichtsdestotrotz, was mich bei Game of Thrones immer so ein bisschen angeödet hat, war teilweise, wie lahmarschig sie sind. Weil manchmal, gerade was Daenerys angeht, war es, fand ich es, fand ich es ein bisschen unverschämt. Weil ich war wirklich einer, der gesagt hat, Mädchen, mach endlich hinne. Äh, jetzt in der siebten, achten Staffel waren sie das vielleicht ein bisschen zu voreilig. Aber ich bin auch ehrlich, ich bin auch ganz froh, dass es jetzt vorbei ist. Ich finde, acht Staffeln sind genug. Äh, keiner braucht 20 Staffeln Game of Thrones. Ähm. Letztendlich muss ich sagen, ich fand die finale Staffel gut. Mit deutlichen Schwächen, aber gut. Ich hatte meinen Spaß, was vor allem daran lag, weil ich, äh, Recaps dazu gemacht habe, die allesamt sehr lustig waren. Und das war's für mich. Für, ja. Oder hab ich noch was zu sagen? Nein. Thomas, was sagst du zur letzten Staffel? So. Ja. Jetzt kommt's. Er hat eigentlich schon fast alles gesagt, was ich auch sagen wollte. Also ich kann mich nur anschließen. Visuell fand ich die Staffel herausragend an ganz, ganz vielen Stellen. Und auch, was Dominik gesagt hatte, dass man sich in Erinnerung rufen muss, dass es sich hier um eine TV-Serie handelt und nicht nur in einem 150-Millionen-Blockbuster, der im Kino gelaufen ist. Ähm, und da haben wir wirklich Momente bekommen, auch in dieser Staffel wieder, die wirklich sich auch in mein Gedächtnis eingebrannt haben und die da lange Zeit verweilen werden, die wirklich toll waren. Und ja, die Staffel hat ganz, ganz viele Probleme, resultierend auch aus, äh, Plotlines, die da einfach da jetzt ins Leere laufen, oder halt auch der Staffel 7, dass man da schon sehr hastig war. Und jetzt in Staffel 8 einfach nur noch diese beiden großen Dinge, die man hat mit dem Nachtkönig und, äh, Daenerys und Cersei zu Ende bringen muss. Und das führt einfach auch zu Kontroversen und hat auch zu Kontroversen geführt, wo man, glaube ich, ganz, ganz viel drüber diskutieren kann, ob man das jetzt so geil findet oder nicht geil findet. Ähm, ich finde, die Staffel hat vor allen Dingen auch ganz viele Logik-Probleme. Das ist in Folge 4 vor allen Dingen sehr drastisch zu sehen. Ähm, und auch am Ende, wenn dann plötzlich die Truppen wieder aufgefüllt sind und größer sind als vorher und, ach, ganz, ganz viel, worüber ich auch schon in den Recaps gesprochen habe. Was ich halt trotzdem gut finde, ist, wie die Serie insgesamt geendet hat. Und man kann das total kacke finden, von mir aus. Ich finde aber, dass die Figuren, gerade die Starks, richtig versöhnliche Abschiedsszenen bekommen. Und ich war damit glücklich. Ich hab dann am Ende gedacht, so, okay, jetzt ist irgendwie doch alles erzählt. Jetzt ist alles da gewesen. Ähm, es waren Auf und Abs. Und ja, es ist definitiv nicht die beste Staffel. Und nein, man muss sie verdammt nochmal nicht neu drehen. Das war doch mal ein Statement. Das war ein wunderbares Statement. Ähm, und, äh, ja, es ist kaum zu glauben, wir sind schon am Ende. Hey, ich hätte noch eine Frage, ich hätte noch eine Frage. Wie haben die sich das vorgestellt, ähm, eigentlich, also die, die Danny, ähm, so viele, ähm, also wenn die die Stadt komplett abgefackelt hat, gell, wie will sie die eigentlich wieder aufbauen? Sie hat eine, eine Horde Eunuchen und eine Horde, ähm, psychopathische Pferdepsychos. Und, ähm, also weibliche Mannschaft hat sie nicht so wirklich viel am Start, oder? Ja, deshalb wollten sie doch wieder die Bordelle aufbauen. Genau. Achso, und die dann halt einfach einimportieren, oder? Ja, aus dem Norden. Und wenn auch die komplette Bevölkerung wäre total freiwillig wieder in diese Stadt gekommen, die die überlebt haben. Ja. Wer weiß, wann der nächste Feueranarm ist. Also ich wollte jetzt diese, ich wollte jetzt so ein bisschen die, ähm, wieso und wie war das gemeint, Runde einläuten. Aber vielleicht lassen wir das auch. Ich stell mir grad wirklich so eine Daenerys vor, die so einen auf George Bush macht, äh, mit Terrorwarnstufen, ey. Stimmt. Devcon, Devcon. Also alle, alle hassen sie jetzt und, ähm, alle, die auf ihrer Seite sind, sind nur Männer. Ja, das ist mir auch aufgefallen tatsächlich. Obwohl es auch einige Frauen gibt, die, äh, das Ganze sich schönreden. Und, äh, ja, äh, ich, 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 ich find's einfach, äh, wahnsinnig beunruhigend, dass viele, ähm, einfach anscheinend nicht wahrhaben wollen, dass sie sieben Jahre lang einer Despotin zugejubelt haben. Oder einer angehenden Despotin. Die Leute, die ihre Töchter so genannt haben jetzt. Ja, und die jetzt ins Standesamt gestürmt sind. In den USA. Ähm, ja, ich, ich finde auch, es sagt, äh, tatsächlich viel über solche Leute auch aus, äh, die, äh, jetzt irgendwie Völkermord, äh, entschuldigen. Und wenn es hundertmal von einer fiktiven Person ist, es sagt einfach sehr viel über deren Verständnis von, äh, Gerechtigkeit und, äh, Ethik aus, meines Erachtens. Ja. Okay, ihr Lieben. Äh, wir haben jetzt die dreieinhalb Stunden Marke durchbrochen. Ja. Ich hätt noch eine Frage. Ich hätt noch eine Frage. Wer hält das die Klappe? Ganz kurz mal eben. Nein, nein, wir machen jetzt wirklich Schluss, äh, es wird aber natürlich Zeit, also, was heißt Zeit, äh, wir werden uns noch verabschieden, natürlich. Ähm, ich würde sagen, unser Gast fängt an. Der liebe Andi, bitte. Ja, ähm, es hat mich sehr gefreut, dass ihr mich in diesen elitären Kreis aufgenommen habt. Ähm, ich hoffe, ich konnte irgendwas dazu beitragen. Wie gesagt, ich war jetzt nicht so hart drin, äh, was die alten Staffeln betrifft. Das werde ich jetzt nachholen. Vielleicht machen wir in zehn Jahren nochmal einen Podcast und besprechen dann einfach nochmal und dann können wir auch diesen popkulturellen, ähm, Impact nochmal genauer, ähm, analysieren. Aber für heute war's das. Und ich sage auf Wiedersehen. Ja, äh, Dominik, bitte. Ja, da sind wir am Ende angelangt. Äh, ich hoffe, äh, die ganze, äh, das ganze Angeteaser auf dieses Crossover war es wert. Mir hat es unglaublich Spaß gemacht. Ich kann mich an dieser Stelle wirklich nur nochmal bei euch bedanken für diese Möglichkeit. Ich kann mich auch beim Andi, äh, dem, äh, Maestro vom Tele-Stammtisch bedanken, dass er uns dort auch die Möglichkeit eröffnet hat, äh, diese Recaps zu machen. Ich dachte, du meinst mich. Vielen Dank. Ja, dich meine ich auch, aber in erster Linie den anderen Andi, den Big Boss. Den meinte ich, weil, äh, der hat, ähm, durchaus tatkräftig mitgeholfen. Er hat, äh, uns zwar sehr viel, ähm, überlassen und auch selber gestalten lassen, aber er stand uns immer zur Seite und, äh, hat uns überhaupt diese Plattform des Tele-Stammtisches dafür gegeben. Dafür ein herzliches Dankeschön. Das habe ich nämlich beim letzten Recap leider vergessen. Und, ja, ich, äh, hoffe, dass euch dieses ganze Projekt gefallen hat. Schreibt gerne in die Kommentare, was vielleicht auch eure Top-Momente der Serie, der Staffel waren. Ja, bis dahin, Vala Morghulis. Da steige ich nochmal kurz ein. Es tut mir leid für alle anderen, die ich zu dir unterbreche, aber ich will auch nochmal hier an der Stelle dem Andi danken für sein tolles Podcast-Projekt, weil bis jetzt habe ich nur Movie Break gelobt und jetzt will ich auch nochmal den Tele-Stammtisch loben. Tele-was? Also, Tele-Stammtisch, Entschuldigung. Das ist Eigenlob, oder? Na, ich bin da ja auch irgendwie reingestolpert, aber trotzdem. Ich bin gerade so emotional und, ähm, deswegen. Ja, ich auch. Danke. Danke. Okay, 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 okay. Also, äh, ja, also, die unbefleckten Wein, äh, Zeit für echte Männer. Thomas, du bist dran. Genau, kann mich nur anschließen. Mir hat es unsagbar viel Spaß gemacht. Es hat echt Spaß gemacht, mit euch darüber zu diskutieren, wie die Serie jetzt insgesamt war. nochmal als Abschluss. Wir hatten ja letzte Woche schon bei unserem Podcast drüber gesprochen, dass es jetzt irgendwie schade ist, dass es zu Ende ist, dass es nur sechs Folgen waren. Und wir haben jetzt einfach nochmal eine draufgelegt, einfach nochmal, um insgesamt über die Serie sprechen zu können. Ähm, auch schön, dass du da warst, Anni. Und, äh, auch schön, dass du warst. Äh, dabei warst Dominik. Äh, das hat echt viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass wir wirklich nochmal eine andere Serie finden, wo wir das ebenfalls tun können, wo wir da einfach jede Woche mal drüber sprechen können, so ein Recap machen. Stu, wie immer war es mit dir eine Freude zu podcasten und wir machen sowieso noch ganz, ganz viele Podcasts zusammen. Genau, ansonsten bleibt mir nur zu sagen, was Dominik auch schon gesagt hat, äh, schreibt in die Kommentare, wie ihr jetzt Game of Thrones nach Ende der neuen Staffel, der achten Staffel, äh, fandet, insgesamt fandet und was so eure besten Momente, was so eure schlechtesten Momente waren, was ihr uns sonst noch gerne mitteilen würdet und, äh, von mir aus, schreibt auch gerne mit GIFs. Ja, okay, gut. Ja, dann bin ich noch übrig. Äh, ich mach erstmal das Standardprozedere, wenn ihr uns bei iTunes, Deezer oder was weiß ich, wie die Diener heißen, hört, würden wir uns über eine positive Bewertung freuen. Wir würden uns auch sehr freuen, wenn ihr fleißig kommentiert, ob jetzt mit GIFs oder YouTube-Videos oder vielleicht ganz ausgefallen mit Text, ist mir egal. Ähm, ja, und ich, äh, ich fühle seit ein paar Minuten eine gewisse Wehleidigkeit, muss ich ganz ehrlich sagen, denn, äh, in den letzten, jetzt sieben Wochen war es ein fester Termin, Montagabends, 10 Uhr wird, äh, gerecapt und das war, äh, immer eine große Freude und ich will nicht so sehr ins Detail gehen, aber ich bin aktuell, hab ich, äh, einiges vor mir und es war immer schön zu wissen, dass man am Montag diese, sag ich mal, die feste Größe des Spaßes vor sich hatte. Ähm, ich bin sehr traurig, dass es jetzt vorbei ist. Ähm, sehr, sehr traurig. Ich möchte hier auch nochmal dem Andi, danken, äh, als Gast. Äh, ich glaube, der Andi hat sich hiermit profiliert und wird bestimmt auch mal in anderen Podcasts von uns dabei sein. Ich seh da vielleicht in der Zukunft so einen Hate- oder Lovecast vor mir. Ähm, dann auch ein Dankeschön an dem Andi vom Tele-Stammtisch, äh, für seine Unterstützung. Danke nochmal, ein ganz großes Danke an unseren Umik, ja, unser Podcast-Gott. Äh, und vor allem ein ganz, ganz dickes Danke an dich, Dominik. Ich weiß, ich hab dich gerne aufgezogen mit Nerd, aber ich hab's ja letzte Woche auf dem Tele-Stammtisch-Wecaps schon gesagt, ich, ich find das ganz toll, äh, was du, äh, also, was du hier mit, 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 mitbringst. Und ohne dich wär's auch langweilig gewesen. Ich glaube, es war die Mischung, die's ausmacht. Ich glaube, wenn man hier vier Dominiks hätte, würde sich das kein Mensch anhören wollen, außer Dominik. Ja, hingegen, wenn man hier nur vier Stus sitzen hätte, würde sich das keine Ahnung hören, außer, ja, Thomas vielleicht, der mag mich nicht. Ähm, ja. Und Thomas ist dann auch der Einzige, der kommentiert. Ja, ja, genau. Ähm, ich seh ein bisschen positiv in die Zukunft, weil ich, sag mal so, in eineinhalb, vielleicht zwei Jahren maximal, haben wir ja diese Spin-Off-Serie zu Game of Thrones. Sonst, da würd ich mich sehr freuen, euch wieder beim Recap zu haben, ähm, denn ich glaube, in nächster Zeit wird es keine Recap-Serie für uns geben, leider. Ich werde dieses Recap sehr vermissen, äh, euch werde ich nicht vermissen, ich mein, wir bleiben weiterhin in Kontakt, das ist ja jetzt nicht so, dass wir, äh, uns nie wiedersehen. Wir gehen jetzt alle hinter die Mauer. Ja, ja, im Gegenteil, in knapp zwei Wochen, äh, seh ich ja zwei von euch wieder, da freu ich mich schon, auf euch, mit euch zusammen anzustoßen. Trotz allem bin ich sehr, 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 sehr traurig, dass das jetzt erstmal der Abschluss ist, äh, von unserer Game of Thrones-Phase und, ähm, ja. Ich bin, ich bin sehr traurig, das möchte ich ja sagen, äh, aber es war eine schöne Zeit. Ich weiß nicht, wie die Zuhörer es sehen, die jetzt, ich weiß nicht, vielleicht gibt's welche, die jetzt drei Kreuze machen und denken sich, boah, endlich vorbei. Wir hören gar nicht bis hierhin. Ja. Wir sind aufgescheidert. Ja. Also, die, die jetzt bis hier angehört haben, die sind jetzt auch traurig. Ne, ich bin wirklich etwas traurig, ähm, wir machen natürlich weiter Podcasts, keine Angst, ich bin auch weiterhin beim Teleschampisch mit dabei, äh, Mobile Break ist aber natürlich meine Nummer eins Heimat, ähm, und ich danke allen fürs Zuhören, ich danke allen, die im Hintergrund mitgearbeitet haben, ich danke, äh, HBO für die Serie, ich danke meiner Mutter, ich danke Thomas' Mutter, ich danke Andis Mutter, ich danke Dominiks Mutter, ich, äh. Ich danke meiner Mutter, ich danke allen Mütter dieser Welt, ich danke, ich danke Sky dafür, dass sie es mittlerweile hinbekommen haben, dass ich zumindest morgen, Gott, 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 Grüße an Thilo an dieser Stelle. Ja, 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 äh, ursprünglich sollte hier noch eine fünfte Person anwesend sein, die ich konnte und ich arbeite nicht bei Sky und wer war, und, naja. Ja, dann wäre der Podcast vier Stunden geworden. Ja, wer die ersten Recaps von uns kennt, der weiß, warum das ganz lustig gewesen wäre. Okay, ähm, bevor ich jetzt die vier Stunden Marke sprenge, höre ich jetzt echt auf, ähm, es war mir ein Vergnügen, es mit euch zu machen, es war mir ein Vergnügen, es mit euch zu machen, tschüss. Ah, die vier kriegen wir doch voll. Wisst ihr, was ich vorher getippt hab, aber ich mein, ah, vielleicht ist das unangenehm, aber ich hab vorher noch dem Paddy geschrieben, ob er sich nicht noch kurz, äh, bei Skype mit einwählen will. Der Synchronsprecher von, ähm, Jon Snow, aber er hat nicht geantwortet. Scheißer, Penner. Das hätte ich schön gefunden. Ah, das können wir jetzt auch rausschneiden. Das wäre ein Bringer gewesen. Also, wenn er sich doch meldet, wir würden natürlich doch einen Podcast, können wir doch dazwischen schieben, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Wie fandest, wie fandest du denn deinen Dialog, die letzten zwei Staffeln, McQueen? Stimmt, ja, hat er ja nichts zu tun, ja. Vor allem, er könnte dann unseren Slickers-Dialog sagen, hier ist mein Slickers-Dialog. Okay. Das wird er glatt so warm machen. Ja. Ja, vielleicht schneiden wir den Schluss am besten raus, besser, sonst macht er es auf jeden Fall nicht. Okay. Also, wenn wir noch, äh, jetzt auch in den nächsten Tagen oder Wochen noch ein Game of Thrones-Podcast, äh, mit dem Synchronsprecher von Jon Snow kommt, dann ist es, äh, der Verdienst von Andi. Okay, Leute, es tut mir leid, aber ich muss ganz dringend aufs Klo, ja, weil wir ja schon mit Vorgesprächen und Alpi-Apo gefühlte acht Stunden hier sitzen. Ähm, und, äh, ja. Du bist dann zwei Stunden aufs Klo. Ja, es tut mir leid, es ist unglaublich schwer, äh, so einen Abschied durchzusetzen, wenn man sich nicht verabschieden will, aber, äh. Ich sag jetzt noch einmal, Tschüss. Du weißt jetzt, wie es Peter Jackson ging, als er den Herr-der-Ringe-Dreh nicht beenden wollte, ne? Ja, genau, und, äh, ihr dürft jetzt noch einmal jeder Tschüss sagen und dann ist es aber auch gut. Ich sag fang an, Tschüss. Tschüss. Waller-Tschüsschen. Tschüss.